Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zum Informatikfestival 2024 hier in Wiesbaden. Das ist gleichzeitig die 54. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik. Wir machen das in diesem Jahr zusammen mit der Jahrestagung unseres Fachbereichs Informatik in Recht und Verwaltung. Ich darf Sie auch zu Hause, diejenigen, die uns online folgen, ganz herzlich begrüßen. Wir haben schon einen spannenden Tag hinter uns. Mit einer ganzen Reihe an Workshops. Heute im Hauptprogramm wieder sehr spannende Talks, sehr spannende Gäste. Das Thema Login or Logout. Wie kann uns digitale Souveränität gelingen? Und die unterschiedlichen Dimensionen und Aspekte der digitalen Souveränität wollen wir auch heute beleuchten. Es geht um das Thema digitale Souveränität in der öffentlichen Verwaltung. Bildung ist ein ganz wichtiges Thema, auch für uns als Gesellschaft für Informatik. IT-Sicherheit natürlich, Fragen der Infrastruktur, der Rechenzentren. Welche Rolle kann Open Source auch im Hardware-Kontext spielen? Und das ist uns auch ganz wichtig. Es ist eine Mitmachkonferenz. Sie sind alle aufgerufen. Das ist heute für den Tag so. Es wird immer wieder die Möglichkeit geben, sich auch einzubringen in Diskussionen. Das haben Sie in den Workshops erlebt und erleben das auch noch die nächsten zweieinhalb Tage. Von daher an dieser Stelle von mir herzlich willkommen und ich darf an unsere Präsidentin Christine Regitz übergeben. Vielen Dank, Daniel Krupka. Ich freue mich, so viele Menschen heute Morgen hier zu sehen. Sehr geehrter Herr Minister Gremmels, sehr geehrter Herr Professor Brensing, sehr geehrter Herr Scharpüser, lieber David Richter, liebe Teilnehmende der Informatik 2024. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ganz herzlich begrüße ich auch die Teilnehmenden der RVI 2024, also der Fachtagung Rechts- und Verwaltungsinformatik, unseres Fachbereichs Informatik in Recht und Verwaltung, sowie unsere jungen Teilnehmenden von der Skills 2024 der Studierendenkonferenz der Gesellschaft für Informatik. Das Thema in diesem Jahr, wie schon gesagt, Lock-in oder Lock-out, wie digitale Souveränität gelingt. Wir werden dieser großen Frage in diesen Tagen sicherlich, werden wir sie nicht final beantworten. Aber ich bin sehr guter Dinge, dass wir in den über 50 Workshops, Tutorials und Site-Events als Informatik-Community einerseits die richtigen Fragen adressieren und andererseits an einigen Stellen auch gute Antworten finden werden. Einige der Fragestellungen oder der Themen, die in den Workshops bearbeitet werden, will ich kurz herausgreifen. Welche konzeptionellen Herausforderungen für die KI bringen Anforderungen an digitale Souveränität mit sich? Welche Rolle kann und wird eine nationale Forschungsdateninfrastruktur für die digitale Souveränität spielen und welchen Beitrag leistet die Informatik dazu? Welche Bedeutung haben informatische und Datenkompetenzen für die Souveränität jedes Einzelnen und jeder Einzelnen in einer zunehmend digital vernetzten Welt? Und welche Rolle kann die Zivilgesellschaft bei der Stärkung der digitalen Souveränität spielen? An dieser Stelle sei auch auf unseren Tagungsband hingewiesen, der seit heute online verfügbar ist, wie sich das gehört für die Gesellschaft für Informatik und darin finden sich über 195 Beiträge von über 600 Autorinnen auf über 2.200 Seiten und das alles geballtes Informatikwissen. Zuletzt noch einige Worte des Dankes. Vielen Dank an die Hochschule Rhein-Main, die in diesem Jahr unser Gastgeber ist und wo wir Gast sein dürfen. Vielen Dank an Herrn Brenzing, vielen Dank an die Professorin Ludger Martin und Martin Gergeleit. Vielen Dank an das Team der Gesellschaft für Informatik, das hinter der Jahrestagung steckt und wieder eine tolle Veranstaltung auf die Bühne gestellt hat und eine tolle Unterstützung hier vor Ort war. Und vielen Dank Ihnen allen fürs Kommen und fürs Einschalten und für die rege Diskussion. Ihnen allen wünsche ich spannende Tage hier auf dem Informatik-Festival, viele Gespräche, Öffnungen neuer Netzwerke, Freude beim Wiedersehen mit alten Bekannten und einfach eine gute Zeit. Vielen Dank und viel Spaß. Christine, bleib gerne hier. Ja, wir sind an der Hochschule Rhein-Main, fühlen uns hier sehr wohl, muss man sagen. Deswegen freue ich mich umso mehr, Christine hat es gesagt, den Vizepräsidenten für Forschung, Transfer und Nachhaltigkeit der Hochschule Rhein-Main zu begrüßen, Herr Brenzing, bitte. Sehr geehrter Herr Staatsminister Gremmels, sehr geehrte Präsidentin Regitz und jetzt erlauben Sie mir, das abzukürzen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich hier an der Hochschule Rhein-Main begrüßen. Und Frau Regitz, wir freuen uns auch sehr, Gastgeber dieser Veranstaltung sein zu dürfen. Ich habe drei Minuten vorgegeben bekommen, das ist eine knappe Zeit für ein Grußwort. Und diese knappe Zeit möchte ich nutzen, um Ihnen die Hochschule Rhein-Main in Stichpunkten vorzustellen. Wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften mit rund 13.000 Studierenden, 1.050 Beschäftigten, davon 250 oder 260 Professorinnen und Professoren. Wir sind in den Städten Wiesbaden am Rhein und Rüsselsheim am Main beheimatet. Hier in Wiesbaden haben wir fünf Standorte und der Kurt-Schumacher-Ring Campus, wo wir jetzt gerade sind, ist unser Hauptcampus. Wir bieten rund 80 Studiengänge an, Bachelor- und Masterstudiengänge und sind untergliedert in fünf Fachbereiche. Einer davon ist Design, Informatik, Medien, wo unsere Informatikkompetenz gebündelt ist. Unsere Forschungskompetenz haben wir in vier Forschungszentren gebündelt und da ist auch wiederum die Informatik vertreten über das Forschungszentrum Smarte Systeme für Menschen und Technik. Und wir waren eine der ersten Hochschulen in Deutschland, die über ein eigenes Promotionsrecht, also eine der ersten HAWs, muss ich sagen, die über ein eigenes Promotionsrecht verfügen. Und wir sind damit auch an dem Promotionszentrum Angewandte Informatik beteiligt. Also viele Merkmale, die eine HAW ausmachen. Wir sind natürlich sehr anwendungsbezogen in unserer Forschung, in unserer Arbeit. Der Praxisbezug spielt für uns eine große, große Rolle. So, ich hoffe, dass Sie sich weiterhin wohlfühlen. Ich habe gehört, dass der erste Tag schon gut gelaufen ist. Und ich wünsche Ihnen natürlich eine sehr erfolgreiche Tagung und behalten Sie dann die Hochschul Rhein-Main auch in guter Erinnerung. Vielen Dank. Bleiben Sie auch noch hier für eine kurze Runde, gleich noch im Anschluss. Jetzt darf ich den Sprecher des Fachbereichs Informatik in Recht und Verwaltung, David Richter, begrüßen. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kollegen, liebe Frau Regitz, sehr geehrter Herr Staatssekretär. Herzlich willkommen zur Informatikkonferenz zum Thema digitale Souveränität. Es freut mich sehr, dass Sie alle heute hier sind und ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise, ob nun digital oder in Person. Dass so viele von Ihnen heute sich die Zeit nehmen, dienstlich oder sich extra Urlaub genommen haben, zeigt, wie wichtig und aktuell das Thema digitale Souveränität für uns alle ist. In einer Welt, die zunehmend digitalisiert ist, werden Fragen zur Kontrolle, Sicherheit und Eigenständigkeit in digitalen Räumen immer dringlicher. Digitale Souveränität bedeutet nicht nur, dass wir in der Lage sind, technologische Lösungen selbstständig zu entwickeln und zu betreiben, sondern auch, dass wir die Macht haben, über den Einsatz dieser Technologien selbst zu bestimmen. Dies betrifft nicht nur Unternehmen und staatliche Institutionen, sondern uns alle als Gesellschaft. Unsere Abhängigkeit von globalen Technologiekonzernen, die Konzentration von Daten und Macht in den Händen weniger Akteure, sowie die Sorge um den Schutz unserer Daten und unserer Privatsphäre machen deutlich, warum wir das Thema der digitalen Souveränität ernst nehmen müssen. Hier geht es um nichts weniger als die Frage, wie wir in Zukunft als Gesellschaft unsere digitalen Infrastrukturen gestalten wollen, unabhängig, sicher und frei. Aber nicht nur das Thema dieser Informatikkonferenz ist etwas ganz Besonderes, nein, diese Konferenz ist es selbst. Denn heute findet sich etwas zusammen, und Sie, liebe Frau Regitz, haben es bereits erwähnt, was zusammengehört. Erstmals findet die Informatikkonferenz der Gesellschaft für Informatik zusammen mit der Fachtagung Rechts- und Verwaltungsinformatik statt. Und dies ist bereits die siebte Fachtagung. Wir, das ist der Fachbereich Informatik in Recht und öffentlicher Verwaltung, sowie die Fachgruppen Verwaltungsinformatik und Rechtsinformatik. Die ab heute beginnende Fachtagung Rechts- und Verwaltungsinformatik findet unter dem Leitthema Neuwege der Zusammenarbeit und Vernetzung an der ressourcenschonenden digitalen Transformation und Verwaltungsmodernisierung ohne bürokratische Hürden. Unsere Fachkonferenz bietet allen die Möglichkeit, sich intensiv auszutauschen, voneinander zu lernen und neue Impulse mitzunehmen. Wir haben ein spannendes Programm vorbereitet, das hochkarätige Vorträge und praxisnahe Workshops umfasst. Nutzen Sie die Gelegenheit, um neue Ideen zu entwickeln und bestehende Prozesse kritisch zu hinterfragen. Freuen Sie sich auf Sessions und Workshops zu künstlicher Intelligenz, Cybersecurity, Verwaltungsmoderisierung und natürlich digitale Souveränität in der öffentlichen Verhaltung hier gleich im Anschluss. Sie brauchen also gar nicht den Raum zu wechseln. Wir leben in einer Zeit des Wandels. Die digitale Transformation verändert unser Leben, unsere Arbeit und auch die Art und Weise, wie staatliche Institutionen und öffentliche Verwaltungen agieren. Dieser Wandel birgt immense Chancen für mehr Effizienz, bessere Bürgerdienste und eine moderne Verwaltung. Gleichzeitig aber stellt es uns vor große rechtliche und technische Herausforderungen. Das Zusammenspiel von Recht und Informatik in der öffentlichen Verwaltung ist dabei von zentraler Bedeutung. Auf der einen Seite stehen rechtliche Rahmenbedingungen, die sicherstellen sollen, dass Prozesse transparent, sicher und im Einklang mit den Datenschutzgesetzen ablaufen. Auf der anderen Seite erfordert die wachsende Komplexität digitaler Systeme ein tiefes technisches Verständnis, um diese Gesetze auch praktisch umsetzen zu können. Genau dieses Spannungsfeld wollen wir heute und in den kommenden Tagen beleuchten. Es gibt viele Fragen, die uns in dieser Konferenz beschäftigen werden. Wie können wir sicherstellen, dass die öffentliche Verwaltung den Anfang der Digitalisierung gewachsen ist? Wie lassen sich moderne IT-Systeme und rechtliche Vorgaben in Einklang bringen? Und wie schaffen wir es, digitale Souveränität zu bewahren, ohne auf die Innovationskraft globaler Anbieter verzichten zu müssen? Ich bin fest davon überzeugt, dass der Schlüssel in einer engeren Zusammenarbeit zwischen Juristen, Informatikern und den Praktikern der Verwaltung liegt. Nur gemeinsam können wir die richtigen Weichen für die Zukunft stellen, für eine Verwaltung, die digital, bürgernah und rechtlich einwandfrei arbeitet. Heute und morgen werden wir die Gelegenheit haben, gemeinsam über Lösungsansätze diskutieren, Breast Practices auszutauschen und voneinander zu lernen. Unsere Referentinnen und Referenten sind ausgewiesene Experten und ihre jeweiligen Bereiche und spannende Einblicke der aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen zu geben. Wir werden uns auf intensive Diskussionen, neue Impulse und konkrete Handlungsempfehlungen für mehr Digitalisierung beschreiben können. Abschließend möchte ich mich noch bedanken für diese gemeinsame Veranstaltung, die diese gemeinsame Veranstaltung möglich gemacht hat, dem Organisationsteam, dem Referenten und natürlich Ihnen, den Teilnehmern und Teilnehmerinnen durch die Intensive und ihre Expertise zu einem erfolgreichen Austausch beitragen. Und ganz besonders der Hochschule Rhein-Main, auf deren wunderschönen Campus wir uns befinden. Ich wünsche Ihnen allen eine spannende und inspirierende Konferenz mit wertvollen Diskussionen und Einsichten. Vielen Dank auf eine spannende Zeit zusammen. Dankeschön. David, komm auch ganz kurz dazu. Wir machen eine ganz schnelle Runde. Ich will noch mal ganz kurz auf das Thema hinführen. Und würde Sie, Herr Brenzin, fragen, als Vertreter der Hochschule das Thema digitale Souveränität, was sind die Aspekte, die aus Ihrer Sicht da ganz zentral sind? Na ja, also zu... Ist das Mikro an jetzt? Also zunächst mal ist für mich der Begriff digitale Souveränität recht schwer zu fassen, weil er ja verschiedene Dimensionen betrifft. Es ist eine technische Frage, es ist aber auch eine gesellschaftliche Frage, es ist eine wirtschaftliche Frage. Also insofern kann man den Begriff, glaube ich, nicht ganz umschließen. Für uns als Hochschule ist es natürlich wichtig, dass wir Lösungen mit erarbeiten, dass wir also zum einen Nachwuchs ausbilden, der dazu beitragen kann, die digitale Souveränität zu befördern. Und natürlich auch im Bereich Forschung, dass wir damit auch Beiträge liefern. Das ist für uns ganz zentral. Vielen Dank. Christine, aus Gesicht der Gesellschaft für Informatik, was würdest du sagen? Ich meine, das Themenfeld ist maximal breit. Was ist dir persönlich wichtig? Was liegt dir am Herzen? Also für mich und die, die mich kennen, wissen, Bildung ist mein Thema. Und ich glaube, dass Bildung der Schlüssel ist für die Souveränität. Also ich glaube, das Thema informatische Bildung müssen wir weiter politisch auch vorantreiben. Wir müssen hier das Momentum nutzen, das wir gerade haben. Denn informatische Bildung in allen Klassenstufen, in allen Schulformen, aber auch in der Berufsbildung sind so wichtig, weil wir können nur dann souverän sein, wenn wir entsprechende Bildung haben und den Hintergrund dazu. Und deswegen setzen wir uns ja auch als GI ein für das Pflichtfach. Ich nenne es informatische Bildung in der Schule. Wir müssen immer darüber diskutieren. Es ist nicht nur Programmieren, es ist weitaus mehr. Es ist eine neue Kulturtechnik, wie wir das so schön immer benennen, neben Lesen, Rechnen, Schreiben, brauchen wir diese informatischen. Oder im Englischen gibt es diesen schönen Begriff der Digital Literacy. Und das brauchen wir, weil die Menschen, wenn sie das können, dann ist erst überhaupt die Grundlage gelegt für diese Souveränität, die wir dann auch haben, hoffentlich. Vielen Dank, Christine. David, du hast in deinem Statement schon deinen thematischen Fokus natürlich umrissen. An dich die Frage, worauf freust du dich besonders in den kommenden zwei, drei Tagen? Also ich freue mich ganz besonders auf einen spannenden Austausch. Ich freue mich auf neue Kontakte, aber ich freue mich auch auf das Gefühl, ein Teil der Informatik der Zukunft zu sein. Und ich freue mich immer wieder, so viele interessierte Personen zu sehen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, ob nun beruflich oder aus anderen Interessen und an diesem Thema dranbleiben. Es verfolgen über viele Jahre, viele, die ich hier sehe, sind wirklich schon seit Jahren an diesen Themen dran und sind nach wie vor begeistert und haben die Kraft, diese Themen auch weiter voranzubringen und in die Gesellschaft zu wirken. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und von daher freue ich mich auf diese Konferenz ganz besonders. Ja, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen, euch dreien. Ich glaube, das hat einen kleinen Applaus verdient. Genau, ihr könnt einfach mal was untergehen. Gut. Während die drei das Feld räumen, freue ich mich sehr, dass der hessische Minister für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Sie haben eine Menge auf dem Schirm, müssen eine Menge auf dem Schirm haben, dass er uns die Ehre weist, heute hier mit uns die Tagung zu eröffnen. Ich begrüße ganz herzlich Timon Gremmels. Sehr geehrte Frau Regitz, sehr geehrter Herr Bresingen, sehr geehrter Herr Richter, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier in der Landeshauptstadt Wiesbaden begrüßen kann. Und man hat ja auch als Minister vielleicht das ein oder andere Vorurteil gegenüber Informatikern, trockene Materie, sagt der eine oder andere, und dann nennen Sie Ihren Kongress Festival. Allein das hat schon bei mir die Spannung und gesagt, ach, das ist ja spannend, und habe mir dann das Programm angeguckt. Ich finde, Sie haben da ganz spannende Panels. Mich würde jetzt besonders interessieren, dass Sie eine Veranstaltung machen, digitale Souveränität in der öffentlichen Verwaltung. Ich würde Ihnen aus meiner eigenen Praxis sagen, das ist ja sehr widersprüchlich. Ich würde gerne souverän unterwegs sein und bin aber dann an IT-Sicherheitsmaßnahmen gebunden, dass ich eben mit meinem iPad eben nicht alle Dokumente im Auto so bearbeiten kann, wie ich das kenne, wenn ich privat unterwegs bin, weil es da Sicherheitsvorgaben zu Recht gibt, die aber dann meine digitale Souveränität und mein Komfortarbeiten behindert und man eben nicht jede Videokonferenz und jedes Anbieters dann abhalten kann. Das ist eine Herausforderung. Insofern, leider kann ich an Ihrem Panel nachher nicht teilnehmen, aber da bin ich sehr an Ihren Ergebnissen interessiert, weil das in der Tat ja auch ganz praxisrelevante sind. Schön, dass Sie Wiesbaden ausgesucht haben und Sie sehen, dass Sie auch diese Hochschule Rhein-Main ausgewählt haben. Das ist eine von 14 Hochschulen, für die ich als Minister zuständig bin. Und Sie sehen auch, dass Ihr Kongress eine besondere Bedeutung hat, dass heute gleich zwei Landesminister kommen. Ich als zuständiger Hochschulminister und Forschungsminister und dann Frau Sinemus, die Digitalministerin, weil wir ja leisten uns in Hessen den Luxus, ein eigenes Digitalministerium zu erarbeiten. Das hat natürlich auch die eine oder andere Herausforderung, weil das natürlich ein Querschnittsthema ist, was in jedes Ressort hineinspielt. Aber ich kann Ihnen sagen, Frau Sinemus und ich, wir arbeiten sehr gut zusammen und Sie sehen die Wertschätzung gegenüber Ihrem Kongress, dass wir heute beide zu Ihnen kommen. Das Thema ist in der Tat ein großes, was Sie sich vorgenommen haben. Und wir suchen ja auch Informatiker an jeder Ecke und an jeder Stelle. Gut ausgebildete Menschen, die dann auch vielleicht in der Verwaltung einen Job finden. Vielleicht müssen wir manchmal noch gucken, auch da passt es nicht ganz zusammen, wie man dort auch die Bezahlung attraktiv gestaltet für Informatikerinnen und Informatiker. Da ist sozusagen auch der starre Rahmen der öffentlichen Besoldung vielleicht nicht immer ganz passend. Auch daran muss man arbeiten. Auch das ist ein ganz praktisches Problem und eine Herausforderung. Und ich sage Ihnen, jeden Euro, den wir als Land Hessen investieren in digitale Bildung, in Informatik, in Digitalstrategien, ist es wert. Wir haben einen digitalen Hochschulpakt auf den Weg gebracht. Wir haben seit 2020 insgesamt 112 Millionen Euro bereitgestellt. Das ist eine Größenordnung, die sich sehen lassen kann. Ich weiß, der eine oder andere hätte gern noch mehr. Aber ich sage Ihnen, jeden Euro, den wir investieren, zahlt sich aus. Wir mussten allein im letzten Jahr 15 Millionen Euro aus meinem Etat in die Hand nehmen und an das Uniklinikum Frankfurt überweisen, weil die nach einem Hackerangriff ihre komplette IT austauschen mussten. Und ich sage Ihnen, wenn wir vorher, kann ich leicht sagen, weil da war ich noch nicht zuständig, wenn wir vorher noch mehr dort in Digitalisierung, in IT-Sicherheit investiert hätten, dann hätten wir uns diese 15 Millionen erspart und hätten die in andere sinnvolle Dinge stecken können. Sie sehen also, es trifft mich ganz praktisch in meinen Zuständigkeitsbereichen. Deswegen animieren wir auch unsere Hochschulen, den Bereich Digitalisierung, IT, IT-Sicherheit, AI auszubauen. Wir haben an all unseren hessischen Hochschulen in Summe im Wintersemester 2023, 2024, 21.000 Studierende in diesem Bereich. Ich finde, das ist eine Zahl, die Sie sehen lassen können. Aber neben der Reiheninformatik glaube ich, dass das auch zunehmend, Sie haben es ja auch gerade gesagt, ein Querschnittsthema ist, dass man ein Grundwissen auch haben sollte. Und ich begrüße den Ansatz, dass man das verstärkt, auch in die schulische Bildung integriert und dort auch Lust macht auf solche Fächer. Das hat dann aber auch was damit zu tun, wie Schulen ausgestattet sind. Das ist leider auch ganz unterschiedlich in Hessen, weil die Schulen in der Trägerschaft der Kreise sind, der Landkreise und Städte. Aber auch da gucken wir mit dem Digitalpakt Schule, dass wir dort die Schulen auch heranführen, dass man da auch die Voraussetzungen hat. Sie sehen, die Thematiken, mit denen Sie sich beschäftigen, sind nah an der Praxis, auch nah an dem, was mich tagtäglich beschäftigt. Und deswegen möchte ich mein Grußwort schließen und Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie Wiesbaden als Tagungsort gewählt haben. Und ich hoffe, Sie finden die Zeit, auch das Umland ein bisschen zu genießen. Wiesbaden liegt ja mitten im Rheingau mit tollen Weinen. Und wir haben auch noch eine zweite Hochschule, eine Nachbarhochschule, die Hochschule Geisenheim, die auch sich mit Weinbau auseinandersetzt, und auch selbst da spielt das Thema IT, das Thema Digitalisierung eine große Rolle im Weinbau, wie man dort zum Beispiel künftig mit weniger Einsatz von Chemikalien, Pflanzenschutz betreiben kann, wie man dort auch durch moderne Steuerung von Solaranlagen den Wein schützt vor Sonnenbrand und vor Kälte. Das sind ganz spannende Themen, die ganz eng auch mit Ihrer Profession zu tun hat. Das heißt, jeden Wein, den Sie heute Abend trinken, ist ein Teil Ihrer Forschungsarbeit. Nutzen Sie den Wein. Ja, muss ja auch mal. Immer braucht er immer ein Argument, den guten Rheingauer Wein zu genießen. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Tagung und halten Sie Wiesbaden in guter Erinnerung und kommen Sie bald wieder. Sie sind herzlich eingeladen. Wir, und ich spreche da, glaube ich, auch im Namen der Hochschule sind gerne Gastgeber Ihrer Veranstaltung. Vielen Dank, eine erfolgreiche Tagung. Ja, vielen Dank, Herr Gemmels. Wir hatten tatsächlich gestern Abend schon die Möglichkeit, in der Henkel-Sektkellerei, da haben wir unsere Welcome Reception abgehalten, hier von den Köstlichkeiten aus Wiesbaden uns, ja, Sie zu genießen. Vielleicht noch eine Ergänzung zum Thema Informatik in den Schulen. Wir werden morgen einen kleinen Stand-up-Talk in der Mittagspause halten an der Reception, wo es, wir geben ja jedes Jahr den Informatikmonitor raus, wo der Stand der informatischen Bildung in den Schulen, in den einzelnen Bundesländern dargestellt wird. Und da werden wir eine kleine Einblicke geben, weil der neue Informatikmonitor in zwei Wochen rauskommt, wo wir insbesondere in Hessen stehen. Das Thema Lehrkräfteausbildung ist natürlich immer ein großes. Das erfragen wir da auch jedes Jahr. So, jetzt freue ich mich. Wir haben die Tagung leider in eine Sitzungswoche des Bundestages gelegt. Deswegen ist es schwierig, aus der Bundespolitik Ministerin und Minister zu bekommen. Aber wir haben zwei Grußworte, die wir uns jetzt gerne anhören. Zunächst der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger. Und wenn ich sage Mats ab, dann hoffe ich, dass die Mats ab geht. Das hat einer breiten Öffentlichkeit nochmal so richtig... Herzliche Grüße nach Wiesbaden. Rihane war blü. Nichts geht mehr. So hieß es neulich weltweit, als ein fehlerhaftes Sicherheitsupdate international Computersysteme lahmlegte. Krankenhäuser, Banken, Airlines. Eine Panne von enormem Ausmaß. Das hat einer breiten Öffentlichkeit nochmal so richtig bewusst gemacht, IT bestimmt massiv unseren Alltag. Sie macht uns stark, aber sie macht uns natürlich auch verletzlich. Meine Damen und Herren, Ihr Mandat in der Gesellschaft für Informatik ist es denkbar groß. Informatik ist längst nicht mehr ein Fach unter vielen. Sie ist eine Schlüsseldisziplin geworden, schafft Innovation, Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland, Lebensqualität für Millionen Menschen. In unserem Ministerium setzen wir uns dafür ein, dass das auch in Zukunft so bleibt. Durch Forschung genauso wie durch Bildung. In den Schulen fangen wir früh an, digitale Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen fördern, systematisch für MINT-Fächer und neue berufliche Perspektiven begeistern. Dafür haben wir den MINT-Aktionsplan 2.0 entwickelt. In unseren regionalen MINT-Clustern etwa, da wächst die Zukunft. Ein Punkt ist mir dabei besonders wichtig. Mehr Mädchen und junge Frauen für MINT gewinnen. Ob in Ausbildung, Studium oder Beruf, wir dürfen diese Talente nicht auf der Strecke lassen. Mit dem Bündnis für Frauen in MINT-Berufen gehen wir gemeinsam voran. Und deswegen danke für Ihr Engagement. Begeisterung wecken, das gelingt auch mit den bundesweiten Informatik-Wettbewerben. Was für ein tolles Angebot, das Sie mit der Gesellschaft für Informatik möglich machen. 500.000 Schülerinnen und Schüler beim Informatik-Biber, dem jüngsten Durchgang. Das ist ein Rekord. Und auch beim Jugendwettbewerb Informatik gab es noch nie mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer als in diesem Jahr. Das ist klasse. Sie wissen, Jugendliche und junge Erwachsene kommen demnächst auch wieder auf die politische Bühne. Beim Digitalgipfel der Bundesregierung. Denn die Frage, welche Zukunftskompetenzen wir brauchen für die Arbeitswelt für morgen, für eine aktive Bürgerschaft in Deutschland und Europa, die treibt uns alle um. Vor allem die junge Generation. Und mit dem Common Grounds Forum geben wir eine Bühne. Insbesondere zum Thema Future Skills for Active Citizenship. Künstliche Intelligenz hat da sicher eine zentrale Rolle, wie überhaupt in der Informatik. Von den Navigations-Apps bis zu Face ID, jeden Tag neue Ideen, neue Dynamik, neue potenzielle Wachstumsfelder. Wir nehmen diesen Schwung mit in unseren KI-Aktionsplan, setzen Impulse für das deutsche KI-Ökosystem, Stichwort KI-Kompetenzzentren. Und schaffen Raum für Exzellenz, zum Beispiel mit 150 zusätzlichen KI-Professuren. Klares Ziel, mit KI-Forschung made in Germany Weltspitze bleiben. Und den Transfer stärken. Um KI-Breit benutzbar zu machen, für die Robotik im Gesundheitswesen, in der Bildung, was immer man sich auch vorstellen kann. Meine Damen und Herren, gut, dass wir gemeinsam an diesem Strang ziehen. Und deswegen bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, Ihnen viel Erfolg bei Ihrer weiterhin so wichtigen Arbeit zu wünschen. Ja, die Bundesministerin, da können wir, glaube ich, auch einen kleinen Applaus geben. Ähnlich wie in Hessen ist natürlich nicht nur das Wissenschafts- und Forschungsministerium Ansprechpartner für uns, sondern die Informatik ist die Grundlage der Digitalisierung des Digitalen. Deswegen hat uns freundlicherweise auch der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, eine Grußbotschaft gesendet. ...für die Digitalisierung. Sie stehen dafür, wie wir in der digitalen Welt unterwegs sein und digitale Anwendungen nutzen wollen. Sie sind Schlüsselfaktoren für den digitalen Wandel. Einen Wandel, den die Informatik verantwortungsvoll und mit klugen Ideen mitgestaltet. Dafür herzlichen Dank. Wenn Sie sich auf dieser Tagung über die digitale Souveränität austauschen, dann spielt dabei die künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle. Ihre Chancen sind vielfältig und groß. Wir wollen und wir müssen sie für Deutschland nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und digital unabhängig zu sein. Dafür gestalten wir bei uns in Europa und international den passenden rechtlichen Rahmen. Dieser soll Sicherheit gewährleisten und zugleich genug Raum lassen, um KI-Innovationen zu entwickeln. Außerdem haben wir die Mission KI gestartet. Im Rahmen dieser Initiative richten wir als Bund regionale KI-Zentren ein. Los ging es im Juli mit dem Zentrum in Kaiserslautern, am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Gründer, Start-ups und Unternehmen erhalten dort Unterstützung dabei, vertrauenswürdige KI-Anwendungen zu entwickeln und zu prüfen. Und sie erhalten Zugang zur Spitzenforschung sowie zu Innovations- und Wachstumspartnern. Ein weiteres Ziel von Mission KI ist es, transparente KI-Qualitäts- und Prüfstandards zu entwickeln. Und weil die Verfügbarkeit und Qualität von Daten eine zentrale Voraussetzung für die KI-Anwendung sind, geht es bei der Mission KI auch darum. Klar ist, Daten müssen möglichst breit verfügbar, leicht zu finden, einfach zugänglich und nutzbar sein. Um das zu erreichen, verfolgen wir verschiedene Ansätze. So schaffen wir etwa ein Ökosystem für Mobilitätsdaten und setzen auf Datenräume und Plattformen. Mit einem Mobilitätsdatengesetz wollen wir das Ökosystem weiter stärken und unter anderem eine Governance-Struktur für verpflichtend bereitzustellende Mobilitätsdaten etablieren. Außerdem schärfen wir das Bewusstsein der Menschen für die enorme Bedeutung von Daten, den souveränen Umgang mit ihnen und für das so wichtige Teilen von Daten. Künstliche Intelligenz und Daten sind nur zwei von ganz vielen Aspekten der digitalen Souveränität. Die Themenpalette reicht von der digitalen Infrastruktur über Cybersicherheit und den Kampf gegen Deepfakes bis hin zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Das alles sind Daueraufgaben, die Sie und uns noch lange beschäftigen werden. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Veranstaltung mit Austausch, neuem Wissen und viel Inspiration. Lassen Sie uns den digitalen Wandel weiter gemeinsam gestalten. Vielen Dank und alles Gute. Vielen Dank an der Stelle an Volker Wissing und einen schönen Gruß nach Berlin. So, wir gehen jetzt in Medias Res. Wir haben, glaube ich, genug unterstrichen bekommen, wie wichtig die Themen sind. Das zeigt auch Ihre Präsenz. Das zeigt die Bedeutung, die die Bundesebene den Themen beimisst. Und in der nächsten Session soll es um digitale Souveränität in der öffentlichen Verwaltung gehen. Und wer könnte das Thema besser moderieren als eine langjährige Expertin in der Kommunalverwaltung? Sie ist die stellvertretende Sprecherin unseres Fachbereichs Informatik in Recht und Verwaltung. Und ich freue mich sehr, jetzt Tanja Kriens begrüßen zu dürfen. Ich möchte gerne einfach meine Panelisten schon mal bitten, dass sie Platz nehmen. Und ich freue mich, dass wir hier so einen vollgesetzten Saal haben. Und ich hoffe, dass online auch ganz viele, da kann ich natürlich jetzt nicht sehen, auch dabei sind. Es ist nämlich ein sehr spannendes Panel, was wir haben. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Auch noch mal, David Richter sagte es schon, zu unserer Jahrestagung Rechts- und Verwaltungsinformatik des Fachbereichs Informatik in Recht und öffentliche Verwaltung zu diesem Panel Digitale Souveränität in der öffentlichen Verwaltung. Der Fachbereich selber ist klassischerweise ein Querschnittsbereich. Das heißt, wir haben Vertreter und Vertreterinnen aus der Wissenschaft. Wir haben Vertreter und Vertreterinnen aus der Verwaltung da. Und wir haben aus verschiedenen Disziplinen der Rechtsinformatik, der Verwaltungsinformatik und eben halt der Praxis, auf kommunaler Landes- und Bundesebene in unserem Bereich, in dem wir zusammenarbeiten. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir genau dieses Panel auch heute, oder dass ich dieses Panel heute moderieren kann. Denn hier werden wir verschiedene Perspektiven auf die digitale Souveränität in der öffentlichen Verwaltung auch entsprechend einbringen können. Und ich möchte jetzt beginnen mit einer kurzen Vorstellungsrunde der Panelisten, bevor wir dann sozusagen in medias res gehen. Und freue mich, aus der Wissenschaft Prof. Maria Wimmer zu begrüßen. Sie ist Professorin für E-Government an der Universität in Koblenz. Frau Wimmer promovierte im Bereich Informatik an der Universität in Linz und habilitierte dort auch zum Thema E-Government. Sie hatte Forschungsaufenthalte unter anderem am National Research Institute Council in Rome und an der Universität Siena, war bei der EKT-Stabsstelle des österreichischen Bundeskanzleramtes längere Zeit tätig. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und es hat dann 2005 den Ruf an die Universität Koblenz bekommen. Sie forscht insbesondere zu den Themen, die auch eben schon genannt wurden, nämlich ganzheitliche Informationssystemgestaltung und digitale Transformation, Interoperabilität, IT-Architektur, auch den Bereich Smart Cities, Smart Regions. Sie haben alle dieses Informatikmagazine der aktuellen Ausgabe bekommen. Da ist auch ein aktueller Artikel drin. Und vor allen Dingen auch das Thema Data Governance und Ansätze der datengetriebenen Modellierung. Frau Wimmer ist international, national sehr gut vernetzt und wurde sogar zu den 100 einflussreichsten Akteuren im Bereich Digital Government 2018 gelistet. Also von daher ausgewiesene Expertin aus der Wissenschaft. Herzlich willkommen! Ich begrüße auch sehr herzlich den Vizepräsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Herrn Dr. Gerhard Scharphüser. Er ist von Hause aus Mathematiker und lange Zeit hat in Münster studiert und auch promoviert und an der zwei Universität Hagen. Und er ist seit vielen, vielen Jahren im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, im Themenbereich, möchte ich mal sagen, Kryptografie tätig, mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten und seit 2017 Vizepräsident. Ganz herzlich willkommen! Ich begrüße auch sehr herzlich Herrn Dr. Ralf Kleindieck, ehemaliger Staatssekretär und jetzt Geschäftsführer des Zentrums für digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung. Er selber ist in seiner Vita immer wieder zwischen Verwaltung, Politik einerseits und auch Wirtschaft hin und her gewechselt. Er war unter anderem Chief Digital Officer des Landes Berlin und Staatssekretär dort für digitales und Verwaltungsmodernisierung. Er war Partner und Direktor bei Boston Consulting, der Wirtschaftspart. Er war Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und zuvor auch Staatsrat im Landesministerium für Justiz und Gleichstellung der Freien und Hansestadt Hamburg. Herzlich willkommen! Und online, ich hoffe, dass er zugeschaltet werden kann, begrüße ich ganz herzlich Dr. André Göbel, Präsident der FITCO, der Föderalen IT-Kooperation. Auch er ist immer wieder gewechselt zwischen Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft. Er ist von Hause aus diplomierter Verwaltungsinformatiker und promovierter Verwaltungs- und Wirtschaftsgeograf. Er hat unter anderem die Digitalagentur des Landes Brandenburg gegründet, war dort Gründungsgeschäftsführer, hat beim internationalen IT-Dienstleister Capgemini gearbeitet und bei Kündrill Deutschland, das ist etwas schwierig für mich, das auszusprechen, letztlich eine Abspaltung sozusagen von IBM, was etwas einfacher ist. Er war aber auch an der Hochschule Harz Professor für Verwaltungsmanagement. Also das heißt, verschiedene Perspektiven kann er miteinander verbinden, hat auch dort an der Hochschule Harz den Masterstudiengang Wirtschaftsförderung aufgebaut, wo wiederum eine weitere Perspektive ist. Er ist auch wirklich sehr gut vernetzt und im Bereich seiner aktuellen Tätigkeit bei der FITCO ist das Thema Strategie und Innovationsentwicklung der digitalen Transformation einer seiner vielen, vielen Schwerpunkte. Ganz herzlich willkommen, André. Ich möchte gerne starten, indem wir einfach das aufgreifen, was wir heute Vormittag oder zu Beginn des Tages schon gehört haben, nämlich Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung, Chancen, Herausforderungen. Chancen werden immer wieder genannt, Prozessautomatisierung auch als Antwort auf den Fachkräftemangel. Gleichzeitig sehen wir natürlich die Herausforderungen, wie wir entsprechend als Staat, als Gesellschaft, als Bürger und Bürgerinnen die digitalen Ressourcen, Daten und Infrastruktur unabhängig und selbstbestimmt kontrollieren können. Und mit dem Thema AKI nimmt das natürlich noch eine ganz andere Bandbreite auf. Dazu haben wir im Übrigen morgen auch noch einen eigenen Workshop im Rahmen der Jahrestagung RVI. Also herzliche Einladung daran. Und aus Sicht der Verwaltung ist die Frage der digitalen Souveränität natürlich zentral, wenn wir Handlungsfähigkeit auch entsprechend sicherstellen wollen. Also welche Gesetze, welche politischen Maßnahmen kann man ergreifen, welche konkreten Projekte kann man initiieren, aber auch welche guten Beispiele gibt es im Ausland oder im europäischen Ausland und darüber hinaus. Und ich möchte jetzt eigentlich sehr gerne starten mit einer konkreten Frage, nämlich wir haben zunehmend Angriffe im IT-Sicherheitsbereich. Wie können wir hier in der Verwaltung für die Verwaltung Handlungsfähigkeit herstellen? Und ich möchte Frau Wimmer bitten, dass sie so aus der wissenschaftlichen Perspektive den Einstieg macht. Danach hätte ich gerne Herrn Scharpöse, Herrn Kleindick und André Göbel dann zum Schluss, um einen entsprechenden Input aus ihrer Sicht, wie wir damit umgehen können. Vielen herzlichen Dank, Tanja Grins, für diese Einführung und anleitenden Worte. Vieles ist ja zum Thema digitale Souveränität jetzt schon gesagt worden. Und genau da möchte ich auch nochmal ansetzen, ein bisschen systematisieren aus dem Blickwinkel der Wissenschaft. Das heißt die Frage auch, wie kann digitale Souveränität gelingen, insbesondere in der öffentlichen Verwaltung. Wenn wir aus der Wissenschaft einen Begriff aufgreifen, geht es uns auch immer wieder darum, erst mal zu systematisieren, was bedeutet dieser Begriff. Und da möchte ich ansetzen. Wir haben jetzt verschiedene Punkte schon eingeworfen bekommen von digitalen Daten, Anwendungen, Infrastrukturen. Darum geht es letztendlich auch bei der digitalen Souveränität. Alle diese drei sogenannten Dimensionen der Betrachtung müssen wir im Zusammenhang verstehen. Es geht insbesondere darum, dass wir hier Unabhängigkeit, ich möchte es nicht als Macht bezeichnen, haben über unsere Daten, sondern als Möglichkeit eigenständig darüber zu entscheiden, wie unsere Daten verwendet werden, wo sie eingesetzt werden, welche Anwendungen wir verwenden und auch welche Infrastrukturen, also digitalen Infrastrukturen wir dafür verwenden. Das heißt, entlang dieser Dimensionen müssen wir dann auch nochmal begreifen, und das ist auch schon angesprochen worden, dass es einerseits darum geht, jeder Einzelne, jede Einzelne von uns, auch sich dessen bewusst zu sein, was bedeutet es, wenn ich meine Daten beispielsweise eben in die Hand der öffentlichen Verwaltung gebe, das ist dann die nächste Ebene der Betrachtung, dass wir eben auch unsere Institutionen genau betrachten müssen, aus unserem Blickwinkel heute des Panels geht es um die öffentliche Verwaltung, das heißt die einzelnen Behörden und kommunalen Aufgabenträger, nachgeordnete Dienststellen, die einerseits für sich alleine ihre Aufgabenerfüllung umsetzen müssen und dabei Daten nutzen von den einzelnen Personen, von den einzelnen Unternehmen, aber eben auch in dem Zusammenhang dann, und dass sie eben dabei sicherstellen müssen, dass die Daten, die sie von Bürgerinnen und Bürgern oder von den Unternehmen in ihre O-Put bekommen, dann entsprechend sicher verwalten, dass sie sie entsprechend schützen müssen und verantwortungsvoll damit umgehen. Das heißt auch, es geht einerseits darum, um Entscheidungskontrollmöglichkeiten für die einzelne Person zu gewährleisten, Wir haben, ich glaube, mit dem Registermodellisierungsgesetz das Thema Datencockpit und die Europäische Union, die Kommission setzt auch viele Gesetzgebungen hier in Gange, um beispielsweise mit dem Once-Only-Prinzip und dem Single Digital Gateway, mit der Verordnung des Single Digital Gateway, also im einheitlichen Zugangstor, dass diese Daten von Bürgerinnen und Bürgern und auch von Unternehmen auch grenzüberschreitend ausgetauscht werden. Und wir haben dann Verantwortung, insbesondere als Behörden und kommunale Aufgabenträger des öffentlichen Sektors, dass diese Daten entsprechend sicher verwaltet werden, geschützt werden und genau für den Zweck verwendet werden, für den sie bestimmt sind. In einem Datencockpit habe ich dann als Bürgerin, als Bürger die Möglichkeit zu sagen, ja, diese Daten sollen an eine andere Stelle weitergegeben werden oder eben nicht. Wir haben viele Aufgaben zu erfüllen in der öffentlichen Verwaltung und da werden meine Kollegen sicherlich auch einiges drauf eingehen. Wir brauchen dafür einerseits die Daten, Herr Wissing hat es auch vorhin angesprochen, Wir brauchen dafür unterschiedliche Anwendungen, wir brauchen dafür aber eben auch die Infrastrukturen. Und ich freue mich schon auf eine sehr, sehr spannende Diskussion, auch mit den Panelisten hier zum Thema beispielsweise Cloud-Infrastrukturen. Wie können wir also unabhängig bleiben von großen Tech-Unternehmen, die nicht in Europa ihre Lösungen hosten oder die eben auch die Daten auch von den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern nutzen, um dann Auswertungen zu machen, um sich eben technologischen Vorteil zu verschaffen. Ich glaube, hier haben wir ganz viel Aufholbedarf in Europa und das bedeutet insbesondere auch für die öffentliche Verwaltung, um Vertrauen für die einzelnen Personen in die digitalen Lösungen, in die digitalen Angebote des öffentlichen Sektors zu schaffen, dass wir folgende drei wesentlichen Grundprinzipien sicherstellen müssen und darin auch investieren müssen. Wir brauchen einerseits mehr, viel mehr Unabhängigkeit von Technologie und Infrastrukturanbietern, die nicht in Europa sind. Ich glaube, die Lippenbekenntnisse, die wir vorhin auch von den Politikerinnen und Politikern gehört haben. Wir müssen sicherstellen, dass diese Lösungen, die insbesondere auch in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden und ich bin da sehr besorgt, weil wir hatten gestern ein Workshop IT-Kompetenzen für öffentliche Verwaltung der Zukunft und wir müssen teilweise Lehrangebote, sorry, wenn ich das jetzt so sage, für Microsoft Office Excel anbieten und das in der Bundesverwaltung, in der Landesverwaltung und wir müssen also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung in Produkten schulen, die jetzt nicht in Europa entwickelt worden sind. Wir brauchen also mehr Unabhängigkeit von solchen Technologien, Infrastrukturanbietern, wir brauchen so etwas wie Made in Germany, das ist vorhin ja auch angesprochen worden. Zweiter Punkt, wir müssen auch unsere öffentlichen IT-Dienstleister entsprechend in ihrer Rolle, diese Anwendungen, Datenplattformen, Cloud-Infrastrukturen, sonstige Kommunikationsnetze hier in Deutschland und in Europa entwickeln zu können und die Aufgabenerfüllung dann gemäß unseren gesetzlichen und ethischen Vorgaben auch in der digitalen Souveränität sicherstellen. Um uns auch da unabhängiger zu machen von Lösungsentwicklern, die eben außerhalb von Europa sind. Dritter Punkt, und das sind vier, die ich machen möchte, der dritte Punkt ist, wir müssen auch Forschung und Entwicklung weiter stärken in die Entwicklung von Lösungen Made in Germany. Das betrifft Datenplattformen, das betrifft Cloud-Lösungen, das betrifft aber auch Infrastrukturen wie Kommunikationstechnologien. Wir hatten gestern Mitgliederversammlungen auch von Mitgliedern der Gesellschaft für Informatik und ich habe dort auch aufmerksam gemacht, dass wir aktuell ein Problem haben, dass beispielsweise, es wurde viel in 5G-Kommunikationstechnologie investiert in den vergangenen Jahren, dass aber die nächsten Budgets solche Investitionen in Forschung und Entwicklung nicht vorsehen. Und das sehe ich als eine dramatische Entwicklung, wo wir, glaube ich, als Gemeinschaft auch ein Signal setzen müssen, dass wir hier wirklich mehr in unsere eigenen digitalen Technologieentwicklungen investieren müssen, sowohl in der Forschung als auch in der Anwendungsentwicklung. Und letztlich, ich glaube, das ist auch vorhin schon ein bisschen angesprochen, Kontrollinstanz und Zertifikat für Lösungen Made in Germany, Made in Europa. Wir brauchen Kontrollinstanzen, die, wenn wir schon proprietäre Lösungen auch nutzen, und davon möchte ich nicht unbedingt abweichen, das sind sicherlich auch sehr gute Lösungen, aber wir müssen die Möglichkeit haben, dass wir durch Kontrollinstanzen sicherstellen, wenn das nicht im Hintergrund Daten abgegriffen werden, nicht ausgewertet werden, zu einem anderen Zweck als den, den wir als Bürgerinnen oder Bürger eben dafür die Daten bereitgestellt haben. Und da möchte ich es erstmal belassen. Ich freue mich auf eine weitere gute Diskussion und bin mir sicher, dass wir gemeinsam hier weitere Entwicklungen voranbringen möchten. Danke. Applaus Applaus Ja, meine Damen und Herren, ich habe ja jetzt gerade schon ein bisschen was gehört und ich will die Diskussion ja auch gerne ein bisschen anheizen. Für mich ist Unabhängigkeit nicht zwingend digitale Souveränität. Ich bin da ein bisschen bescheidener unterwegs, nämlich ich möchte eine Bewertungsfähigkeit und eine Entscheidungsfähigkeit haben. Das heißt aber nicht, dass wir unbedingt unabhängig sein müssen. Und in dem Kontext wird sich auch meine Ausführung zum Thema Cloud dann bewegen. Also nicht alles selber machen. Ich glaube, wir werden auch nicht alles in Europa nochmal neu bauen können. Wir müssen aber damit gut umgehen können. Wir müssen es bewerten können und entsprechend auch Entscheidungsfreiheiten haben. Und da bin ich sofort wieder bei Ihnen. Im Moment hängen wir an verschiedenen Kanthaken, an denen ich gar nicht hängen will. Und da müssen wir sicherlich noch eine ganze Menge tun. Aber ich würde erstmal nochmal kurz reinspringen, warum ist mir denn das Thema digitale Souveränität so wichtig? Ich mache schon einen kleinen Bogen zum Thema Informationssicherheit an der Stelle, weil unsere Angriffswelt, die ist ja echt stark unterwegs. Wir versuchen immer zu argumentieren, größter Einfallsvektor ist der Mensch, mit Social Engineering und sonst irgendwas, waren die letzten Jahre auch fast immer so. Aber wir sehen jetzt viel häufiger wirklich ein Back to the Roots, dass wirklich Systeme gehackt werden. Also im letzten Jahr haben wir ganz viele VPN-Systeme gehackt gesehen, wo wirklich Hacker Schwachstellen in den Systemen gesucht haben und dann unmittelbar ohne Social Engineering eben in die Systeme eingedrungen sind. Also wir haben da so einen kleinen Zyklus, hin zu Social Engineering, weg vom Hacking. Jetzt gehen wir wieder ein Stück was Richtung Hacking. So gesehen spielen also die Komponenten, die wir einsetzen, eine ganz wesentliche Rolle. Und in dem Kontext spielt die digitale Souveränität natürlich unmittelbar wieder eine Rolle, weil wir hier an der Stelle Entscheidungsfreiheit zumindest benötigen, dass wir nicht mit einem System eben leben müssen. Und dann fängt man immer mit Risikomanagement an. Eigentlich meint man immer Risikoakzeptanz an der Stelle. Und das finde ich nur bedingt gut. Ich bin durchaus, wer mich kennt, bereit, Risiken zu übernehmen, aber ohne Not. Und nur weil wir uns irgendwo in eine Abhängigkeit reingefangen haben, habe ich keine Lust zu. Da müssen wir was gegen tun. Was können wir denn tun? Ich sehe ja gerade in der öffentlichen Verwaltung noch echten Handlungsbedarf im Sinne von Teamwork. Können wir zusammenarbeiten? Und da sind wir derzeit doch verfassungsrechtlich echt nicht gut aufgestellt, weil wir als BSI dürfen für die Länder und Kommunen nichts machen. Nichts ist nicht ganz falsch. Alles, was wir sowieso an Informationen haben, dürfen wir allen zur Verfügung stellen. Und wir können Amtshilfe machen, wenn was passiert. Ist das ausreichend? Nein. Ich möchte gemeinsam Krisenübungen machen. Ich möchte eine gemeinsame Datenplattform haben, mit denen man ganz schnell und zwar automatisiert Informationen austauschen kann, Lageinformationen austauschen und technische Lösungssysteme im Sinne Detektion gemeinsam auf einer Plattform betreiben. Wir dürfen es, egal wie wir es organisieren, nicht für die Länder machen, aber eine gemeinsame Plattform aufstellen und dann mit dem gleichen Tool zu arbeiten. Das geht allemal. Wenn wir denn das, was im Koalitionsvertrag steht, hinbekommen hätten in dieser Legislatur, nämlich BSI als Zentralstelle zu etablieren. Da hoffe ich noch, dass was geht. Hessen hat sich da ja bewegt. Also vielen Dank dafür. Und wir wollen ja keine Zuständigkeiten irgendwie von den Ländern zum Bund übertragen in diesem Kontext, sondern es ist ausschließlich eine Angebotsöffnung, damit wir für die Länder was tun können. Und da sind die Länder ja total unterschiedlich aufgestellt. Hessen, Paradebeispiel eigentlich, sehr gut aufgestellt. Bayern haben ein Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, haben auch schon ganz viel. Die Baden-Württemberger haben auch viel gemacht. Bei den anderen ist es etwas unterschiedlich bis hin zu mangelhaft. Also sehr heterogene Strukturen. Und da möchte ich eine Angebotsebene hinbekommen. Das Zweite, und das zahlt auch ein Stück was in digitale Souveränität ein, Wir müssen Vorsorge treffen. Vorsorge treffen im Sinne von, lass uns das Potenzial bezüglich IT, aber insbesondere Informationssicherheit in Deutschland wirklich nutzen. Da habe ich gerne einen Blick zu Zendes hinterher rüber, weil das Thema Open Source bietet natürlich ganz viel Potenzial, sowohl was die Funktionalität angeht, aber eben auch, was das Thema Informationssicherheit angeht. Mit Open Source besteht das Potenzial, unabhängige Sicherheitsanalysen zu machen. Ich sage das extra Potenzial, weil wird es wirklich strukturiert gemacht? Nein, ich glaube, das ist noch eine Herausforderung. Und da könnte das Fandis wieder eine starke Rolle spielen. Alles, was da in so ein Depositiv reinkommt, muss mindestens mit einem regelmäßigen Security Audit hinterlegt sein. Das würde durchaus helfen, da deutliche Robustheit hineinzubekommen. Denn Robustheit und Resilienz ist, glaube ich, das wesentliche Thema, was wir machen müssen. Und dazu ist eine Vielfalt an Produkten gar nicht so verkehrt. Auf der einen Seite zu viel Vielfalt finde ich aber auch wieder schlecht, weil wir dann einen ganzen Teil an Synergiepotenzialen verlieren. Und zumindest im Bereich der Informationssicherheit predige ich immer meinen Standardsatz Professionalisierung durch Standardisierung und Zentralisierung. Und da haben wir auch noch ziemlich viel Luft. Die Länder sind da auch sehr unterschiedlich, haben schon ziemlich viel zentralisiert, mindestens die Netze. Im Bund haben wir die Netze auch zentralisiert. Wir haben auch wenige zentrale IT-Dienstleister. Sind die schon so weit, dass sie wirklich den Service so erbringen, dass alle glücklich sind und da gerne reingehen? Nein, das haben wir noch nicht. Und ich glaube, da ist auch noch ein Appell an die Politik. Ein Change kostet am Anfang zumindest Geld. Und ich glaube, es wird sogar dauerhaft mehr Geld kosten, als wir derzeit investieren, weil unsere Informationssysteme in der Bundesverwaltung haben nicht den resilienten Status, wie wir ihn eigentlich in der Zukunft brauchen. Zeitenwende lässt grüßen. So, und was müssen wir noch tun? Regulierung anpassen. Da sind jetzt in der Europäischen Union natürlich drei große Pakete unterwegs. Nämlich einmal die NIS II. Das NIS II Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz. Ist ja gerade im parlamentarischen Raum. Das sieht nicht zu schlecht aus. Da sind ein paar Regelungen drin. Wo ich wieder der Meinung war, da haben Ressort-Egoismen eine gewisse Rolle gespielt. Aber da setze ich auf die Parlamentarier, dass sie das gerade noch wieder glatt ziehen. Zum Beispiel, dass in der obersten Bundesverwaltung, die ja nach NIS II regulieren ist, nur die Ministerien reguliert werden. Die nachgeordneten Bereiche nicht. Total falsch. Da sind die Leistungserbringungen. Da sind die Bedrohungen. Auch wenn das mein Ministerium ungern hört. Wenn das mal ein Tag oder zwei Wochen ausfällt und wir nicht gerade im Krieg sind, ist das nicht ganz so schlimm. Wenn das Bundesverwaltungsamt ausfällt, beispielsweise, oder die Deutsche Rente, oder Bundesagentur für Arbeit, das sieht ganz anders aus. Da müssen wir ran. Da müssen wir die Resilienz hinpacken. Also da brauchen wir Anpassungsbedarf. Der zweite ist das Thema Kritis-Dachgesetz und CER-Richtlinie. Da geht es ja noch mal um die physikalische Sicherheit, diese mit zu adressieren und in ein Gesamtpaket zu packen. Da sind wir ja gerade in der Erstellung der nationalen Umsetzung. Da passen wir vom BSI, soweit wir es können, darauf auf, dass wir keine Doppelregulierung bauen, im Sinne von Anforderung 1 über Kritis, Anforderung 2 über NIS 2 und die passen nicht zusammen, auch gemeinsame Meldeplattformen, um Synergien zu schaffen. Also auch an der Stelle. Bezüglich Zentralisierung, durch Professionalisierung, durch Zentralisierung und Standardisierung sind wir dahinter her, dass es ein CISO-Bund gibt. Gut, das steht jetzt auch schon schön im NIS 2-Umsetzungsgesetz drin. Und wir sind der festen Überzeugung, das muss beim BSI verortet werden, weil wir sowieso die Aufsichtsfunktion für die Bundesverwaltung dann haben. Und da gehört sie hin. Da sind wir doch in einem kleinen Diskurs. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich erwarte, dass das in meiner Amtszeit, die gar nicht mehr so lange ist, geregelt wird. Also dann freue ich mich auf das Ergebnis. Und der letzte Punkt, den ich noch adressieren will, ist, und der ist auch in Sachen Souveränität und Verantwortlichkeit relevant, der Cyber Resilience Act, der ja jetzt auch kommen wird, den finde ich in dem Sinne gut, dass die Verantwortung deutlich mehr zu den Herstellern verlagert wird und nicht immer die Nutzungsbedingungen sagen, verwende es gerne, aber alles, was damit passiert, alles dein eigenes Risiko, wir haben damit nichts zu tun. Das passt nicht, das haben wir in der Automobil- oder Maschinenbauwelt auch nicht. Da brauchen wir die stärkere Verantwortung der Hersteller. Da sehe ich eine kleine Herausforderung im Kontext Open Source. Wie kriegen wir das dahin? Wer ist da der Hersteller, der Produzent? Da haben wir sicherlich ein bisschen was zu tun, aber ich hoffe, dass wir das gelöst kriegen, weil diese Szene, die möchte ich ja wachsen sehen, um eben viele Alternativen bezüglich verschiedener Anbieter zu bekommen. Und damit würde ich erst mal stoppen. Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen, liebe Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich teile die Besorgnis, die in den Eingangsstatements sowohl von Professorin Wimmer als auch von Herrn Schapfüser zum Ausdruck gekommen ist, ausdrücklich. Die Situation ist prekär, was die digitale Souveränität und die Sicherheit der IT in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland anbelangt. Und wenn die öffentliche Verwaltung durch den Sicherheitsvorfall, den auch die Bundesministerin für Bildung und Forschung eingangs erwähnt hat, das Software-Update eines Sicherheitsunternehmens im Auftrag von Microsoft, die öffentliche Verwaltung in Deutschland nicht getroffen hat, dann liegt das daran, dass unsere IT so rückständig ist, dass wir diese Software-Update nicht gebraucht haben. Was auch kein gutes Zeichen ist, um das ganz deutlich zu sagen. Was auch kein gutes Zeichen ist, um das ganz deutlich zu sagen. Also, wir müssen uns da ganz anders aufstellen und deswegen ist es auch der politische Wille und die Absicht gewesen, mit dem Zentrum für digitale Souveränität, das ich als Interimsgeschäftsführer noch in diesem Jahr aufbaue oder mit aufbaue, mit diesem Zentrum für digitale Souveränität Angebote zu schaffen, um Alternativen nutzen zu können. Vor allem Alternativen nutzen zu können, die auf Open Source beruhen. Wir haben in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland sozusagen eine monokulturelle Landschaft. 95 Prozent der IT in der öffentlichen Verwaltung ist proprietär und das hat eben auch ganz gravierende Folgen, auch für die IT-Sicherheit. Und deswegen ist es notwendig, da Alternativen zu schaffen und Angebote, alternative Angebote zu machen. Das funktioniert nicht von selbst und deswegen haben sich Bund und Länder entschieden, mit dem Zentrum für digitale Souveränität sozusagen eine Organisation, eine Struktur zu schaffen, in der man sozusagen die Verbindung herstellen kann zwischen den Anbietern von Open Source Software und der öffentlichen Verwaltung, wo man aber auch Strukturen schaffen kann, in denen die Mechanismen, die die Nutzung, Anwendung und Entwicklung von Open Source Software braucht, auch etablieren kann. Das sind im Moment vor allem zwei Dinge, denen wir uns beschäftigen. Das eine ist tatsächlich die Plattform Open Code, die, wenn man so will, der Ort sein soll dafür, dass Quellcodes offengelegt werden können, dass Open Source Lösungen sozusagen ausgetauscht, gemeinsam idealerweise weiterentwickelt werden können. Denn das ist der wesentliche Unterschied und auch der wesentliche Vorteil und auch das, worauf Herr Schapphüse eingegangen ist, dass wir nämlich mit Transparenz und mit Offenheit einen wesentlichen Faktor dafür schaffen können, dass die IT in der öffentlichen Verwaltung resilienter wird, dass sie sozusagen sich besser schützen kann. Das ist der eine wichtige Punkt. Der andere, das andere wichtige Produkt ist dem Umstand geschuldet, dass Open Source Lösungen in der öffentlichen Verwaltung nicht von selbst etabliert werden und auch ehrlich gesagt nicht besonders beliebt sind. Ich habe nun in unterschiedlichen Funktionen die sozusagen Entwicklung und das Handeln der Verwaltung politisch verantwortet. Und es ist einerseits richtig und mittlerweile ja auch ein großer Konsens darüber, dass politisch gesagt wird, wir wollen, dass mehr Open Source Lösungen in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden und auf der anderen Seite ist es aber, funktioniert es nicht von selbst. Da gibt es dann ganz unterschiedliche Gründe. Aber vor allem wollen natürlich diejenigen, was ich verstehen kann, die für die IT in den Verwaltungen verantwortlich sind, und die wollen eben so ohne weiteres da keinen Wechsel vornehmen. Vor allem, wenn die alternativen Produkte sozusagen, was die Performance anbelangt, was die Leistungsfähigkeit anbelangt, was die Qualität anbelangt, nicht so ohne weiteres konkurrenzfähig sind und besser sind. Dafür müssen wir den Beweis erbringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen haben wir, und das werden wir auf der Smart Country Convention nächste Woche auch vorstellen, ein Produkt, was wir gemeinsam mit Anbietern aus der Open Source Wirtschaft und aus anderen Bereichen auch der öffentlichen IT-Dienstleister entwickelt haben, Open Desk, das den souveränen Arbeitsplatz als alternatives Produkt anbietet, zur Verfügung stellen soll, damit wir die Möglichkeiten haben, in der öffentlichen Verwaltung Open Source einzusetzen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und für die weitere Diskussion, ich fand es sehr spannend und habe mich daran erinnert, Herr Schapphüser, ich war ja knapp zwei Jahre für die Digitalisierung im Land Berlin verantwortlich. Und wir haben bei der Frage, wie diese NIS-2-Richtlinie umzusetzen ist, und da ist ja für die öffentliche Verwaltung der wesentliche Punkt, so sehe ich das jedenfalls, dass die öffentliche Verwaltung durch diese EU-Vorgabe jetzt Teil der kritischen Infrastruktur werden muss. Wir haben das kalkuliert, das war ja meine Aufgabe als CDO, und haben für das Land Berlin bei einem Gesamtbudget für IT von 500 Millionen Euro pro Jahr festgestellt, dass die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie für das Land Berlin 70 Millionen Euro kosten. Würde. Wird. Würde. So, das zeigt auf der anderen Seite die Dimension. Also, wir haben dringenden Handlungsbedarf und wir können vielleicht auch in der Diskussion noch ein bisschen darüber sprechen, wie der und wo der genau umgesetzt werden muss. Das Zentrum für digitale Souveränität jedenfalls möchte einen Beitrag dazu leisten. Vielen Dank. Dann gebe ich das Wort an Dr. André Göbel. Sehr gern. Hallo. Erstmal herzlich. Ich habe aber einen tollen Rückhalt. Na, mal gucken, wie das klappt. Erstmal herzlich Grüße in die Runde. Sorry, dass ich nicht persönlich dabei sein kann, aber wenn Familie im Krankenhaus liegt, dann muss man Prioritäten setzen. Insofern freue ich mich, dass Digitalisierung auch so weit beiträgt, dass wir hier genau in dieser Runde auch hybrid uns den Austausch bieten können. Vieles wurde jetzt schon gesagt. Ja, die Angriffe nehmen zu und die IT-Sicherheit wird künftig noch sehr viel mehr gefordert sein als heute. Das hängt auch mit der veränderten Lage, mit der veränderten geopolitischen Lage zusammen. Und deswegen müssen wir natürlich in Staat und Verwaltung die Handlungsfähigkeit hierin auch spälen. Daten und Prozesse wurden bereits genannt. Und IT-Sicherheit braucht Bewusstsein. Und IT-Sicherheit ist letztlich eine wesentliche Grundlage für das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Unternehmen und allen Teilnehmenden in der Gesellschaft, die letztlich jeden Tag auf uns als Verwaltung angewiesen sind. Denn ohne Verwaltung funktioniert schlichtweg das Betriebssystem unserer Gesellschaft nicht. Die Bürokratie stärkt ja letztlich genau diese Stabilität, warum wir uns in Gemeinschaften, wie beispielsweise eben auch als Deutsche Bundesrepublik, zusammengetan haben. Und die IT-Sicherheit hat sich da innerhalb jetzt weniger Jahre dramatisch verändert. Vieles wurde ja jetzt auch schon angesprochen an den Grundprinzipien. Ich fand auch sehr interessant, wie der Unterschied zwischen Maria Wümer und auch Gerhard Schabhüser jetzt dargestellt wurde, inzwischen der Unabhängigkeit, die wir benötigen, versus der Bewertungsfähigkeit von Technologieanbietern, die wir benötigen. Das ist tatsächlich genau eine wesentliche Frage, die uns im alltäglichen Doing der Weiterentwicklung von Digitalisierung, aber auch der Betrachtung von IT-Sicherheiten und Unabhängigkeitsfaktoren für die digitale Souveränität immer wieder zusetzen werde. Denn wir haben eine Betrachtung, nicht nur der Bewertungsfähigkeit, sondern auch der funktionalen Entwicklung zwischen proprietären Systemen und Open-Source-Systemen beispielsweise. Da geht es gar nicht bei der proprietären Seite so primär um den Log-In-Effekt, sondern um die doch zunehmend große Diskrepanz der funktionalen Vielfalt heutiger Cloud-Angebote beispielsweise. Das wird uns auch im Bereich der IT-Sicherheit natürlich betreffen und auch im Bereich der Abhängigkeit von großen Anbietern. Denn wenn wir heute nicht investieren in auch die Bewertungsfähigkeit von proprietären Infrastrukturen, aber auch in die Souveränität oder Eigenständigkeit von der Entwicklung von Open-Source-Infrastrukturen, dann werden wir weniger Wahlmöglichkeit haben. Weniger Wahlmöglichkeit heißt weniger Wettbewerb. Und das wird definitiv teurer für uns als Staat und undurchsichtiger in der Governance und in der Stärke, wie wir IT-Sicherheit für uns selber auch organisieren können. Die Planungsrat hat deshalb unter anderem die deutsche Verwaltungs-Cloud-Strategie entwickelt und befindet sich da auch mit der deutschen Verwaltungs-Cloud und einer Umsetzungsprojektierung einer eben jenen Multi-Cloud-Infrastruktur, die diesen harten Souveränitätskriterien, zu denen eben auch klar die Sicherheitsfunktionalitäten gehören, annimmt. Das ist aus meiner Sicht ganz wesentliche oder eine der wesentlichen Entwicklungen, wo wir auch nicht alleine sind in Europa. In Frankreich findet eine ganz ähnliche Entwicklung fast in identischer Form auch statt. Und da werden wir uns auch als Europa dadurch stärken, denn das Zusammenspiel genau dieser Instanzen schafft ja auch wieder Möglichkeiten der Souveränität und auch der Abstimmung, wie IT-Sicherheit gemanagt werden kann. Ein zweiter Punkt, der schon angesprochen worden ist, den ich auch sehr spannend finde, ist die Forderung der Stärkung nach eigenen Infrastrukturen. Ich denke, der Punkt, den Gerhard Schaflöser hier genannt hat, dass wir hier vor allem auch Kontrollinstanzen brauchen, der ist ganz wesentlich. Neben der DVC sehe ich da zum Beispiel eben auch die Förderung der Ziele des Zendes als essentiell an. Insofern, herzliche Grüße, Ralf, und vielen Dank, dass du da jetzt auch den Aufbau so weiter vorantreibst. Aber natürlich braucht es auch ein politisches Commitment, denn wir müssen deutlich, aus meiner Sicht, deutlich darüber hinausdenken, denn die zwingend notwendigen Chancen, beispielsweise der Prozessnutzung künstlicher Intelligenzen, die werden uns auf ein ganz anderes Level der Bewertungsfähigkeit von Technologieanbietern zwingen, die wir heute in dieser Form leider noch gar nicht haben. Und das leider drücke ich aus, denn wir sind immerhin die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt und wir sind in Europa ein wesentlicher Faktor für die Weiterentwicklung. Insofern müssen wir uns dort als Deutschland auch unserer Rolle bewusst werden und dieser Rolle auch gerecht werden. Deshalb hat auch Maria Wimmer komplett recht. Ich greife jetzt einfach mal alle meine Vorredner so ein Stück weit auf. Die Digitalisierung ist auch eine Investition in die Zukunft. Wir müssen über Investitionen trotz der angespannten Haushaltslage und ich möchte fast sagen, wegen der angespannten Haushaltslage reden, denn die Investitionen in die Zukunft der digitalen Verwaltung ist kein Nice-to-have, sondern es ist eben genau diese Sicherung des Betriebssystems unserer Gesellschaft. Wir müssen politisch wachrütteln, dass Digitalisierung somit auch eine Daueraufgabe ist und meine Damen und Herren, das gleiche ist wahrscheinlich Eulen nach Athen, unter Ihnen sind vielleicht zu wenige Haushälte, aber unsere jahresübergreifenden Budgets sind extrem klein und zum Teil haushalterisch gar nicht zugelassen. Digitalisierung als Daueraufgabe zu definieren, ist deshalb auch entsprechend die finanzielle Absicherung. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass sich Bund und Länder jetzt auf einen neuen Staatsvertrag geeinigt haben, der ab 1. Januar 2025 gelten wird und erstmalig ein jahresübergreifendes Budget für Digitalisierungsvorhaben ermöglichen wird. Das im Jahr 2024 sagen zu dürfen, ist sicherlich an der Zeit und ich freue mich, dass das jetzt möglich wird. Zunächst sind hierfür 20 Millionen Euro Bahnzeit. Da wir alle wissen, dass wir in Bund, Ländern und Kommunen jährlich mehrere Milliarden in IT und Digitalisierung investieren, so wissen wir mit, denke ich auch mit diesem Stand, dass der neue Mechanismus nur ein Anfang sein kann, denn wir alle wissen, dass wir die Digitalisierung gemeinsam kostengünstiger entwickeln und betreiben können. Letztlich mache ich jetzt auch Eigenwerbung, dafür stehen wir natürlich auch als FEDCO, als föderale IT-Kooperation in Partnerschaft mit dem Ökosystem. Ja, zu guter Letzt sei gesagt, dass wir mit diesen Kooperationen eben auch nicht nur Mehrwerte für die Umsetzung schaffen werden, sondern und auch aktuell schon schaffen, sondern auch gemeinsam die Unterstützung für die Kleinsten in der föderalen Gemeinschaft leisten, nämlich unsere Kommunen, insbesondere kleinere Städte und Gemeinden, die sich unter der Bedrohungslage, wie es jetzt eingangs gesagt wurde, eben nicht mehr selber wehren können. Gerade im Bereich der IT-Sicherheit und gerade auch in den zunehmenden Abhängigkeiten von Cloud-Infrastrukturen ist das für Kommunen schlichtweg nicht mehr möglich. Auch deshalb ist es so wichtig, dass wir in Kooperationen das gemeinsam vorantreiben. Auch deshalb ist es wichtig, dass Investitionen wie in Scenes und in eigene Infrastrukturen hier ein zentrales Angebot schaffen, auf das zurückgegriffen werden kann von all denjenigen, die es benötigen und nicht zurückgegriffen werden muss im Sinne des Wettbewerbs. Damit möchte ich mal schließen. Vielleicht waren da ein paar Impulse dann auch für die Diskussion dabei. Ja, ganz herzlichen Dank auch André Göbel. Ich möchte ganz gerne aufgreifen. Es wurde ja immer wieder darauf hingewiesen, dass wir jetzt investieren müssen. Aber es kam aus allen Beiträgen ja auch heraus, dass sozusagen die Rendite nicht sofort abgreifbar ist. Und das ist natürlich aufgrund der Bedrohungslage eine Herausforderung. Natürlich für Bund, auch für Länder, aber insbesondere auch für die Kommunen. André Göbel sagt es gerade, die sind ja in unterschiedlichen Größenklassen unterwegs. Und sehen Sie sich natürlich jetzt aktuell bedroht und müssen Antworten finden, wo eben halt die Kompetenzen nicht unbedingt in der oder das Bewusstsein, um es wie Herr Scharpöse auszudrücken, noch nicht so geschärft ist, Alternativlösungen noch nicht verfügbar sind oder sich in Entwicklung befinden. Und auch das Thema Cloud ist ja auch nichts, was ich jetzt direkt schon sozusagen out of the box nutzen kann. Welche weiteren Möglichkeiten gibt es? Gibt es vielleicht Projekte, die wir auch, wir müssen nicht das Rad hier immer neu erfüllen, die wir auch aus dem europäischen Ausland eventuell hier direkt auch nutzen können, wo wir sagen können, dass wir auch für diese Zeitspange, unabhängig von der Finanzierung, was André Göbel auch gerade sagte, zwischen dem, was jetzt ist und dem, was wir jetzt mittelfristig oder langfristig entwickeln werden, auch Lösungen schon haben? Gibt es da etwas, wo wir sagen können, da können wir darauf aufsetzen? Das kann die eine oder andere Lücke gegebenenfalls schon mal helfen abzudecken. Gerne an das Panel. Ich gucke jetzt gerade mal hier vor Ort, wer dort vielleicht mit starten möchte. Maria Wimmer? Ja, ich kann gerne starten. Ich glaube, die Diskussion hat auch die Komplexität und Vielfalt, die wir hier eigentlich brauchen und teilweise auch haben, dass wir die weiter auch benötigen. Ich kann jetzt von einem Beispiel berichten. Es gibt ja von der Europäischen Union aktuell sehr viele Investitionen in das sogenannte European Digital Identity Wallet. Da ist auch Deutschland mit beteiligt an, ich glaube, zwei Projekten. Es sind ja vier Großprojekte aktuell gefördert. Ich bin minimal dort auch mit involviert. Was ich dort wahrnehme, zunächst mal, das europäische Digital Identity Wallet ist ja auch in der EIDAS 2, also 2.0 Version, aufgenommen worden. und dies schafft eine Möglichkeit der Identifizierung und der Souveränität der einzelnen Personen, die Daten selbst zu verwalten und dann eben bereitzustellen, wenn ich eben in einem digitalen Verfahren diese bereitstellen möchte. Sei das jetzt zum Beispiel Zertifikate oder Vorzeigen des Führerscheins. In unterschiedlichen Bereichen werden diese Credentials auf dieses selbst in der Hand habende Wallet gespielt werden können. Wir müssen dafür die Infrastrukturen aufbauen. Das passiert teilweise, ich bin ein bisschen besorgt über die Beteiligung in Deutschland. Es gibt ja aktuell auch mit dem Sprint-Wettbewerb mehrere Konsortien, die sich jetzt da bewerben, dieses Wallet für Deutschland zu entwickeln. Aus den Projekten auf der europäischen Ebene nehme ich aber wahr, okay, wir machen jetzt erst mal nur einen Tester und eine Pilotierung und es ist dann ein Wegwerfprodukt. Ich finde das ein bisschen besorgt, solche Aussagen, weil eigentlich müssen wir alle zusammenstehen und gemeinsam investieren in solche Lösungen, um genau diese digitale Souveränität bereitzustellen. Ich will das als erstes Beispiel hier mal nennen, digitale Identitäten, sind ein sehr zentrales Thema, eben auch in der digitalen Souveränität und sicherlich haben meine Kollegen hier am Panel auch noch einiges zu ergänzen. Vielleicht direkt dazu. Würde ich den Ball gleich aufnehmen und elektronische Identitäten und E-Wallet sehe ich genauso. Also wenn wir das verpassen, haben wir wirklich was verpasst. Da sind sich aber die Ministerien derzeit einig, dass wir mit Vollgas in eine Richtung und nicht in verschiedene Richtungen galoppieren. aber das ist erstmal eine positive Entwicklung. Ein positives Beispiel, auch Open Source, würde ich gerne nennen, was eher so in der Sicherheitscommunity eine Rolle spielt, nämlich das Malware Information Sharing Programm und Plattform, die Open Source mäßig von Belgien primär entwickelt worden ist und von dort dann und Luxemburg entwickelt worden ist und von dort wirklich eine große Verbreitung hinbekommen hat. Also man sieht daran, wenn man europäisch zusammenarbeitet, findet man auch europäisch weite Nutzer und dann wächst das System auch. Also das würde ich gerne als sehr positives Beispiel einfach mit in den Raum stellen. Das war jetzt ein konkretes Beispiel aus der Open Source Community und damit würde ich erstmal ein klein wenig weitere Open Source Möglichkeiten geben. Ja, vielleicht nur ganz kurz. Ich habe ja schon die beiden Produkte genannt, mit denen sich Zendes beschäftigt, die Open Code Plattform und den souveränen Arbeitsplatz. Wir arbeiten auch daran, weil das auch unser Auftrag ist seitens der Politik, daran, dass diese Lösungen auch europäisch genutzt werden können. Wir arbeiten innerhalb der EU, aber auch außerhalb, zum Beispiel mit der Schweiz, da intensiv zusammen und wollen das gerne, dass das gemeinsam genutzt werden sollte. Ist aber ehrlich gesagt so, dass wir da in Deutschland mit diesen beiden Produkten jedenfalls schon relativ weit sind und auch im Vergleich zu den anderen. Das ist so der eine wichtige Aspekt. Der andere Aspekt, der mir zu Ihrer Frage noch wichtig ist, ist der Hinweis auf die Kommunen. Da hat sich nach meinem Eindruck in den vergangenen Jahren doch wirklich einiges getan. Also zunächst mal haben Bund und vor allem auch Länder verstanden, dass die gesamte digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung nur mit den Kommunen möglich ist und dass die Kommunen auch entsprechend dabei unterstützt werden müssen. Und die Flächenländer, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen zum Beispiel, die haben Thüringen, die haben Strukturen geschaffen, in denen diese Zusammenarbeit besser funktioniert, in denen die Kommunen besser unterstützt werden, in denen wir jenseits dieser Idee von einer für alle, die ja so doch immer wieder an ihre Grenzen stößt, und dass diese sozusagen Zusammenarbeit möglich ist, dass die Kommunen davon profitieren können, was auch in den Ländern passiert und nicht zuletzt da, und dann kann ich gerne an André weitergeben, natürlich auch unterstützt wird durch solche Strukturen und Organisationen wie die FITCO. Ja, André. Ja, den Ball kann ich natürlich gerne aufnehmen, denn da gibt es ja nicht nur Projekte und Beispiele, sondern auch ganz konkrete Vorgaben. Nehmen wir mal die Informations- und Sicherheitsrichtlinie, das ID-Planungsrat, die ist verbindlich für Bund und Länder und ist auch entsprechend empfohlen für die Kommunen. Warum macht man da jetzt einen Unterschied? Das nennt sich Konnexitätsprinzip. Wenn halt von oben was verordnet wird, dann muss oben auch bezahlen und da sind oben dann die Kassen meistens leer. Ja, trotzdem brauchen wir eine gemeinsame Verbindlichkeit da drin. Und deswegen ist die Informations- und Sicherheitsrichtlinie kein Nice-to-have, sondern auch da drin konkrete Handlungsfelder, die sich mit den heutigen Anforderungen decken, nämlich die Forderung der Einführung eines Informations- Sicherheitsmanagementsystems, die Absicherung der Netzinfrastrukturen und wie das auch im Bund-Länder-Verbund mit den Kommunen gemeinsam funktioniert. Die zum Beispiel Standards, die eingehalten werden müssen für ebenenübergreifende Verfahren. Genauso wie geregelt ist, wie eine gemeinsame Abwehr von IT-Eingriffen funktioniert oder eben auch welche Standards bei der Produktsicherheit gelten. All das sind wesentliche Dinge und wir müssen noch viel stärker dazu kommen, dass die Richtlinien nicht nur verabschiedet werden, sondern dass sie eben auch kommuniziert werden, dass deren Einhaltung eingefordert wird und dass wir damit auch zu einem höheren Niveau kommen. Wir tragen als Fitgo natürlich auch selbst eine Verantwortung, deswegen gibt es bei uns einen sogenannten Kommunaldialog, um mit den Kommunen bei der organisatorischen Umsetzung dieses Grundschutzes auch zu helfen. Das BSI unterstützt hier ganz, ganz stark, hat auch eigene für Kommunalebene beispielsweise eigene Veröffentlichungen rausgebracht, die nochmal einen ganz anderen Blick auch auf die Komplexität in der Kommunalverwaltung darstellen. Das ist schon sehr, sehr wichtig und zuletzt sei auch genannt die AG Informationssicherheit, die direkt ein Gremium des IT-Planungsrates ist, in dem gemeinsam über alle föderalen Ebenen hinweg diese Fragen der Informationssicherheit, der Netzabsicherung und der künftigen Investitionen besprochen werden. Das ist ganz wichtig und da nimmt uns auch die NIST 2, die vorhin schon genannt wurde, nicht aus. Die brauchen wir einen gemeinsamen Blick abseits der haushalterischen Zwänge, die damit verbunden sind. Denn letztlich wurde es ja vorhin auch richtig gesagt, wenn in der Kommune Stillstand ist, dann betrifft das direkt und zwar im Tagesleben die Bürgerinnen und Bürger. Wenn die im Tagesleben eingeschränkt sind, werden sie das Vertrauen in den Staat verlieren. Und diese Erosion, die bekommen wir durch die aktuellen Wahlen ja auch mit. Und deswegen ist es einfach unsere gemeinsame Zuständigkeit, dies zu verbessern. Wir können festhalten, es gibt eine, die Awareness ist da sozusagen, dass die Problematik existiert. Wir sind dabei, die Strukturen zu schaffen. Wie gesagt, es dauert. Es ist nichts, was da ist. Und wir haben natürlich die große Frage, wer finanziert ist und wie wird es finanziert. Du hast schon gesagt, Konnexitätsprinzip. Es ist ja wirklich eine Diskussion auf den diversen Ebenen. Da kommen wir auch schon ein wenig wieder in die Föderalismus-Debatte, die wir ja auch im Kontext anderer Überlegungen hatten. Ich sage nur, Dresdner Forderung und ZG 2.0. Wie kann man sozusagen die kommunale Handlungsfähigkeit noch garantieren und gleichzeitig in den föderalen Strukturen eben halt auch ermöglichen, dass Lösungen auch nachgenutzt werden können. Wenn ich jetzt konkret an die Fälle denke, die wir jetzt hatten in der Vergangenheit, wo eben halt auch ganze Kommunalverwaltungen mehrere Tage lang komplett brach lagen. Wie gesagt, Awareness ist da. Die Frage ist, wie komme ich an eine Lösung dran? Wie kann ich das sozusagen umsetzen? Haben wir da ad hoc Möglichkeiten, da eine Unterstützung zu leisten? Die Frage geht hier an die Runde und gleichzeitig möchte ich auch noch, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit, auch die hier anwesenden im Raum bitten, wenn sie Fragen haben, dass sie sich vielleicht melden oder gegebenenfalls auch online. Kurz dazu und dann gerne anschließend aus dem Panel. Wer möchte? Herr Schafise? Also können wir dazu beitragen, allemal? Ich hatte ja eben gesagt, alles neu erfinden ist vielleicht gar nicht der richtige Weg, sodass wir uns als BSI zum Beispiel eine Cloud-Strategie gegeben haben, die mit dem Ziel operiert, dass eben auch die öffentliche Verwaltung ihre Anwendung in die Cloud durchaus bei den großen Hyperscalern hineinbekommt. Erste Botschaft. Zweite Botschaft, dass aber nur dann, wenn das Thema Datensouveränität sichergestellt ist. Da muss man natürlich noch eine ganze Menge tun und technisch ist das eigentlich kein Hexenwerk. Man kann das mit anständiger Verschlüsselung, wo die Schlüssel unter Kontrolle des Nutzenden ist und auch wirksam unter der Kontrolle des Nutzenden ist, durchaus hinbekommen, sodass Data at Rest, Data at Transit alles schön geschützt ist. Selbst zur Laufzeit im Hauptspeicher kann man damit durch Virtualisierungstechniken und ein paar technische Absicherungen noch ziemlich viel erzeugen. Da ist noch ein bisschen was zu investieren. Kein Hexenwerk, aber es muss gemacht werden. Und dann denke ich, kann man eben auch mit Anwendungen da reingehen. Und auf der Anwendungsebene kommt dann wieder das ganze Thema Open Source und ähnliches durchaus als möglicher Weg. Natürlich sind wir an anderen Stellen bei Microsoft durchaus etwas enger gekoppelt. Das liegt auch an ihrem Geschäftsmodell. Da werden wir nicht so ganz frei rauskommen. Beim Arbeitsplatzrechner natürlich. Sie sagten, das ist ja eher ein browserbasierter Ansatz, sodass man keine Anwendung auf dem System selber braucht. So viel vielleicht als kleiner Impuls. Dann würde ich gerne eine Frage aus dem Panel zulassen. Wenn Sie sich kurz vorstellen. Dr. Lepper aus Berlin. Ich hätte zwei Fragen oder zwei Anmerkungen. Also erst mal muss ich vorausschicken, ich bin kein Verwaltungsexperte. Ich finde das sehr interessant und stelle auch fest, dass hier sehr viele verschiedene Ansätze da sind. Ich habe auch zwei Dinge, die mich sehr, sehr ärgern. Zum einen wird ja gesagt, die Verwaltung ist das Betriebssystem unserer Gesellschaft. Und zum anderen wird ja über NTS 2 mit 70 Millionen Euro gesprochen, als sei das viel Geld. Das ist doch nichts. Entschuldigung. Das ist ein Fünftel von diesem blöden Humboldt-Forum, was kein Mensch braucht in Berlin. Das sind was, weiß ich, das sind vielleicht 700 Meter Autobahn. Wohüber reden wir eigentlich? Wenn das wirklich das Betriebssystem. Wir sollen sie auf 700 Meter Autobahn weniger bauen. Ich bin in dem Fall Fahrradfahren. Und das Zweite, es hieß hier öfter mal Made in Germany. Das ist etwas, ein Open Source, etwas daneben. Sorry. Weil alle Open Source-Projekte, die ich kenne, mit denen ich arbeite, sind erst mal weltweit. Und wenn man Open Source was machen muss, dann bitte schön auf europäischer Ebene. Wo sind die Institutionen, die hier tolle Arbeit machen, aber wo sind diese Institutionen auf europäischer Ebene? Wo ist eigentlich so eine Open Source-Plattform auf europäischer Ebene? Wo sind die Open Source-Unterstützungs-Initiativen auf europäischer Ebene? Das geht nicht Made in Germany, das geht auch nicht Made in France, das geht auch nicht Made in Italy. Das ist völlig unmöglich. Applaus Da fühle ich mich jetzt angesprochen. Sie haben da völlig recht. Das Letzte habe ich ja erwähnt, dass wir da ganz bewusst bei unserem Produkt Open Code die Zusammenarbeit mit anderen suchen, innerhalb der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus in Europa, weil wir das genau so sehen. Es ist ganz wichtig und ganz essentiell, das auf eine europäische Ebene zu heben. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass digitale Souveränität sich nicht in Deutschland allein, sondern nur in Europa tatsächlich realisieren lässt. Da bin ich völlig Ihrer Meinung. Und das mit den 70 Millionen, ja, das ist so. Also so kann man das darstellen. Ich habe extra, aber auch die sozusagen Verhältnismäßigkeit angesetzt. Ich bin dafür jetzt ja politisch nicht mehr verantwortlich. Aber wenn Sie ein Budget von 500 Millionen haben und Sie brauchen 12 Prozent für etwas Neues oder 12,5 Prozent, dann ist das eine Herausforderung. Jedenfalls in Berlin und auch in anderen Ländern ist das so. Also es ist dann nicht so einfach oder man kann auch sagen, unmöglich dafür, die Ressourcen zu bekommen. Ja, ich würde hier gerne auch noch mal kurz anschließen. Einerseits zum Thema Made in Germany, Made in Europa. Wir hatten ja mehrfach eben auch, hier stimme ich Herrn Dr. Kleinig auch voll zu, europäische Kompetenzen und Entwicklungen in Europa mit angesprochen. Und gerade die Open Source Community, da bin ich ganz auf Ihrer Seite, ist auch weltweit unterwegs. Aber dort haben wir auch den Vorteil, dass wir uns den Code auch anziehen können und inspizieren können. Ich glaube aber auch, dass wir ein bisschen mehr stolz sein sollten, Dinge in Deutschland auch zu entwickeln. Ich gucke jetzt hier auch Frau Regnitz an, dass wir wirklich mehr stolz sein dürfen, auch in Deutschland Entwicklungen zu machen und voranzutreiben, die dann vielleicht auch europaweit genutzt werden oder auch weltweit genutzt werden. Aber diese Entwicklungen sind dann eben auch ausgestattet mit den Ansprüchen der Vertraulichkeit, der Sicherheitsansprüche, die wir in unserer Welt erwarten. Das ist eben in anderen Bereichen nicht so. Und wir wissen, dass der Zugang zu den Daten unseren Tech-Konzernen großen Vorteil verschafft hat, um eben die Nase vorn zu haben. Ich glaube, wir dürfen jetzt nicht hier klein kuschen und sagen, okay, die anderen haben es viel besser gemacht. Wir müssen halt auch mal anfangen und es besser machen. Das möchte ich ganz stark betonen. Mit Klick auf die Zeit möchte ich noch eine Frage zulassen und den Rest dann vielleicht bei denen, die hier vor Ort sind. Wir sind in der Kaffeepause. Ja, mein Name ist Harald Wehnes. Ich bin Sprecher des GI-Präsidiumsarbeitskreises Digitale Souveränität. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit digitaler Souveränität. Aus meiner Sicht haben wir kein Geldproblem, wenn man sich anschaut, wie viele Milliarden in digitale Abhängigkeit investiert werden. Beispiel Oracle, 5 Milliarden. Man redet davon, Bundesvertrag im Hinterzimmer, keine Ausschreibung. Noch kommen dazu. Zweites, es gibt viele Themen, auch Microsoft, starke Abhängigkeit. Ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt noch Delos Cloud zu verwenden. Das ist ja eine Azure Cloud und diese Abhängigkeit zu erhöhen. Dritter Punkt, wir haben jetzt gerade ja das Intel-Thema gehabt. Das sind 10 Milliarden, die man ausgeben wollte, einen Unternehmen, das Marktmachtmissbrauch hatte oder gemacht hat zu Lasten europäischer Konkurrenten, zu Lasten der europäischen Verbraucher und es gab eine Bestrafung der EU in Höhe von einer Milliarde Euro. Also wir müssten meines Erachtens Appell an die Politik schauen, dass die Sonntagsreden, die wir haben, zu digitaler Souveränität, zu Open Source, dass die wirklich täglich in der Praxis umgesetzt werden. Danke. Das war weniger eine Frage, sondern ein Statement und ich finde das fasst nochmal wunderbar zusammen. Also von daher ganz herzlichen Dank an meine Panelisten online und vor Ort und an das Publikum hier und ja, ich wünsche noch eine weitere spannende Veranstaltung. Noch mal kurz zwei Minuten. Vielen Dank auch von Tag, Tag, Tag. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Jetzt gibt es eine Kaffeepause. Wir treffen uns wieder um 11 Uhr mit einem spannenden... Gut, die Reihen füllen sich wieder. 11 Uhr, wir machen weiter. Kommt rein. Es sind noch Plätze frei. Eben haben wir über das Thema digitale Souveränität in der öffentlichen Verwaltung gesprochen. An der einen oder anderen Stelle wurden auch Fragen der IT-Kompetenzen angesprochen bei der öffentlichen Verwaltung, bei den Entscheidungsträgern und ich glaube, das ist eine ganz gute Vorlage für unseren nächsten Themenblock. Wie Sie, wie ihr alle wisst, die Bildungsthemen treiben uns auf den unterschiedlichsten Ebenen um. in der Wissenschaft, in den Hochschulen, in den Schulen, aber auch ganz grundsätzlich. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das Thema jetzt noch mal vertieft betrachten können. Wir kriegen gleich einen wunderbaren Impuls zu hören zum Thema AI for Democracy. Die Frage, was kann KI, vor allen Dingen vielleicht auch, welche KI-Kompetenzen brauchst du denn, damit wir unser demokratisches Miteinander entsprechend gestalten können. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Florian Rampelt gleich auf die Bühne kommen wird. Er wird einen kurzen Impuls geben und dann ein Panel zum Thema KI- und Datenkompetenzen moderieren. Florian leitet beim Stifterverband den Bereich Digitale Bildung und Future Skills. Er leitet den KI-Campus. Mittlerweile auch, kann man sagen, ein langjähriger Partner der Gesellschaft für Informatik. Ich selber darf ja auch im Beirat ein Stück weit mitwirken. Eine Weiterbildungsplattform im Bereich der KI-Kompetenzen. Ich weiß, dass viele von Ihnen da auch mit Lerninhalten, Lehr- und Lernvideos aktiv sind und sich beteiligen. Von daher, Florian, the stage is yours. Bitte schön. Ja, lieber Daniel, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier auch dieses Jahr wieder dabei sein zu dürfen. Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, nicht allzu viel Werbung für den KI-Campus zu machen. Das hat ja schon ganz gut funktioniert. Wenn ich hier so in die Reihen schaue, ist es tatsächlich so, dass sich ja einige schon engagieren in unserer Gemeinschaftsinitiative. Und wir haben im Vorfeld unter diesem Aspekt der Souveränität eben uns überlegt, was ist es denn, was da noch eine andere Perspektive drauf sein kann, wie wir die stärken können. Und eine Initiative, in der ich beteiligt bin seit einem knappen Jahr, ist eben AI for Democracy. Und ich möchte gerne euch und Sie heute darin mitnehmen, sich dafür zu begeistern, dass wir alle die Möglichkeit haben, eine demokratische Gesellschaft mitzugestalten, bei all den Herausforderungen, die wir sehen, und dafür gegebenenfalls auch die Potenziale von digitalen und von KI-Technologien zu nutzen. Aber warum müssen wir das eigentlich? Warum wollen wir das eigentlich? Wir sehen, dass nicht alle Menschen in Deutschland Informatikerinnen und Informatiker sind. Es gibt eine Studie noch aus 2022, die sagt, 90 Prozent der Deutschen kennen KI als Begriff. Wahrscheinlich sind es inzwischen 99 Prozent der Deutschen. Nur 29 Prozent davon würden sich trauen, KI zu erklären. Und es gibt eine sehr aktuelle, globale Erhebung, die den Ipsos AI Monitor, der sagt, dass über 59 Prozent der Deutschen sich nicht zutrauen würden, KI zu erkennen, einschätzen zu können, in welchen Diensten, in welchen Services, in welchen Tools eigentlich künstliche Intelligenz steckt. Interessanter Fun-Fact dazu, in China wären das nur 10 Prozent, die sagen, sie würden sich nicht zutrauen, KI zu erkennen. Ob das jetzt eine positive Begründung als Hintergrund hat oder nicht, überlasse ich ihrer Interpretation. Es ist schwerer denn je, unterscheiden zu können, nicht nur in Produkten und Services, sondern in ganz normalen Inhalten und Content, was ist eigentlich echt, was ist eigentlich KI generiert. Nicht alle werden dieses berühmte Foto des Papstes kennen, vielleicht nicht alle kennen dieses Bild und die dazugehörigen Videos unseres Kanzlers. Das ist ein Beispiel, das die Plattform Lernende Systeme auf ihrer Schwerpunktseite zu Deepfakes hat, das inzwischen nicht mehr veröffentlicht werden kann, weil ein Video generiert wurde, in dem unser Kanzler Aussagen, politische Aussagen trifft, die er so nie getroffen hat und das unvergleichbar echt aussieht. Es führte zu einem Verbot der Verbreitung dieses Videos. Das Bild ist echt. Das Video, das man auf Grundlage dieses Bildes erstellen kann, ist es nicht unbedingt. Und wir müssen uns die Frage stellen, welche Konsequenzen wir daraus ziehen können. Wir erleben eine technologische Disruption durch KI. Ich habe mich lange geweigert, den Begriff Disruption zu verwenden im Kontext der Digitalisierung. Ich glaube, spätestens seit generativer KI sind wir dort angekommen. Wir erleben eine Revolution in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen, insbesondere auch mit Relevanz für Demokratie und politische Teilhabe, in der wir erkennen, dass die, die unsere Demokratie gestalten, aber gerade auch die, die zum Beispiel wählen, die unsere demokratischen Repräsentantinnen und Repräsentanten aussuchen, nicht über das notwendige Wissen und die Kompetenzen im Umgang mit KI verfügen. Und gleichzeitig sehen wir immer wieder tolle erste Ansätze, aber zu wenig Fokus auf zivilgesellschaftlich relevante, auf gemeinwohlorientierte Innovationen im Kontext von künstlicher Intelligenz. Und die OECD hat da so, ich finde, eine schöne Grafik auch zur Aufgabe von Bildung, Daniel, gemacht, nämlich ein Race of Education and Technology. Wir müssen auch mit unseren Bildungsangeboten und mit Bildungsansätzen mitwirken daran, dass nicht neue soziale Ungleichheiten entstehen, und dass nicht größere Verwerfungen in unseren Gesellschaften entstehen. Und wir glauben, dass wir dazu einen Beitrag leisten können mit unterschiedlichen Ansätzen und Initiativen. Und eine Initiative, die nicht wir initiiert haben, sondern eine Gruppe anderer Akteure, eine Politikberatung und eine wirkungsorientierte Organisation, FINEO und Cosmonauts & Kings, ist AI for Democracy, eine Allianz, die sich als erste Wirkungsallianz für innovative Lösungen an der Schnittstelle an der Schnittstelle von Demokratie, Gesellschaft und künstlicher Intelligenz versteht, um wirkungsorientiert Veränderungen zu erreichen. Es sind immer mehr Leute, da sind sicherlich nicht auch alle dabei, die beteiligt sind. Ich weiß, dass zum Beispiel vom TUM Think Tank von der TU München hier auch Akteure mit beteiligt sind. Es sind Akteure wie Korrektiv, die vielen vielleicht bewusst wurden durch die Auseinandersetzung mit dem berühmten Treffen in Potsdam, Better Place, auch der KI Campus und der Stifterverband, Project Together, viele, viele Akteure beteiligt, die sich gemeinsam die Frage stellen, wie können wir ein Narrativ schaffen, in dem KI nicht weiter nur die Bedrohung für unsere Demokratie ist, sondern in der wir proaktiv Mitgestalter sein können, in der wir vor die Welle kommen, in der wir Ansätze finden, die KI nutzbar machen, um unsere Demokratie zu stärken. Wir haben das in zwei Säulen aufgeteilt, einen Accelerator mit Fokus auf KI-Lösungen und KI-Entwicklungen und ein AI Literacy Programm mit Fokus auf KI-Bildung, was ja auch gleich Bestandteil unserer Diskussion sein wird. Im Accelerator ist insbesondere Next Coder, eine ganz tolle Initiative, die sicherlich einige hier auch kennen werden, aktiv, die sich damit auseinandersetzen, wie eigentlich demokratische Parteien aufholen können, aufholen können in Zeiten, in denen nicht-demokratische Akteure TikTok übernommen haben und andere Kanäle. Und was gemacht werden muss, um Menschen zu unterstützen, Politikerinnen und Politiker zu unterstützen, aber eben auch Wählerinnen und Wähler darin zu begleiten, demokratisch fundierte Einschätzungen vornehmen zu können und KI dafür auch nutzbar zu machen. Und ich habe drei kleine Beispiele aus dem ersten Accelerator-Programm, das die Initiative umgesetzt hat. Social Puls setzt sich zum Beispiel damit auseinander, wie neue junge Politikerinnen und Politiker in ihrer politischen Arbeit sicherstellen können, dass sie das widerspiegeln, was auch das Wahlprogramm ihrer Partei abzeichnet. Das heißt, KI-basierte Analysen ihrer Reden, ihrer politischen Äußerungen, um immer wieder sicherzustellen, dass es ein gemeinsames Narrativ demokratischer Parteien gibt, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt, den sie auch so vertreten können. In Zeiten der Unsicherheit, Unsicherheit, die wir ja gerade auch innerhalb der großen etablierten Parteien sehen. Leveling ist eine Initiative, die kürzlich auch einen Preis gewonnen hat, die sich auseinandersetzt mit der Frage, wie können wir TikTok besser verstehen, wie können wir Trends, wie können wir Themenentsetzungen verstehen. Sie haben das ein Social Listening Tool genannt. Ein Tool, das zivilgesellschaftliche Akteure und Politikerinnen und Politiker dabei unterstützen kann, Trends zu identifizieren, zu analysieren und diese auch hervorzuheben und mitzugestalten, aufspringen zu können, reagieren zu können, proaktiv mitgestalten zu können. Und Find the Concerns als eine Initiative, die mit Umfragen und statistischen Analysen basiert auf KI unentschlossene Wählerinnen und Wähler identifizieren möchte, ihre Erwartungen und Bedürfnisse stärker ausdifferenzieren möchte, um ihnen begegnen zu können. Um ihnen begegnen zu können in Zeiten, in denen unentschlossene Wählerinnen und Wähler sich vielleicht in der Tendenz dann doch eher für nichtdemokratische Alternativen entscheiden, was nicht unser Anliegen und unser Ansinnen sein sollte. Und das, was ich vertrete mit meiner Arbeit, meinem Team und mit dem KI-Campus nennt man in der Initiative Civic AI Academy, ich spreche lieber einfach von AI Literacy, ist die Frage, was können und was müssen wir eigentlich tun, um KI-Kompetenzen in der Breite zu stärken. Wir haben gerade schon gehört, der KI-Campus ist eine Online-Plattform mit großartigen Online-Kursen von Informatikerinnen und Informatikern, von Gesellschaftswissenschaftlerinnen, von Initiativen, hat viele spannende Ansätze entwickelt, aber wir haben zum Beispiel auch lange die Diskussion geführt, wollen wir eigentlich auf TikTok gehen? Wir sind auf TikTok gegangen und wir glauben, das ist der richtige Weg, um auch hier einen proaktiven Gestaltungsanspruch mit vornehmen zu können. Wir arbeiten insbesondere im Bereich der Allianz mit Better Place, einer tollen Initiative aus Berlin zusammen. Was wir uns als Frage gestellt haben, Anfang dieses Jahres, ist KI-Kompetenz für Demokratie, was ist da eigentlich besonders wichtig? Und das war ganz trivial, wir haben erstmal auf dem KI-Campus gesucht, was sind zentrale Aspekte, was sind zentrale Angebote, die andere schon vielleicht nicht unter dem Claim der Demokratieförderung entwickelt haben, die für uns aber im Kern stehen. Und ich möchte hier nur ein Beispiel geben, weil das, glaube ich, wichtig ist für uns alle, weil das wichtig ist für Parteien, weil das wichtig ist für Wählerinnen und Wähler, wichtig ist für Unternehmen. Wir haben ein ganz tolles Angebot, unter anderem mit der Wirtschaftsinformatikerin Claudia Lemke entwickelt, das sich mit Daten- und Algorithmenethik auseinandersetzt, das sich auseinandersetzt, eben mit Grundprinzipien, ethischen Grundprinzipien der Auseinandersetzung mit Daten und Algorithmen, die sich unterscheiden lassen, wenig überraschend, Transparenz, Gerechtigkeit und Fairness, Schadensvermeidung, Rechenschaftspflicht und Privatsphäre. Und es gäbe sicherlich noch einige andere, die Sie hier heute nennen würden. Also eine ethische Auseinandersetzung mit KI und KI-Systemen ist sicherlich ein zentraler Bestandteil dessen, was wir im Kontext von RLTC betrachten sollten. Das ist übrigens eine der großen Diskussionen zum AI-Act. Ethik spielt da keine große Rolle. Und das finde ich nicht gut. Aus Perspektive des Stifterverbands, den ich ja auch repräsentiere, sagen wir immer wieder, wir müssen hier auch eine Unterscheidung vornehmen in der Auseinandersetzung mit RLTC und Zukunftskompetenzen, die einerseits klar macht, es gibt zum Beispiel arbeitsmarktbezogene Anforderungen an technologische Kompetenzen in der Spitze, die SAP hat, die gestärkt werden müssen. Es braucht Expertise zu KI, zu Daten in der Spitze. Es braucht mehr Data Scientists, es braucht Prompt Engineers und alles weitere. Es braucht insbesondere für eine demokratische Gesellschaft auch Schlüsselkompetenzen zu KI in der Breite. Und was mir dabei auch besonders wichtig ist, und das bedingt sich auch gegenseitig, Data Scientists haben in ihrer Ausbildung vielleicht ethische Aspekte bisher nicht grundlegend genug reflektiert und brauchen selbst digitale Schlüsselkompetenzen, die bisher nicht Bestandteil ihrer Ausbildung sind. Und ja, breitenkompetente, normale Bürgerinnen und Bürger können vielleicht basierend auf einem niedrigschwelligen Einstieg in das Thema Künstliche Intelligenz irgendwann auch zu Experten und Experten werden. Wichtig ist dabei, und ich spreche ja zu Mitgliedern und Akteuren der Gesellschaft für Informatik, dass wir uns immer wieder dessen bewusst werden, die Kompetenzen, über die wir heute verfügen, werden morgen schon nicht mehr ausreichen. Und wir sind alle Lifelong Learner. Wir sind nicht mehr einmal ausgebildet und fertig. Und das gilt natürlich nicht nur für KI, aber insbesondere auch für die Entwicklungen, die wir in diesem Kontext betrachten. Ulf Ehlers von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg setzt sich seit vielen Jahren schon mit dem Thema Future Skills auseinander und hat mal den Versuch unternommen in der Zusammenarbeit mit Unternehmen. Das ist aber genauso relevant für zivilgesellschaftliche Akteure und für die Frage einer demokratischen KI-Gestaltung hat die Frage gestellt, wie kann man eigentlich Future Skills, wie kann man Schlüsselkompetenzen, die irgendwie nichts Neues sind, da würden hier fünf Leute zu mir sagen, habe ich doch vor 30 Jahren schon gemacht. Das macht überhaupt nichts. Aber wie kann man diese adressieren unter den neuen Aufgaben und Herausforderungen, die wir mit Künstlicher Intelligenz sehen? Und ich möchte hier in Bezug auf eine demokratische Gesellschaft zwei Aspekte herausheben. Das ist das kritische Denken und das ist eine Entscheidungskompetenz. Kritisches Denken heißt eben eine grundsätzliche, kritische Reflexion von KI-Systemen, von meiner eigenen Nutzung, werden wir gleich auch zu diskutieren, ist uns das eigentlich immer bewusst, dass ich vielleicht auch eine kritische Distanz zu dem Co-Pilot einnehmen sollte oder zu Chat-GPT. und auch eine Entscheidung, und das werden Sie besser wissen als jeder und jede andere, eine Entscheidungskompetenz, die auch dazu führen kann, KI nicht zu nutzen. KI für bestimmte Cases nicht zu nutzen, weil zum Beispiel Grundprinzipien wie der Datenschutz nicht erfüllt sind oder KI nicht zu nutzen, weil es eine Ressourcenverschwendung wäre. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Blockchain, mit der Kanone auf Spatzen schießen. Wir sind, wir laufen alle in der Gefahr, KI als das Wunderheilmittel für alles zu betrachten und gerade mit diesem Hype, der auch entsteht, versprechen wir uns vielleicht auch oft zu viel und vergessen die pragmatischen Ansätze, die unmittelbar Wirkung erfalten können. Und wir vergessen es, dass Sie als Experte und Experten dabei Menschen begleiten können, die nicht Experte und Experten sind, bewusste Entscheidungen auch gegen KI treffen zu können. Und was machen wir jetzt daraus? Ich glaube, es gibt ganz viele Aufgaben, die wir vor uns haben. Wir werden gleich noch dazu diskutieren, was wir glauben, was wichtig ist im Kontext von Kompetenz. Ich würde aber im Bereich der KI für eine demokratische Gesellschaft nochmal vier Aspekte herausgreifen. Erstens, ich glaube, demokratische Akteure sollten sich selbst verpflichten, von der Partei bis hin zu zivilgesellschaftlichen Organisationen, Verbänden und Vereinen, die die Gesellschaft für Informatik KI-Nutzung transparent zu machen und KI für das Gemeinwohl zu stärken. Zu KI für das Gemeinwohl gibt es zum Beispiel eine ganz tolle Initiative, Civic Coding, da ist auch euer Projekt eng mit angeknüpft. Es gibt tolle Initiativen, aber sie sind noch zu singulär und vielleicht auch zu kleinteilig und sie sind oft auch nicht nachhaltig, weil es braucht nicht nur gute Accelerator, erste Ideen, wie ich sie gerade vorgestellt habe, es braucht nachhaltige Förderungen gemeinwohlorientierter KI-Tools. Ich bin der absoluten Überzeugung, es ist großartig, dass ich ChatGPT auf meinem Handy habe, dass ich das fragen konnte, was sollte ich eigentlich erzählen, wenn ich hier so den Vortrag halte. Funktioniert hervorragend. Fotos übrigens nicht so gut. Mein Titelbild, vielleicht hat es der eine oder der andere gesehen, das kann ChatGPT viel schlechter als andere. Ich bin gleichzeitig davon überzeugt, dass wir es nicht aufgeben sollten, dass das nicht die einzige Lösung ist, dass es Open Source Ansätze gibt, es auch durch europäische Ansätze und Sprachmodelle getriebene Möglichkeiten gibt, hier Vielfalt zu schaffen. Nicht das eine abzulehnen, sondern Auswahl zu ermöglichen. Dafür braucht es Förderung, dafür braucht es auch politische Initiativen, die wir mitgestalten können. Es braucht eine KI-Qualifizierungsinitiative, diese KI-Qualifizierungsinitiative, dass sich nicht nur auf den globalen Wettbewerb um die besten Köpfe, besten KI-Experten, Experten fokussieren. Es braucht AI-Literacy in der Breite und wir werden gleich noch diskutieren, was das zum Beispiel im Kontext des AI-Apps bedeutet. Alle müssen proaktiv mitgestalten und um dieses proaktive Mitgestalten auch zu erreichen, braucht es starke Initiativen. Die Gesellschaft für Informatik hat, glaube ich, dieses Selbstverständnis, auch gesellschaftlich relevant und gemeinwohlorientiert unterwegs zu sein. Es gibt viele andere Initiativen, die das ganz konkret auch mit KI versuchen und ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass Sie dieses Feld nicht den Nicht-Experten und Experten überlassen. Es ist wichtiger denn je, dass Sie sich überlegen, wie können Sie Ihre Kompetenzen als Informatikerinnen und Informatiker, als Experten und Experten nutzbar machen, um andere zu stärken, um unsere Demokratie zu stärken, um zivilgesellschaftliche Initiativen zu stärken und gemeinsam eine KI-kompetente Gesellschaft zu erreichen. Vielen Dank. Applaus So, ich mache direkt weiter. Gut, ich mache direkt weiter und es gibt sie natürlich auch schon, die starken Initiativen, die spannenden Akteure, die ganz, ganz viel Tolles machen, die Meinungen haben, die Erfahrungen gesammelt haben, die gemeinsam mit uns gleich in den Austausch kommen werden, dazu, was eigentlich besonders relevant ist, wenn wir uns mit Kompetenzen für einen souveränen Umgang mit KI und Daten auseinandersetzen. Ich würde vorschlagen, mit Blick auf die Zeit, Daniel, wir machen einfach den Hot Chair frühzeitig auf, dass man sich direkt dort beteiligen kann oder wollen wir jetzt noch Rückmeldungen aus dem Publikum zulassen. Wir haben vier Personen hier auf dem Panel. Ich darf das Ganze moderieren und ich habe drei Experten aus unterschiedlichsten Hintergründen mit eingeladen. Ich freue mich sehr, dass Nora Persicke mit dabei ist. Nora ist selbst Mitarbeiterin in der Gesellschaft für Informatik, setzt sich mit einem hochrelevanten Thema auseinander, nämlich Datenkompetenzen und Daten für die Zivilgesellschaft. Sie leitet das Civic Data Lab in der Gesellschaft für Informatik, ein Projekt, das mit dem BMFSFJ gemeinsam durchgeführt wird. Und was ich ganz toll finde, ist, dass sie auch ehrenamtliche Botschafterin der EU Code Week ist. Also aus deinem Selbstverständnis heraus auch das zivilgesellschaftliche Engagement besonders hervorhebst. Nora, herzlich willkommen hier auf unserem Panel. Es ist absolut zentral, dass wir die Auseinandersetzung zu Kompetenzanforderungen, zu demokratischen Gestaltungsprozessen zu künstlicher Intelligenz auch mit denen führen, die selbst mitgestalten, mit denen, die die technologische Expertise in Unternehmen mit Bildungseinrichtungen gemeinsam angehen. Deswegen freue ich mich sehr, André, dass du auch hier mit auf dem Panel dabei bist. André Biener ist Leiter der University Alliance von SAP mit einem Fokus auf den Dachraum. Er verantwortet die Zusammenarbeit der Allianz im Dachraum. Ich finde es sehr spannend, dass du vom Hintergrund her aber auch systemischer Coach bist. dich also mit den großen und den kleinen Fragen in der systemischen Beratung auseinandersetzt und dass du auch Dozent bist. Dass du auch mit Studierenden zusammenarbeitest, hoffentlich immer wieder im Sparing auch herausfindest, wo gibt es eigentlich da die Gemeinsamkeiten und wo muss man sich auch noch annähern. André Biener von SAP, herzlichen Dank, dass du heute auch dabei bist. Ja und wir hatten es gerade im kurzen Talk, bevor wir losgelegt haben, Jan habe ich vor circa einem Jahr kennengelernt auf dem KI-Festival in Heilbronn. Heilbronn, so eines der KI-Innovations- Ökosysteme gerade, da geht richtig viel und Jan ist da mit dem Handy rumgelaufen und hat Videos aufgenommen. Ich denke, was machst du denn da? Das ist für unsere Studis an der TUM. Ich will dir ein bisschen erzählen, wie man sich eigentlich mit KI auseinandersetzen kann und daraus ist ganz, ganz viel entstanden. Jan ist Student an der TU München im Master Management und Digital Technology, aber ist vor allem auch KI-Experte. KI-Berater, arbeitet mit unglaublich vielen Unternehmen zusammen, um Ihnen Use Cases, Einsatzszenarien, Herausforderungen, Chancen näher zu bringen im Umgang mit KI. Er ist für den Stifterband Future Scout zu generativer KI und er ist Lehrender auf dem KI-Campus, einer meiner Lieblingskurse zum Thema generativer KI in Studium und Lehre. Jan, ganz herzlichen Dank, dass du auch mit dabei bist. Wir haben einen Hot Chair. Das hat letztes Jahr richtig gut funktioniert. Ich baue ja auf Sie und euch, dass das dieses Jahr auch richtig gut funktioniert. Das heißt, wer das Gefühl hat, ich möchte gerne etwas beitragen zur Diskussion, nicht lange, sondern kurz und knackig, darf hier hochkommen, muss mich auch nicht fragen, setzt sich hin und verlässt danach aber auch wieder das Podium, dass auch andere diesen Hot Chair einnehmen können. Also beteiligt euch, beteiligen Sie sich an der Diskussion. Ich habe die Diskussion aufgeteilt in vier Teilbereiche, drei Teilbereiche, welche Kompetenzen benötigen wir, was können Kompetenzinitiativen eigentlich leisten und was ist eigentlich dann nochmal mit diesem AI-Act los und welche Relevanz hat der für das, wo wir uns hier auseinandersetzen, sodass Sie auch schon mal vorbereitet sind, wofür Sie vielleicht auch einen Beitrag leisten können. Ja, KI, irgendwie ist es gekommen, um zu bleiben. Ich glaube, wir haben alle schon viel gelernt in den letzten Jahren in der Auseinandersetzung mit dem, was irgendwie jeden Tag sich verändert und neu wird. Ich würde von euch gerne zum Einstieg wissen, wie ist das denn bei euch? Welche neue oder alte Kompetenz habt ihr entdeckt in der Auseinandersetzung mit KI? Habt ihr neu entdeckt? Habt ihr wieder entdeckt? Was ist euch dann nochmal klar geworden? Welche Kompetenz ist für euch ganz persönlich besonders wichtig oder wichtiger geworden? Nora, magst du starten? Ja, ich kann gerne anfangen. Also, ich würde sagen, es sind so ein bisschen zwei Seiten. Es ist einerseits eine Begeisterungsfähigkeit, Neues zu entdecken. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, es ist disruptiv und es begeistert mich insofern, dass es natürlich sich auch teilweise nahtlos in mein Leben einfügt. Also, ganz einfaches Beispiel. Meine Fotos sehen sehr viel besser aus, seit sie einfach quasi automatisch von meinem Telefon mit KI nachbearbeitet werden und das finde ich ganz praktisch und nett und fügt sich nahtlos ein. Du hast aber natürlich auch eine andere wichtige Kompetenz angesprochen, das kritische Hinterfragen. Also, heute Morgen habe ich die Meldung im Radio gehört, OpenAI will Atomkraftwerke wieder ans Laufen bringen, weil der Stromverbrauch tatsächlich so groß ist, dass man also so viele Gigawattstunden benötigt, um Millionen von Haushalte zu versorgen. Und das ist natürlich auch was, wo man bedenken kann, dass KI nicht nur zum Beispiel kritische Anwendungen im Hinblick auf, also wir sind ja ein Datenprojekt, auf Bias in Daten hat, sondern dass es natürlich auch soziale und ökologische Auswirkungen von KI-Anwendungen gibt, die es mit zu bedenken gibt. André. Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung, weil du gesagt hast, welche Rolle ich bei SAP habe. also ich gehöre zu einem globalen Bereich bei der SAP, der sich mit Bildungseinrichtungen weltweit auseinandersetzt. Also wir haben um die 3000 Einrichtungen in über 100 Ländern, mit denen wir zum Teil sehr eng zusammenarbeiten, wo es darum geht, wie kriegt man Technologiethemen in die Lehre, in die Ausbildung seit 25 Jahren. Also es ist nichts, was ganz neu bei der SAP ist, sondern schon seit sehr vielen Jahren gemacht wird. und ich habe jetzt diese Rolle seit, glaube ich, fünf oder sechs Jahren bei der SAP und gehe natürlich die ganze Zeit in Gespräche mit Professoren, mit Lehrenden, aber auch mit Studierenden und propagiere natürlich die ganze Zeit, wie wichtig es ist, zu lernen, sich neuen Themen zu öffnen. Und du hast gefragt, welche Kompetenz oder was ich selber sozusagen für mich gelernt habe. Ich meine, ich habe auch vor 20 Jahren mein letztes Studium abgeschlossen und natürlich ist man in seinem täglichen, was man tut, ist natürlich die Frage, wo passt da Lernen rein? Also wie bereit und zeitlich auch in der Lage ist man, sich sozusagen mit Lernen auseinanderzusetzen und das bei mir jetzt bei dem Thema, weil es einfach diese ja allumfassende Veränderung halt auch Anträge, das hat auch bei mir ein Weilchen gedauert, bis ich mich damit auseinandergesetzt habe, bis ich auch selber gesagt habe, das ist jetzt nicht ein Strohfeuer, wie es halt vielleicht auch andere Technologiethemen in den letzten Jahrzehnten gab, sondern es ist halt wirklich etwas, was, wie du gesagt hast, also es bleibt, es durchdringt unser Privatleben, unser Berufsleben und da einfach wieder reinzukommen in diese Offenheit, in die Freude zu lernen, die man natürlich in vielen Fällen vielleicht auch ein bisschen ablegt, wenn man dann im Berufsalltag drin hängt, diverse andere Verpflichtungen hat, also da einfach wieder die Freude am Lernen wieder zu entdecken und die auch einzubauen in den vollen Terminkalender. Das ist aus meiner Sicht, was ich jetzt in dem Thema gelernt habe. Freude am Lernen. Jan ist, glaube ich, bei dir genetisch irgendwie schon fest mit drin, am Lernen und Lernen. Was ist so die Kompetenz, die aus deiner Sicht sich neu... Ja, also ich habe vor allem seitdem viel Freude, seitdem ich Klausuren oder meine Bachelorarbeit von alleine schreiben lassen kann durch KI. Ich habe meine Schreibgeschwindigkeit von circa, ich weiß nicht, 100 Wörtern die Minute auf 1500 Wörter die Minute innerhalb von ein paar Monaten verstellt. Ich verstelle und das ist total begeisternd. Also ich finde, was ich als Kompetenz gelernt habe, ist zu realisieren, dass ich den Output, den ich als Einzelperson auf ein Blatt Papier oder auf andere Formate bringen kann, für Erzählen oder verhundertfacht habe. Aber dann geht gleich einher damit, dass ich die Kompetenz lernen muss, zu verstehen, was ist jetzt relevanter Content und was nicht. Weil wir sind ja von Natur aus faule Menschen. Jeder Mensch ist faul und versucht immer den einfachsten Weg zu gehen. Das merke ich einmal daran, dass wenn ich jetzt von Chatspeak-T da irgendwie vor allem von dem neuen O-One-Modell, der ja wirklich super viel Content auf einmal rausgibt, dann zwei, drei, vier Seiten Word, Text rausbekommen, dass ich mir danach nochmal die Zeit nehme, dort wirklich alles durchzulesen und nachzuprüfen. Die Kompetenz, das zu verstehen und das Gleiche ist natürlich auch für alles, was jetzt im Internet da ist. Und du hast vorhin schon mal TikTok angesprochen, dort zu wissen, was ist jetzt KI generiert, was nicht und wie kriege ich dafür ein super kritisches Auge. Ich werde nie vergessen, wie ich Anfang Dezember 2022 selbst auf einem Panel stand und vorgestellt wurde und irgendwas stimmte daran nicht an meiner Vorstellung. Und natürlich hatte die Moderatorin den einfachen Kniff gemacht, damals die Vorstellung in KI generieren zu lassen und ich habe es nicht kapiert, dass das der Grund ist, warum die mich da so schief vorstellt. Heute würde das wahrscheinlich nicht mehr passieren, zumindest mit ChatGPT, weil das erstaunlich gut ist inzwischen. Aber das ist für mich, ich glaube, das werde ich für immer behalten, dieses mal immer kritisch zu hinterfragen, da kann doch irgendwie was nicht stimmen und vielleicht ist das KI generiert. Wir haben einen ersten Gast auf dem Panel. Direkt zu der Frage, welche Kompetenz haben Sie neu entdeckt und gerne mit einer kurzen Vorstellung, was der Hintergrund ist. Also mein Name ist Christina Klass, ich bin seit gut 20 Jahren Dozentin, aber vielleicht vorher noch einen ganz kurzen Werbeblock, weil vielleicht nicht jeder GI-Mitglied ist. Es gibt die ethischen Leitlinien beziehungsweise einen ethischen Kompass der GI, die lohnt sich reinzuschauen und auch mit Studierenden anzuschauen. Wir reden jetzt hier Kompetenzen für KI und kritisches Denken wird zunehmend wichtig und ich denke, es ist ein Appell eigentlich an uns alle, die in der Lehre tätig sind, ob in der Schule oder an der Hochschule oder so, egal in welchem Fach, wir müssen zunehmend gucken, das kritische Denken nimmt ab und ich kann das auch bei Computerarchitektur oder bei Englisch oder so was, wir müssen gucken, dass wir zunehmend Blöcke einbauen, um das zu schulen. Es ist eben für KI und auch das Erkennen von Deepfakes und so wichtig, aber wir können überall, ob wir mit KI-Unterricht oder nicht, können wir diese Kompetenz schulen und das ist zunehmend wichtig, also ein Appell einfach an uns alle, lasst es uns einbauen, wo immer möglich. Herzlichen Dank für diesen Beitrag, ich finde, das hat einen Szenenapplaus verdient, genau das brauchen wir und das ist, glaube ich, das, was alle Dozierende hier auch kennen, immer die Diskussion, werde ich jetzt ersetzt in meiner neuen Rolle? Nein, ich werde nicht ersetzt, aber ich muss mir genau solche Fragen stellen, ja, was sind die neuen Schwerpunkte, die ich stellen kann, was sind auch die Kompetenzen, die ich für mich dann anpassen muss, weil ich vielleicht nicht mehr nur Fachexpertin bin, für mich auch auf ungewohntes Terrain einlassen muss, aber wollen wir genauer reinschauen, KI-Kompetenzen, Datenkompetenzen, es gibt unglaublich viele Frameworks, die sich damit auseinandersetzen, ganz viele Studien und ich glaube, so einen wirklichen gemeinsamen Nenner gibt es nicht, deswegen würde ich von euch auch nicht erwarten, dass ihr irgendein Framework mir vorstellt, sondern, dass ihr aus euren Erfahrungen und eurem fachlichen Hintergrund berichtet, was ist für euch das wirklich Wichtige in der Auseinandersetzung mit euren Zielgruppen? Nora, im Civic Data Lab arbeitet ihr insbesondere auch mit so zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen und mit einem Fokus auf Daten und Datenkompetenzen. Was sind für dich Datenkompetenzen und was sind sie vielleicht auch besonders unter der Thematik eines souveränen Umgangs mit Daten? Genau, also unsere Zielgruppe ist eine sehr breite, wir sind vom Familienministerium beauftragt, deren Bedarfsgruppen zu bespielen, dazu gehört, die Zivilgesellschaft dazu gehören aber natürlich auch Gruppen wie beispielsweise SeniorInnen, Familien, also das sind vielleicht Gruppen, die man nicht in erster Linie mit Digitalität verbindet und du hast gesagt, wir sollen kein Framework mitbringen, wir haben aber tatsächlich im CDL nochmal ein eigenes Datenkompetenzmodell entwickelt, weil wir gesehen haben, es gibt sehr viele Datenkompetenzmodelle, beispielsweise auch vom Hochschulforum Digitalisierung, die sind sehr umfassend und haben eigentlich zum Ziel, Data Scientists auszubilden, wir merken aber, das ist eigentlich ein bisschen zu hoch gegriffen, also es gibt natürlich die Leute, da werden wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, die diese Spezialkompetenzen brauchen und die braucht es auch natürlich in der Zivilgesellschaft und verstärkt auch dort, aber es gibt auch Basiskompetenzen und da sind eigentlich ja die Hochschulniveaus fast ein bisschen zu hoch angesetzt, also wir haben tatsächlich wirklich nochmal ein eigenes Modell entwickelt, was sich natürlich auf andere Modelle stützt und auch den Datenlebenszyklus umfasst, also das ist jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfunden, was aber einfach sehr niedrig ansetzt und auch berücksichtigt, dass es einfach Zielgruppen gibt, die nochmal auch einen bestimmten Grad an Sensibilisierung einfach benötigen und anderen Outreach, also das ist das, was wir machen und wir zielen einerseits auf individuelle Datenkompetenzen eben mit unserem Kompetenzmodell, es geht uns aber auch sehr stark um organisationale Kompetenzen, also der Diskurs wird natürlich stark vorangetrieben von der Wirtschaft und auch in der Wissenschaft, wir werden das, wir haben das ja auch hier auf der Tagung gesehen, in der Zivilgesellschaft haben wir einfach ein bisschen andere Voraussetzungen und da haben wir auch kleine Tools entwickelt, also beispielsweise ein kleines Data Culture Canvas, mit dem man einfach mal so ein bisschen sich selbst überprüfen kann, die eigene Organisation, wie sind wir eigentlich organisational aufgestellt, welche Kompetenzen braucht es an welcher Stelle, nicht alle benötigen die gleichen Kompetenzen, also es reicht manchmal Basiskompetenzen, Menschen in Entscheiderinnenpositionen brauchen vielleicht andere Kompetenzen als eben Expertinnen, die in der Zivilgesellschaft tätig sein können oder als Dienstleister beschäftigt sein können, also das ist sehr umfassend und auch eine große Herausforderung für uns, tatsächlich dieses große, große Feld anzugehen und auch auf einem Level anzusetzen, was vielleicht ein bisschen basaler ist, als die meisten, die sich hier im Raum befinden, sonst als Zielgruppe haben. Hast du ein konkretes Beispiel, so eine Basiskompetenz, die besonders wichtig ist und vielleicht auch noch besonders fehlt bei den Zielgruppen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also wir sagen, dass eigentlich alle Kompetenzen entlang des Datenlebenszyklus wichtig sind, also zu erheben, zu hinterfragen, kritisch auch ethische Richtlinien zu befolgen. Wir merken aber, dass beispielsweise ein einfacher Einstieg schon etwas ist, wo viele Data Scientists, mit denen wir zusammenarbeiten, auch manchmal ein bisschen die Augen rollen, ein Dashboard, eine Visualisierung, etwas, womit ich erst mal ein bisschen greifer anfange und auch vielleicht zum Beispiel schnell meine Chefin, meinen Chef überzeugen kann, denn bei uns sind natürlich viele Leute unterwegs, deren genuine Aufgabe das nicht ist, sich mit Daten auseinander zu setzen, sondern die schaffen soziale Mehrwerte und Daten können ihnen dabei helfen, ihre Arbeit zu verbessern. Also wir merken, dass das was ist, was ganz stark nachgefragt ist. Das Thema Visualisierung, Storytelling mit Daten, also etwas, wo ich relativ schnell vielleicht auch zu einer Entscheidungsfindung beitragen kann. Das Thema Wirksamkeit, du hast es ja auch eben gerade schon angesprochen, das ist auch etwas, was immer mehr Organisationen in der Zivilgesellschaft beschäftigt und das ist für uns so ein bisschen der Hebel, sage ich mal so, der Fuß in der Tür, mit dem wir anfangen, um dann aber auch darüber hinaus ein bisschen aufzumachen und zu sagen, es braucht schon auch noch ein paar mehr Datenkompetenzen und sei es auf einem sehr basalen Kompetenzlevel, die einfach dazu führen, dass ihr einfach umfassend mit Daten gut umgehen könnt. Ja, ich glaube ganz viel von dem ist auch anschlussfähig für ein Technologieunternehmen wie SAP, André. Aber was würdest du sagen, so in der Breite der Mitarbeitenden, die ja nun doch ein, zwei sind bei SAP, was würdest du sagen, was sind da zentrale Kompetenzen, die SAP-Mitarbeitende brauchen für einen souveränen Umgang mit KI und Daten? Also ich denke, ich habe es eben an meinem persönlichen Beispiel schon gesagt, viele sind bei der SAP sehr lange tätig. Also wir sind Unternehmen, wo die Mitarbeiter, wenn sie einmal eingestellt worden sind, dann doch recht lange bleiben. Und ich denke, wir haben natürlich die Herausforderung, gerade als Technologieunternehmen, vielleicht noch mehr als jetzt andere Unternehmen, die KI sozusagen als Tool oder in Anwendung verwenden, sondern wir haben sozusagen unsere Produkte, die natürlich KI anschlussfähig sein müssen und nach und nach halt auch mit KI ausgestattet werden. Und da ist es natürlich extrem wichtig, bei den Kompetenzen ebenfalls, dass die Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, A, erstmal überhaupt diese neuen Technologieherausforderungen zu verstehen, entsprechende Lernangebote zu haben und auch die ausreichende Zeit sozusagen eingeräumt bekommen, sich mit den neuen Themen auseinandersetzen zu können. Also wir hatten letzte Woche zum Beispiel eine Development Week, also wo Mitarbeiter wirklich eine ganze Woche sich mit unterschiedlichen Facetten zum größten Teil bezogen auf KI halt damit beschäftigen konnten, um nach und nach halt wirklich diese Fähigkeiten aufzubauen, um halt diese Transformation von den Rollen, die sie heute haben, hin in diese neuen Themen halt auch realisieren zu können. Also es ist nicht das Ziel zu sagen, okay, liebe Mitarbeiter, ihr passt nicht mehr, jetzt müsst ihr leider sozusagen euch was anderes suchen. Also ich denke mal, das war in der Presse ja auch durchaus zu sehen, dass es da auch Programme gibt und gab und einige sagen halt, okay, ich möchte mich auf diese Transformation vielleicht nicht mehr mitbegeben, aber in der Masse ist es natürlich ein Thema, wo das Unternehmen und die Mitarbeiter genau diesen Wandel halt auch intern durchleben müssen und dann damit natürlich das in die Produkte einfließt, die dann am Markt angeboten werden und das ist natürlich eine Herausforderung. Ich denke mal, unsere Personalabteilung hat da alle Hände voll zu tun mit dem Thema, aber ich persönlich als Mitarbeiter kann nur sagen, dass wir da tolle Angebote haben und dass auch die Mitarbeiter mitgenommen werden. Damit seid ihr schon relativ weit. Ich kann sagen, wir haben gerade mit tausend Learning und Development Verantwortlichen eine Umfrage durchgeführt. Ein Großteil der Unternehmen in Deutschland sieht sich noch nicht so weit, eine Strategie zur Vermittlung und zum Erwerb von KI-Kompetenz und Mitarbeitenden umzusetzen und sieht nicht, dass man ausreichend Angebote hat. Das heißt, ich glaube, wir brauchen aber auch Akteure wie SAP, die damit vorangehen und die das mitgestalten und hoffentlich auch Vorbilder sind für andere. Ja, es beginnt aber ja auch schon davor, bevor Menschen in den Beruf einsteigen, es beginnt unter anderem bei den Studierenden, Jan. Und du gibst ja nicht nur selbst Workshops für Studierende, für Unternehmen, unter anderem, du entwickelst auch Tools, unter anderem eine Co-Pilot-Anwendung für die TU München. Und was ich mir da immer als Frage stelle, Stichwort souveräner Umgang mit KI, glaubst du denn, das ist so reflektiert, selbstbestimmt, eigenverantwortlich oder machen sich Studierende teilweise auch abhängig von den Tools? Also kurz, um einen kleinen Hintergrund zu geben, wir haben an der TUM School of Management einen KI-Chatbot gebaut mit Retrieval Augmented Generation, der in der Studierendenberatung dafür sorgt, dass Studierende Fragen stellen können und als Wissens-Datenbasis haben wir die öffentlich verfügbaren Dokumente der School of Management dahinter gelegt zu administrativen Fragestellungen, alles rund ums Studium, jetzt nicht spezifisch für die Lehre und über den Chatbot können jetzt Studierende Fragen stellen und kriegen dann Antworten vom Chatbot und inklusive des Dokuments, das die Antwort idealerweise beinhält, wobei wahrscheinlich viele im Raum wissen, auch das funktioniert nicht immer, zumindest war das unser Ziel. Genau und um jetzt deine Frage zu beantworten, wenn man mal auf TikTok oder Instagram schaut und sieht, was dort an Content gepostet wird, wenn Studierende verschiedenste KI-Tools nutzen, dann sieht man oft Videos, einer filmt von hinten den Vordermann, der gerade bei irgendeinem KI-Chatbot die Aufgabe, die gerade vom Prof vorne in der Slide gepostet wird, einfach rein fotografiert, also Copy-Paste und dann die KI in zwei Sekunden die Antwort verschreibt und dann steht als Titel noch drüber, KI is changing the way we learn and will do university in the future. Also es gibt bestimmt viele Studierende, inklusive vielleicht auch mir, die sich komplett davon abhängig machen, die gar nicht mehr nachdenken, die sagen, okay, ich mache jetzt hier meine Aufgaben und wie ich ja vorhin schon angesprochen habe, wir sind alle super faul und wenn sich die Universität nicht verändert und diese klassischen entweder Multiple-Choice-Aufgaben behält, so wie sie sind oder diese Input-Output-orientierten Aufgabestellungen, die seit Jahren so gestellt werden, wie sie in der Form sind und vielleicht hier und da mal Wordings angepasst werden, wozu die KI auch die Antwort kennt, weil sie diese Fragen in der Art schon gesehen hat, dann bietet es sich natürlich für die Studierenden an, dort faul zu werden und davon abhängig zu werden. Also ich glaube, auf der einen Seite bleibt die Art und Weise, wie wir Aufgaben stellen in der Universität, so wie sie heute ist, dann lädt es dazu ein, abhängig zu werden. Denken wir aber neu, wie wir in Zukunft Prüfungsformate in der Uni stellen und wie wir als Studierende auch Wissen uns aneignen und auch wieder rausgeben, dann verhindert man die Abhängigkeit. Aber ich habe vielleicht hier als Beispiel eine meiner Klausuren, ich hatte ein Seminar jetzt, eines meiner letzten Seminare im Bachelor, hat unser Doktorand dazu eingeladen, die ganze Klausur einfach mit KI schreiben zu lassen. Also er hat vier Aufgabenstellungen gehabt, diese klassischen, einmal Wissen zusammenfassen, dann Wissen übertragen, diskutieren und so weiter. Und er wollte nämlich selber sehen, wo kann die KI jetzt diese Aufgaben schon am besten lösen. Und ich habe innerhalb von, wir hatten einen Tag Zeit oder acht Stunden für die Beantwortung dieser ganzen Fragestellung, das war quasi eine Einreichaufgabe und ich habe dann irgendwie 24 Seiten Textoutput generiert und ein 1,3 geschrieben. Und wie viele Lerntage hatte ich für die Vorbereitung der Klausur? Vielleicht zwei, ein oder zwei Lerntage, um mir nochmal die Frameworks durchzulesen. Das war eine Klausur im BWL-Bereich, das heißt, vielleicht ist es in der Informatik ein bisschen anders. Aber was man da sieht, ist, dass ich da mich ja komplett abhängig auf die KI gemacht habe und trotzdem eine gute Note hatte. Und Gleiches gilt für meine Bachelorarbeit. Auch dort habe ich meine Ergebnissektion, nachdem ich meine Umfrage ausgewertet hatte, auch komplett von der KI ausformulieren lassen. Und diese Standardklauseln, die in der Ergebnissektion sind, hat die KI für mich perfekt ausformuliert, inklusive der Hypothesentests. Also bleibt es so, wie es ist, dann wird man abhängig. Und wenn wir die Studierenden da nicht ein bisschen anfeuern, sich auch über neue Lösungswege Gedanken zu machen, dann gibt es auf jeden Fall ein Risiko. Wir müssen Studierende und Lehrende anfeuern, sich über neue Wege Gedanken zu machen. Ich sehe da schon ganz viel Nicken. Wir haben einen neuen Gast auf dem Podium. Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Markus von der Heide. Ich bin der Geschäftsführer der Summerlogic. Ich freue mich hier zu sein und würde einfach gerne etwas mit einbringen. Welche Kompetenzen benötigen wir als Informatiker? Ich denke, ich möchte Mut machen, dass wir die Kompetenz haben, nicht nur dem Hype hinterher zu laufen, dass wir nur KI als generative KI verstehen. Wir haben so viele andere Ansätze in der KI und wir sollten die symbolische KI, Liquid Networks und alles andere auch berücksichtigen. Wir haben die Kompetenz zu differenzieren und nicht nur dem Hype zu folgen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns besinnen, woher das eigentlich kommt. Künstliche Intelligenz. Das heißt, wir reden hier über den Menschen. Wir reden über Kognitionsforschung. Wir reden vielleicht über das, was Daniel Kahnemann uns mal beigebracht hat mit Slow Thinking, Fast Thinking. Das Fast Thinking sind die Networks, die wir heute haben, das generative KI, das Feed Forward, das, was einfach nur als Mustererkennung nach vorne propagiert wird. Wir brauchen aber das Slow Thinking auch. Wir brauchen die symbolische KI, wir brauchen andere Ansätze, wir brauchen vielleicht die hybride KI an der Stelle und dafür möchte ich einfach ermutigen, diese Kompetenz in unserem Informatiker-Dasein nach vorne zu bringen. Es kann nicht sein, dass wir nur dem Hype folgen. Das ist heute ein Panel der leidenschaftlichen Plädoyers. Lasst uns so weitermachen. Nora, du möchtest es gerne ergänzen. Ich würde es gerne aufgreifen. Wir beraten in unserem Projekt auch und setzen eigene Datenprojekte um und eins unserer Credos ist, tut es nicht auch eine gut sortierte Excel-Tabelle? Viele kommen zu uns in die Beratung und sagen, ich brauche mal eine KI, die mir folgendes Problem löst und dann noch wirklich nochmal den Schritt, also deswegen würde ich das sehr unterstützen, zurückzugehen und zu sagen, das kann man mit ExpertInnen-Wissen eben tun. Was ist eigentlich hier die Herausforderung und gibt es vielleicht auch einen anderen Lösungsweg, der vielleicht dann eben auch weniger ressourcenintensiv ist oder ein bisschen nachhaltiger nachgehalten werden kann? Das ist so ein bisschen die Aufgabe, die wir auch tatsächlich sehen, zu sagen, es muss nicht immer alles KI sein und wenn, dann gut durchdacht und gut sortiert. Ich würde erst mal mit dem Podium weitermachen und dann schließen wir da drüben ab. Ganz wichtiger Ansatz, ganz wichtige Impulse, auch wir müssen begleiten, wir müssen Menschen dabei unterstützen, auch neue Wege zu finden. Wie macht ihr das dann mit SAP oder habt ihr da auch gerade mit der University Alliance im Miteinander von Unternehmen und Hochschulen und Wissenschaft Wege gefunden, auch so einen reflektierten Umgang zu stärken? Es ist ja oft, muss man ehrlicherweise auch sagen, so ein Vorwurf, Unternehmen würden da nur ihre unternehmerische Perspektive mit hineinbringen. Ich glaube, das ist überhaupt nicht so, ist zumindest unser Grundverständnis auch im Stifterverband. Wie könnt ihr einen Beitrag leisten, über solche Universitätsallianzen auch genauso einen reflektierten Umgang zu stärken? Also wie ich gesagt habe, das Programm gibt es schon seit einer ganzen Weile und wir arbeiten natürlich sehr eng mit vielen Bildungseinrichtungen zusammen, mit Professoren, die halt natürlich SAP in unterschiedlichen Flughöhen sozusagen in der Lehre vermitteln. Das ist natürlich das klassische Modell, aber ich glaube, gerade durch KI wird es halt auch viel wichtiger, dass man nicht unbedingt Lösungen vermittelt, sondern dass man eher Denkansätze oder Lernansätze sozusagen vermittelt. Und wir hatten letzte Woche, es gibt von der Gesellschaft für Informatik diese Fachinformatiktage, wo halt auch Lehrende oder Lehrer ausgebildet werden. Da waren auch Kollegen von mir sehr stark mit aktiv, also wo es wirklich darum geht, wie kann man Kompetenzen vermitteln, also nicht so sehr auf ein einzelnes Produkt schulen. Klar, am Ende des Tages sind wir ein Wirtschaftsunternehmen, wir wollen unsere Software im Markt verkaufen, auch mit einem europäischen Ansatz. Ich habe vorhin durchaus gehört, auch, dass sehr viele kritische Rückmeldungen zu Technologieunternehmen durchaus existieren. Das ist für mich auch eine Motivation, bei einem europäischen Player zu arbeiten, weil da gewisse Themen vielleicht auch nochmal ein bisschen anders betrachtet werden, als bei den Wettbewerbern aus anderen Teilen der Welt. Und ich denke, es geht auf der einen Seite darum, wirklich diese lösungsbasierten Angebote weiterzumachen, die es seit sehr vielen Jahren gibt, also dass wirklich Studierende unsere Produkte in der Ausbildung bereits kennenlernen, das ist auch eindeutig auch durch den Markt getriggert. Also SAP University Alliance ist vor 25 Jahren gegründet worden, weil er hat ein sehr großer Bedarf an ausgebildeten Fachkräften im SAP-Umfeld halt am Markt da war, der ist nach wie vor da. Es gibt einen riesigen Mangel an entsprechenden Experten, insofern ist das durchaus etwas, was wir nicht als Selbstzweck machen, um Werbung zu machen, sondern einfach auch um diesen Bedarf am Markt decken zu können. Aber parallel dazu und gerade bei KI denke ich, geht es auch sehr stark darum, einfach diesen Blick da drauf, auch nicht als Technologieunternehmen alleine. Ich denke, das Thema ist zu groß, dass das jetzt ein Unternehmen wie SAP alleine machen kann. Ich denke mal, wir müssen mit vielen Akteuren da zusammenarbeiten, machen das auch, also GIen, um nur eine zu nennen, aber auch durchaus andere im schulischen Bereich, aber auch danach, wo wir uns als Teil sozusagen von der Veränderung im Lernen, in den Ansätzen sozusagen sehen und ich denke, das ist die Parallelität, die wir da jetzt haben. Also einmal wirklich produktspezifische Wissen zu vermitteln, dass halt wirklich Leute auf den Arbeitsmarkt kommen, die unsere Produkte kennen, damit arbeiten können, damit sie in den Unternehmen tätig werden können, gedeckt durch den Bedarf. Und auf der anderen Seite aber auch gerade bei größeren Technologieveränderungen, wirklich auch Schulung von Kompetenzen allein und in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, um dort entsprechendes Wissen zu vermitteln. Jan, jetzt gibt es ja nicht nur SAP, quasi ein großes Unternehmen mit ganz viel Ressourcen und vielleicht auch Möglichkeiten, Dinge sehr aktiv mitzugestalten. Wie erlebst du das im Miteinander, vielleicht gerade auch mit den KMUs in deinen Workshops, wo du als junger Experte auftrittst, sicherlich oft auf auch kleinteiligere Strukturen triffst? Was sind so Bedarfe? Was sind vielleicht Sorgen, mit denen, die sich rumtreiben und von denen du glaubst, die müssen angegangen werden? Also ich glaube, die größte Herausforderung, die wir sehen, ist, dass man sich die Zeit nimmt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also man hört halt immer super viel, dass sich da viel entwickelt, aber dass man sich die Zeit, dass man die Zeit findet, in seinem Unternehmensalltag zwischen den ganzen anderen Verpflichtungen sich hinzusetzen und einen KI-Campus-Kurs zu machen oder auch vielleicht einen Kurs auf dem SAP, auf der SAP-University, das haben viele Angestellte oder auch Führungskräfte in den Mittelständlern aktuell nicht. Und das merken wir dann auch in den Workshops, dann kommen wir vielleicht einmal hin und machen einen Workshop einen Tag lang zu KI und dann ist die Begeisterung und die Motivation da. Aber was ich dann oft merke, wenn wir nach zwei, drei Monaten nochmal wiederkommen oder nach einem Monat wiederkommen, dann haben die Leute ab und zu hier und da KI nochmal verwendet, benutzen wir vielleicht immer noch die kostenlose Chat-GPT-Version oder eben eine DSGVO-konforme Alternative, die nicht auf dem Funktionsstand ist von den neuesten Tools am Markt und sind dann irgendwie einmal unzufrieden mit Ergebnissen und hören dann wieder auf und dann ist die Begeisterung weg. Ich habe erst gestern mit einer Bekannten gesprochen, die hat dann ihren Weihnachtsbrief an ihre Belegschaft mit KI geschrieben und dann hat es sie ihrer Sekretärin vorgelegt, die fand den Brief schlecht und dann meinte sie zu mir, ja, das war eine schlechte Erfahrung, ich habe jetzt aufgehört, dann KI zu nutzen. Da habe ich gefragt, hast du denn mal ein Beispiel von deinen vorherigen Briefen reingegeben? Nö, habe ich keine Zeit für, habe ich nicht dran gedacht. Also, was wir dort sehen, ist, dass einfach, theoretisch müsste ich jeden Tag dort sein und jeden Tag müsste ich mit den Leuten dort über die Schulter schauen gefühlt und sagen, probier es doch jetzt nochmal. Also, du hast hier, hast du theoretisch mal konkreter machen mit. Also, das ganze Thema Prompt Engineering, klar, man kann irgendwelche coolen Prompting Methods lernen und dort reingeben und dann versuchen, bessere Ergebnisse zu bekommen. Aber ich finde, für mich selber habe ich einfach wahrscheinlich irgendwie eigene Prompting Methoden mittlerweile, die ich unterbewusst anwende, um bessere Ergebnisse zu bekommen. Und die entwickeln sich mit dem Markt, mit dem täglichen Interagieren. Mit der Bitte um kurze Ergänzungen, Nora, in der Zivilgesellschaft wird das wahrscheinlich nicht so viel anders sein, auch bei den SeniorInnenorganisationen und anderen. Habt ihr vielleicht aus solchen Erfahrungen heraus auch schon positive Ansätze entwickelt, die Leute längerfristig mitnehmen zu können? Also, ich kann wirklich an das anschließen, was du sagst, Zeit und Ressourcen und Zuständigkeiten ist bei uns auch eine große Herausforderung. Wir versuchen einfach dahingehend zu argumentieren, zu sagen, also wir, ihr wollt sozialen Mehrwert schaffen, ihr wollt etwas Gutes bewirken in der Gesellschaft, wir helfen euch, beispielsweise administrative Prozesse schlanker zu machen, damit ihr wirklich mehr wieder in diese inhaltliche Arbeit gehen könnt. Also, ich glaube, es ist ganz viel noch vorgeschaltet, eben Sensibilisierungsarbeit dahingehend, dass das sinnvoll ist, sich weiter damit zu beschäftigen und dass es vielleicht ein bisschen Vorlaufzeit braucht und gute Beispiele. Also, wir haben natürlich eigene Datenprojekte, mit denen wir vorangehen und wir merken aber auch, dass beispielsweise eine große Herausforderung ist, eben auch marginalisierte Gruppen teilhaben zu lassen. Ja, also wir sprechen hier über Demokratie und Teilhabe erzeugt natürlich demokratischen Zusammenhalt und da ist natürlich eine Frage, die wir uns auch stellen, die auch eine Herausforderung ist, wie können auch marginalisierte Gruppen von KI profitieren? Wir sehen jetzt hier auf dem Panel, ich bin jetzt der Einzige, die Einzige, der kein Mann ist, aber ich bin schon auch sehr nah dran, ein weißer Mann zu sein. Ich bin eine weiße Frau mit einem akademischen Abschluss und repräsentiere hier in keinster Weise die Gruppen, für die wir auch zuständig sind und da braucht es dann natürlich auch manchmal einfach ein bisschen mehr Zeit, also wirklich custom-made Lösungen zu finden. Also das machen wir, wir versuchen kein One-Fits-All und ja, jetzt macht man alle das, um dann vielleicht in Zukunft auch andere Leute am Diskurs und auch an dem, wer von KI profitiert, besser zu beteiligen. Aber auch das muss natürlich jemand finanzieren, das sind dann politische Ressourcen und Entscheidungen, die das unterstützen. André, du wolltest ergänzen. Ganz kurz, genau, also ich denke, auf der einen Seite sind wir natürlich als Erwachsene, die sozusagen mitten im Berufsleben stehen, eine Gruppe und die müssen abgeholt werden, die müssen sozusagen weitergebildet werden, aber mir ist auch ganz wichtig, dass wir wirklich die nächste Generation da im Blick haben und dass da wirklich auch das Augenmerk drauf gerichtet wird. Deshalb finde ich zum Beispiel diese Initiative mit der GI, dass wir da wirklich gucken, wie kriegen wir Informatikbildung und hoffentlich nicht in der Form, wie wir es vielleicht erlebt haben in unserer eigenen Schulzeit, in die Schulen hinein, dass dann sozusagen nicht KI als irgendwie so etwas gesehen wird, damit muss man sich jetzt auseinandersetzen, weil es wichtig für den Job ist, sondern dass man wirklich diese Freude daran, sich mit den Themen zu beschäftigen, von Anfang an sozusagen mit aufbaut. Und da hoffe ich sehr, dass das passiert, auch bei den Professoren, bei den Lehrenden, bei den Lehrern an den Schulen, dass die das sozusagen als erste adaptieren, weil die haben die Verantwortung halt auch für die danach kommende Generation, die bei ihnen in den Klassenräumen sitzt, dass die möglichst ja mit Freude daran gehen und das nicht als irgendwie eine Belastung sehen, was sie zusätzlich noch irgendwie machen müssen, wie wir es vielleicht zum Teil in unserem Joballtag so ansehen. Ein gutes Beispiel dafür ist, es gibt gerade aktuelle Diskussionen dazu, ob AI Literacy in PISA-Erhebungen mit aufgenommen werden sollte und ich bin mir nicht sicher, wenn man dann wieder, also wie man das dann messen kann und ob das Freude macht, da hinzukommen, da gute Ergebnisse zu erzeugen. Die große Frage, wie können wir auch AI Literacy so unterstützen, dass es ein freudvoller Prozess ist? Es gibt ja durchaus Angebote. Ich hatte gestern ein gutes Gespräch mit der Hacker School. Es gibt einen Kurs, den wir mit Berkeley zusammen The Beauty and Joy of Computing entwickelt haben, also wo es wirklich darum geht, Freude daran zu vermitteln. Also nicht irgendwie, das ist was Hartes, was Schweres, was man irgendwie machen muss und ein langweiliges Pflichtfach, sondern das sollte was sein, was man irgendwie mit Begeisterung annimmt. Ich bin davon überzeugt, unser Gast auf dem Panel vermittelt auch mit Freude informatische Themen und setze sich mit Freude mit KI in aller kritischen Herangehensweise auseinander. Was ist Ihr Beitrag? Ja, mein Name ist Ralf Rainer Piesold. Ich bin Professor für Public Administration und Verwaltungsinformatik an der Frankfurt University of Applied Science. Ja, ich möchte das hier nutzen, um ein bisschen Wasser in den Wein zu schütten, weil das hört sich alles toll an. Klar, wir können hier bei den digitalen Eliten über Kahnemann diskutieren. Wir werden wahrscheinlich auch über Long-Shirt-Term-Memories diskutieren können. Aber wenn Sie eine Verwaltung haben, wie Stadt Frankfurt zum Beispiel, hat 9000 Mitarbeiter. Und dann müssen Sie sich fragen, welche Kompetenzen können wir da überhaupt vermitteln? Einerseits und andererseits natürlich wird dort KI angewandt. Letztere Frage, KI wird angewandt, hundertprozentig, nicht nur bei den Studenten, sondern auch bei unteren Ebenen in der Verwaltung, weil es einfach ist und wir im Grunde genommen natürlich dazu neigen, einfache Lösungen zu machen. Bestes Beispiel ist, dass wir Übersetzungen haben bei Deep Learning in der gleichen. Das wird gemacht, aber das wird unreflektiert auch geschehen. Und das wird in Zukunft stärker unreflektiert geschehen. Wir haben bei der Stellung von Bescheiden mittlerweile natürlich Einsatz von KI. Das wird auch gemacht und wird stärker gemacht, aber es wird auch unreflektiert gemacht. Deswegen sehe ich auch die AI-Act sehr kritisch. Man kann natürlich sagen, man braucht Kompetenzen, damit man AI anwendet. Rein theoretisch ist es eine Kompetenz, wenn ich sage, KI heißt künstliche Intelligenz, okay, dann ist man... Aber Sie werden die Kompetenzen bei so einem komplizierten Prozess wie künstliche Intelligenz kaum in die, sagen wir mal, normalen Ebenen bringen können. Aber die Anwendung wird geschehen. Und das ist das Problem, was ich hier sehe. Und ich sehe auch noch keine Lösung in dem Grunde. Perfektes Stichwort für quasi meinen letzten Slot. Ganz viele Stichworte, die darauf abzielen, was ich jetzt vorlese. Die Anbieter und Betreiber von KI-Systemen ergreifen Maßnahmen, um nach besten Kräften sicherzustellen, dass ihr Personal und andere Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen. Zu berücksichtigen sind dabei technische Kenntnisse, Erfahrung, Ausbildung, Schulung und der Kontext des Einsatzes, sowie Personen oder Personengruppen, bei denen KI-Systeme eingesetzt werden sollen. Das war ein Zitat aus dem AI-Act. Artikel 4, AI Literacy, im Deutschen heißt der Artikel KI-Kompetenz, spricht von einem ausreichenden Maß an KI-Kompetenz bei Anbietern und Betreibern. Es könnte sein, dass ab nächstem Jahr die Frage also nicht mehr ist, brauchen wir das eigentlich, sondern wie setzen wir es eigentlich um? Und ich erlebe da große Ratlosigkeit in der Auseinandersetzung mit Unternehmen wie Hochschulen, die sich fragen, was heißt es jetzt? Will ich vielleicht einfach nur ein Informationsblatt zu KI zur Verfügung stellen, dann habe ich zumindest die rechtliche Anforderungen erfüllt oder will ich das als Anregung nehmen, um für mich, meine Mitarbeitenden und meine Zielgruppen die Frage nochmal neu zu stellen, was ist denn ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz? Und aufgrund der Zeit verknüpfe ich da jetzt so ein bisschen die Frage und die letzte Frage, was glaubt ihr denn, so auch in Perspektive auf die nächsten 5, 6 Jahre, 2030, ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz? Was braucht es da neu und was braucht es vielleicht auch nicht mehr? Nora. Eine große Frage in 10 Sekunden beantwortet. Also ich denke, was zumindest ein Potenzial ist, ist, dass der AI Act sich eben nicht nur mit den technischen Aspekten von KI auseinandersetzt. Also wir haben jetzt gerade gehört, man kann das natürlich als Manko erkennen, dass ethische Aspekte nicht so besonders gut berücksichtigt sind oder dass es auch nicht ausformuliert ist, was eigentlich diese KI-Kompetenzen sind. Das hat aber natürlich auch ein Potenzial, jetzt zu zeigen, wie man es macht. Also ich würde die Herausforderung als Potenzial jetzt vielleicht da ein bisschen stärken. Genau. Und wir haben, um jetzt auch auf den Beitrag sich zu beziehen, ich glaube, die Anwendungskompetenz kann ein Einstieg sein. Und das ist dann die Herausforderung, also wir alle, die sich mit informatischer Kompetenzvermittlung befassen, kennen das Darkstool-Dreieck. Also es gibt die Anwenderperspektive, Anwenderinnenperspektive und dann ist einfach die Herausforderung, auch die anderen Perspektiven, die technische Perspektive und die gesellschaftliche Perspektive mitzudenken. Und da zählen dann wiederum auch ethische Aspekte rein. Also ich würde denken, dass wir auch da innerhalb der GI beispielsweise schon gute Frameworks mitliefern, mit denen man das machen kann. Und ich finde, was ja auch da nicht definiert ist, auch nochmal zu stärken, das ist ja auch was, was du schon gesagt hast, früh anzufangen. Nicht, wenn wir erst im Berufsleben sind, sondern da tatsächlich auch nochmal in beispielsweise Schulunterricht zu gucken. Die Gesellschaft für Informatik ist bekannt für das Pflichtfach Informatik. Das ist quasi einer unserer Markenkerne. Da auch nochmal zu schauen, früh anzusetzen. Also vielleicht das nur als, genau, Kurzantwort und Potenzialanalyse. Danke. André. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie die ganzen Punkte waren, die du wissen wolltest. Also ich denke, was aus meiner Sicht wichtiger werden wird, im Hinblick auf, was in ein paar Jahren ist, ich denke, wir wissen alle nicht, wie sich das ganze Thema KI komplett entfalten wird. Und ich glaube, jetzt auf bestimmte Lösungen oder sich auf einzelne Themen oder Produkte festzulegen und dort zu versuchen, sich zum Experten zu entwickeln, ist in der kurzfristigen Betrachtung natürlich sinnvoll. Aber ich glaube, wichtig ist halt, dass gerade vermittelt wird, dass man sich mit, ja, mit den Veränderungen sozusagen da dran bleibt, dass man genau dieses agile, Agilität mit, mit dieses lebenslange Lernen, dass man wirklich das nicht nur als ein Buzzword versteht, sondern wirklich als etwas versteht, was man einbaut in seinen Alltag. Weil ich glaube, es werden extrem viele Dinge bis 2030 passieren, die wir heute noch gar nicht abschätzen können. Vor zwei Jahren, wo OpenAI anfing, da waren gewisse Dinge, wo man gesagt hat, wow, besser, schlimmer wird es nicht. Und im Prinzip im Monatsrhythmus kommen Updates und die Funktionalitäten werden immer extremer, könnte man sagen, oder ausgefallener, je nachdem, wie man es betrachten will. Und ich denke, da den offenen Umgang damit zu lernen und die Offenheit, sich damit zu beschäftigen und den Willen dazu. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, was wir irgendwie für uns und auch für die nächste Generation vermitteln sollten und erlernen sollten wieder. Jan, ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz, 2025, 2030. Wo müssen wir da hin? Also ich habe ein paar Gedanken gehabt, um es jetzt kurz zu fassen. Ich glaube, wir sollten nicht faul werden. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber wir sollten uns mal überlegen, welche Aufgaben wollen wir uns jetzt durch die KI wegnehmen lassen und welche nicht und jetzt nicht einfach hier einschlafen am Laptop sitzen und dann alles, wenn wir jetzt von generativen KI reden, durch KI generieren lassen für einen, wenn jetzt die KI noch besser wird. Und das zweite Thema ist, transparent zu kommunizieren, transparente Kommunikation. Also wenn wir jetzt in dem Bildungssystem sollten die Professoren und Professoren von den Schülern transparent sehen können, wie sie KI nutzen, dass wir einfach dieses hier hat jetzt jemand Chat-Spit hier offen, der Professor oder Professoren weiß nicht, was jetzt da passiert, was macht der Schüler damit. Das gleiche ist ja im Firmenalltag genauso. Also jeder sollte, zumindest, ob es jetzt freiwillig oder nicht freiwillig ist, sollte man nochmal diskutieren, aber wir müssen transparent miteinander sein, wie wir KI nutzen, dass jeder weiß, was der andere damit macht, um dann gemeinsam zu schauen, welche Kompetenzen denn jetzt bei der Person fehlen und bei der Person nicht fehlen. Also einfach das Ganze ein bisschen mehr operationalisieren. Freiwillig oder nicht freiwillig, ich glaube, damit schließen wir auch so ein bisschen den Kreis zum Thema Selbstverpflichtung, vielleicht auch das Thema Vertrauen, menschenorientierte und menschenzentrierte KI braucht auch Vertrauen in uns, dass wir nicht verlieren dürfen, wenn wir durch KI-Systeme vermeintlich getrieben sind. Und ich würde sagen, Nora, dir gehört das Schlusswort, wenn du dazu noch eine wichtige Ergänzung hast. Da habe ich Glück. Ich wollte eigentlich nur noch mal anschließend daran stark machen, dass ich finde, die Herausforderung ist eben, Bildung ist der Schlüssel zur Teilhabe und Teilhabe ist ein wichtiger Faktor. Wir hatten es ja jetzt, um den Zirkelschluss vielleicht auch zu machen, mit Demokratie. Also wenn ich mich beteiligt fühle, dann fühle ich mich vielleicht auch bestärkt darin, in unserem demokratischen System mitzuwirken. Und deswegen ist das was, wo wir dann eigentlich, also wir hatten es gestern, es wurden die GE Junior Fellows ausgezeichnet und da wurde so schön gesagt, naja, das ist eine Regulation, das sind die Mindeststandards. Und wir können ja auch über den Mindeststandard hinausgehen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Baseline und das heißt ja, wir können es auch durchaus besser und ausdifferenzierter machen. Und kleiner Werbeblock nochmal von meiner Seite, bevor ich es vergesse. Wir bieten mit dem Civic Data Lab nachher heute Nachmittag auch noch einen Workshop an. Also wer erfahren will, wie gut Data Scientists mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten können. Wir bieten einen Workshop mit KI Gutes tun, wie mit Retrieval Augmented Generation und in Zusammenarbeit mit einem Verein, der Jugendbeteiligung in der Kommunalpolitik macht, geschehen kann. Kommt gerne zu uns in den Workshop-Raum. A hat 319 ab 14 Uhr. Da freuen wir uns und können natürlich auch das Thema noch ein bisschen vertiefen und weiter diskutieren. Ganz herzlichen Dank an euch. Ganz herzlichen Dank an die, die sich auch hier vorgetraut haben. Ich würde sagen, wir haben ganz viele Themen zum Austausch beim Mittagessen. Davor haben wir noch einen weiteren Impulsvortrag. Das Wichtige ist, wir müssen ins Doing kommen und wir sollten aktiv mitgestalten, was es heißt, AI Literacy zu stärken, um auch unsere Demokratie zu stärken, Unternehmen zu stärken und die Wissenschaft und den Informatikbereich zu stärken. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon ganz weit gekommen. Vielen Dank und bis bald. Hier noch Fotos gemacht werden, nutze ich die Gelegenheit, die Brücke zu spannen zu unserem nächsten Punkt, der letzte Tagesordnungspunkt, der Sie vor dem Mittagessen trennt. Ich würde Sie aber trotzdem bitten, sich die Zeit zu nehmen. Wir haben es eben gehört, das Thema Abhängigkeit von möglicherweise KI-Tools. Wir hatten es in unserem Panel heute Morgen im Kontext der öffentlichen Verwaltung, wie man sich davon möglicherweise schon abhängig gemacht hat. Wie kriegt man eine größere Unabhängigkeit hin? Ist Unabhängigkeit überhaupt der Goldstandard? Geht es um Bewertungsfähigkeiten, Entscheidungsfähigkeiten? Das hat der Herr Schabhüser hervorgehoben. Deshalb freue ich mich jetzt sehr, dass wir explizit das Thema IT und Cybersicherheit noch mal in den Fokus rücken. Wir haben jetzt eine Keynote, einen Impuls von Michael Lemke. Er ist Chief Security Officer bei Huawei Technologies, einem Unternehmen, das ja gerade aktuell auch im politischen Diskurs in der Kritik steht, beziehungsweise versucht wird, die Abhängigkeit zu reduzieren. Und da freue ich mich, darauf zu hören, was das vielleicht auf IT-Sicherheitsseite für Auswirkungen hat. Michael Lemke hat 30 Jahre Erfahrung im IKT-Umfeld. Er war in Forschungs- und Entwicklungsprojekten beteiligt, Produktmanagement, Geschäftsentwicklung, Innovationsmanagement. Er ist promovierter Kernphysiker und eben nach Stationen bei Siemens eben seit 2007 bei Huawei. Und wo ist er? Ach, da hinten. Herr Lemke, the stage is yours. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sozusagen angenehm überrascht, hier heute eine Keynote halten zu dürfen. Das möchte ich mal vorab schicken. Als erstes, ich hätte hunderte Kommentare hierzu auch abgeben können. Da jetzt erwähnt wurde, wie mein beruflicher Werdegang ist, würde ich vielleicht einen abgeben, der mir sehr aufgefallen ist. Das ist sicher ein Physiker-Kommentar. Wir sollten bei der Literatrie darauf achten, dass wir die First Principles mitdenken. Das ist nämlich, wenn man sich heute mit jüngeren Leuten, ich habe auch Söhne natürlich, Kinder, und erkenne also auch so ein bisschen die jüngere Generation, ganz abgesehen davon, dass sie natürlich in meinem beruflichen Umfeld mir begegnet, dann fällt mir auf, dass dieses Denken, dass es so ein paar First Principles gibt, auf die wir eigentlich alle beruhen, und wenn man die sozusagen einbaut in seine Betrachtung der Realität, etwas ruhiger, etwas sicherer, etwas stabiler und übrigens auch etwas souveräner lebt. Deshalb hat mir auch sehr der Spruch sehr gut gefallen, KI, generative KI, die jetzt anfängt, sozusagen mit uns in unseren eigenen Worten zu antworten und quasi aus der statistischen Gesamtmenge von 10.000 Jahren Sprachentwicklung, Wissensentwicklung und so weiter antwortet auf die Fragen, die wir hier stellen. Wir sollten genau wissen, in welchem Mechanismus wir dort stecken und wir sollten demzufolge ein sehr gesundes Maß der Abgrenzung haben. Jetzt ein Kommentar vielleicht aus unserer Sparte hier. Ich stehe ja hier doch ein bisschen als Alien. Wir sind ja Huawei, sind ein Infrastrukturhersteller, das heißt, wir stellen digitale Infrastruktur her. Wir kümmern uns darum, dass Daten fließen, wir kümmern uns darum, dass Daten gespeichert werden können, wir kümmern uns auch darum, dass Daten verarbeitet werden können. Also das heißt immer, das Kümmern heißt, wir liefern die entsprechenden Produkte dazu und wir haben das Thema KI sehr früh als Produktivitätskraft erkannt. Nicht so sehr die generative KI, die jetzt natürlich Produktivitätsschübe in Bezug auf die Textproduktion erzeugt, sehr instruktive Beispiele, sondern auch sozusagen die ganzen Fähigkeiten der Algorithmik, des Maschinenlearns und so weiter einzubauen in den Produktwertschöpfungsprozess und dort vielleicht die Ressourcen zu heben. Gut, ich komme jetzt zu dem Zwischenruf. Der Zwischenruf ist einer, den schicke ich vorweg. Ich mache den von der Seitenlinie. Warum von der Seitenlinie? Das ist ganz einfach. Ich bin kein natürlich gewachsener Nerd aus dem Thema IT-Security. Ich habe in meinem Leben natürlich schon mich um Software gekümmert. Ich musste sie selber schreiben. Als Physiker war Software-Schreiben immer das Werkzeug, um überhaupt mit den Messinstrumenten und mit den Ergebnissen umzugehen. Ich habe jetzt mal darüber nachgedacht, ob man dann vielleicht mein Engagement beim Thema Hochenergiephysik und am CERN zum Beispiel oder in Vorbereitung der CERN des CERN-Großdetektors dort, ob man das schon als Datenscience mitbezeichnen kann. Ich vermute, dass die heutige Bedeutung eher auf dem sozialen Bereich liegt, aber ich bitte darum Vergebung. Mein weiterer Kommentar. Es ist keine Wissenschaft, erhebt keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Es ist eine Beobachtung. Ich hoffe, dass man vielleicht aus dieser Beobachtung die eine oder andere Schlussfolgerung ziehen kann. Und jetzt gehe ich sozusagen von dort aus gleich erst mal in Medias Race, wenn es denn wohl. Kann mir jemand das nächste Slide einspielen? So, da ist der Slide. Fängt es an mit einem, es ist ein bisschen klein, ich hoffe, Sie können es trotzdem erkennen. Ich bringe hier zwei sozusagen oder drei Fakten, die im kommunikativen Raum existieren. Der linke Fakt beschreibt, wir kriegen aus Deutschland Bestnoten Bezug auf das Thema Cyber Security Governance in all den Bereichen, die da wichtig sind. Da sind also zum Beispiel die juristischen Maßnahmen, die technischen Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen, das Thema Capability, Capacity und auch Corporate. Vielleicht mit einer gewissen Schwäche bei den technischen Maßnahmen. Das könnte ja korrelieren damit, dass wir in dem Bereich der IT sozusagen Sicherheit und der IT-Beherrschung oder unserem eigenen Törf vielleicht an dem einen oder anderen Fundament mangeln. So, und auf der rechten Seite sehen wir das Thema, das Cyber-Sicherheitsrisiko wird als höchstes bewertet im Risiko. Das ist ein Bericht aus der Versicherungsindustrie, die sozusagen dieses Thema als Geschäftsrisiko bewertet. Und weiter unten haben wir das Thema der Statistiken, wie sie vom Bitkom an dieser Stelle kommuniziert werden, dass sozusagen eine gigantische Schadensmenge auf der Industrie und der industriellen Aktivität in Deutschland lastet. Was heißt das? Was heißt die Koexistenz dieser Nachrichten? Haben wir eine Lücke in der Durchführung, in der Anwendung? Der eine oder andere würde wahrscheinlich gleich sagen, ja, das ist auch übrigens der O-Ton, den man hört in der Community. Sind wir nicht in der Lage, es zu beherrschen? Haben wir einen Mastery Gap? Oder ist es vielleicht auch nur ein Wahrnehmungsthema? Oder ist es vielleicht prinzipiell? Haben wir ein prinzipielles Problem? Oder vielleicht liegen wir hier auch einem gewissen Alarmismus? Meine Aussage, die ich hier sage, meine persönliche Einschätzung ist von allem ein bisschen. Und wahrscheinlich ist es gut, wenn man sich diese Fakten oder wenn man diesen Fakten in Berührung gerät mit diesen Fakten, sich vielleicht genau diese Fragen zu stellen und dann wieder abzuschichten. Auch ein Thema übrigens der Souveränität in der Bewertung von Informationen, die in der Wirklichkeit kommen. Hier komme ich mit einer sehr, sehr steilen These und ich bin mir dessen völlig bewusst, dass viele Leute möglicherweise sich davon attackiert fühlen, berührt fühlen und so weiter. Es ist eine persönliche These. Es ist einfach nur eine Anregung, eine Frage. Also schauen wir auf das Bild, was ich dort gerade aufgezeichnet habe. Unten links sehen wir den, ich nenne es hier mal Technologie-Stack, wie er digitalen Produkten eigen ist. Das ist also immer irgendwie ein Stückchen Hardware, es ist ein Stückchen Chipset, es ist ein Stückchen Betriebssystem, es ist ein Kernel, es sind die Virtualisierungsmittel, es ist eine Mittel, wer ist eine Applikation. Das ist sozusagen offenbar der physikalische Sat. Und wenn ich die allgemein gängigen Darstellungsformen nicht richtig gefunden habe, dann bitte ich um Vergebung. Wie gesagt, einfach einen vereinfachenden Blick, massiv vereinfachen. Im Bereich sozusagen der, das, oberhalb der Hardware schwebt ein gigantischer Software-Stack. Wahnsinn, 2,8 Trillion Lines of Code sind jemals geschrieben worden in den letzten 20 Jahren. Jedes Jahr kommen diese 92,7, ich muss jetzt selber mal nachzählen, wie sind denn das eigentlich? Das sind Billionen, kommen dazu und wir sehen dort übrigens kein Ende. Co-Pilot wird das noch weiter in die Höhe treiben. und das heißt, wir haben hier auch schon ein Mengenproblem und das ist einfach nur eine Feststellung und wenn wir unten in die Basis gucken, dann sehen wir dort 420 Milliarden Transistoren pro Chip sind jetzt sozusagen schon state of the art oder sind generiert worden. Die Fertigungsbandbreite geht immer weiter runter und wenn man jetzt einen kritischen Blick aus Sicht der Cybersecurity drauf wirft, dann stellt sich heraus, oh, wir haben da so ein paar Events gehabt, die uns zeigen, dass wir da möglicherweise Grenzen in der Beherrschbarkeit haben. Ich denke da nur ein Meltdown zum Beispiel, wo der Prefetch-Algorithmus für die Sprungvorhersage in den x86er-Technologien oder Architekturen offenbar dann nicht mehr komplett durchbeherrschbar war. Ganz abgesehen davon, dass wir jetzt viele Bewegungen in der Industrie sehen, wo sich genau dieser Technologie-Stack ändert. Also ich brauche ja bloß daran zu erinnern, der Übergang zu ARM in vielen Industrien, durch viele Industrie-Spieler, ARM-Architekturen oder auch zum Beispiel andere RISC, RISC-V, Open Hardware und oder auch sozusagen im Bereich der Programmiersprachen, die ja auch eine gewisse Kakophonie darstellen. Weiß eigentlich jemand, wie viele Programmiersprachen es gibt? Ich habe keine Zahl gefunden, weiß das irgendjemand? Ich habe irgendwann mal angefangen, selber mit Fortrin, da bin ich ganz stolz drauf und meine Industrie sozusagen Qualifizierung, meine Industriequalifizierung war Beherrschung von C, zu Zeiten, wo das offenbar noch nicht so verbreitet war. Aber da hat sich ja ein gewaltiger Haufen gesammelt und auch dort ist sozusagen so eine Art Wildwuchs entstanden, worüber man nachdenken könnte. Natürlich sehen wir auch Licht am Horizont. Das ist alles nicht so schlecht, wie es vielleicht sich anhört. Wir wissen alle von Rast und wir kennen auch die anderen alle, die Speicher sozusagen robusten Implementierung, Sprachimplementierung. Aber wir sehen, es herrscht irgendwie ein Druck drauf. Wenn Sie diese These kaufen, wäre ich sehr willkommen, ist das sehr willkommen. Wenn Sie sie nicht kaufen, auch gut. Das ist halt einfach eine Denkanregung. Eine zweite, die mir auffiel, ist, wie sieht es in der Governance aus? Hier nur zwei Fakten. Auf der linken Seite sehen Sie, was an öffentlichen Institutionen sich um Cyber Security in Deutschland kümmert. Das sind alles öffentlich erreichbare Publikationen. Die linke Seite kommt von der Stiftung Neue Verantwortung, ursprünglich die Stiftung Neue Verantwortung, jetzt Interface genannt. Und es sind 384 Organisationen, die dort aufgelistet werden in den verschiedenen Ebenen, international, Europa, Deutschland, Federal States und lokal. Auf 243 Seiten. Ich fand eine Bemerkung der Verfasser dieser Studie hochinteressant, die Sie irgendwann mal gemacht haben. Sie sagten, Sie bräuchten selber Data Science, um zu verstehen, was Sie dort zusammengeschrieben haben. Und zwar geht es hier um das Thema Grafen, Einflussgrafen, wer ist mit wem vernetzt, wie gut und wie stark vernetzt und so weiter. Und auf der rechten Seite sehen wir mal das Thema, was unser täglich Brot als Cyber Security Verantwortliche in diesem Lande ist, wenn man sich um kritische Infrastruktur und so weiter kümmert. Die Toms vom BSI, der Herr Schapfüßer ist auch noch da, ich hoffe, ich springe ihm nicht ins Gesicht damit, aber es sind 858 Seiten, die zu operationalisieren sind. Also eine gewisse Komplexität lässt sich da, glaube ich, daran ablesen, was mich übrigens auch zu dem Kommentar führt, was hilft es uns, wenn wir es schaffen, immer mehr Wort zu generieren? Also die Frage würde ich jetzt mal stellen und ich bin jetzt der Ältere, ich kann rückwärts gucken, ich bin ein alter Sack, ich muss da jetzt sozusagen vielleicht auch nicht mehr so viel Rücksicht nehmen, ich möchte das nur als Frage zurückgeben aus Sicht sozusagen meines Erfahrungshintergrunds und Horizonts. Ja, in Bezug auf die Compliance, wir haben 120 Regulierungen, die sich um Digitales kümmern auf Europaebene, wir haben 30, die sich alleine um Cyber Security kümmern, ich möchte nicht wissen, wie viele Seiten es sind, man könnte es überschlagen, es sind Tausende, Sie sehen also, es gibt an dieser Stelle auch eine gewisse Richtung, die vielleicht einer gewissen Korrektur bedarf. Ich sage und ich möchte immer genau die zweifache Message senden, das ist wichtig, weil es sind die strukturierenden Gedanken, werden dort niedergelegt in diesen Papieren. Leider leiden Sie darunter, dass Sie sozusagen aufgehen, wie der Pfannkuchen, und dann sozusagen eine selbstgemachte Komplexität erzeugen und wir eigentlich darüber nachdenken müssen und diese strukturellen Gedanken können nur wir uns machen. Das nimmt uns keine KI ab, keine AGI, wer es auch immer, nehmen Sie uns alle nicht ab, wir müssen das machen, weil es ist unser Souveränitätsprojekt im Umgang mit der Wirklichkeit, auch mit der digitalen Wirklichkeit. So, ich war ja so happy, Kahnemann tauchte schon auf, brauchte ich also gar nicht zu erwähnen, aber es ist ja tatsächlich so und es gibt einen gewissen Link zu dem Thema, wie nehmen wir denn Dinge wahr, wovon werden wir getrieben. Wenn ich nochmal einen Vorschlag machen dürfte über ein Curriculum, entweder in der Schule oder beim Studium, dann würde ich mindestens für Naturwissenschaftler dieses Buch vorschlagen, aus einem ganz einfachen Grund, weil es uns hilft, uns selbst zu strukturieren, unsere Wahrnehmung zu strukturieren, uns bewerten zu können. Denn wir, die wir in der Technologiesphäre leben, wir leben das langsame Denken. Wir leben das rationale Denken. Wir müssen, wir kämpfen die ganze Zeit natürlich mit unseren Emotionen und das ist auch gut so, wir sind Menschen, wir sind eine Komposition aus beidem, aber wir sollten uns dessen bewusst sein. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, vielleicht sind wir dann wieder ein Stückchen souveräner im Umgang. Das Thema Huawei ist angesprochen worden. Ich will gar nicht großartig darauf eingehen, ich sende nur eine Message. Wir sind seit 2001 in Europa. Das Thema Vertrauenswürdigkeit ist gestresst worden und da gibt es auch zwei verschiedene Dimensionen. Es gibt die sozusagen, die menschlich empfundene, das menschlich empfundene Vertrauen und auch einen Bodensatz, einen strukturellen Bodensatz von Struktur, also von Maßnahmen, Techniken, Strukturen, die Vertrauenswürdigkeit prüfbar erzeugen sollen. Aber es gibt auch ein ganz einfaches Mittel. Wir werden seit 2001 gekauft. Das heißt, uns wird zumindest so weit vertraut, dass man das, was wir erzeugen, mit Geld vergütet. Und dieser einfache Fakt ist komplett verloren gegangen in dieser gesamten Diskussion. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, und das ist eine viel, glaube ich, eine noch schlimmere Situation, der wir ja ausgesetzt sind, der gesamte strukturelle Rahmen, der ja in Deutschland mit dieser Sicherheitsregulierung niedergelegt wurde und sich insbesondere in den Paragraphen 8 und 9b im IT-SIG, heute sind wir dann 41 und 53 und so weiter, im NIST 2, in der NIST 2 Transposition, hat Zweifel erweckt, ob wir das Thema Cybersecurity beherrschen. Und das wäre etwas, was wir uns eigentlich nicht erlauben sollten. Das sollten wir nicht zulassen. Denn wir alle arbeiten sozusagen rational mit Intention an den Themen, die wir lösen müssen. Und dafür haben wir auch die Tools, die Mittel und so weiter. Und die gibt es halt auch in der Cybersecurity. Ich habe sozusagen etwas davon vorher gezeigt. Und wir sollten uns wirklich nicht von sozusagen von nicht, also von anderen Interessen nicht zu stark irreführen lassen, sondern unsere eigene Position dazu entwickeln. Und die eigene Position sollte unter anderem vielleicht auch faktisch am Einblicken und so weiter beruhen. Der Rational in Cybersecurity ist, alle wissen das, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Man kann Sicherheit sozusagen erzeugen, in Abhängigkeit vom Investment. Das ist das Pareto-Prinzip. Wohl bekannt, muss ich nicht weiter mich darüber äußern. Das wissen sicher die Fachbewegten. Wichtig ist, man kann es managen, man kann es minimieren. Ich erzähle zu diesem Bild gerne die Geschichte vom Flugwesen. Alle steigen in Flugzeuge. Nicht ein einziges Flugzeug ist bisher oben geblieben. Das eine oder andere kam unfreiwillig runter. Warum vertrauen wir dann sozusagen dem Einstieg ins Flugzeug? Und wenn man darüber anfängt nachzudenken, dann findet man Strukturen. Und diese Strukturen sind zum Beispiel unabhängige Überprüfung, Zertifizierung, Prinzipien der funktionalen Sicherheit etc. Und wenn man aber mit dem System spielt, was auch vorkommt, sozusagen im wirtschaftlichen Kontext, dann erleben wir 737 Max. Jeder weiß, was das heißt. Ich kann es im Detail auftröseln, will ich jetzt nicht. So, wie macht es die Industrie? Hier ein Beispiel aus der Produktgenerierung. Was Sie dort sehen, ist eine Riesenliste. Es betrifft zwölf Punkte, wie man sozusagen sich ein Cyber Security Framework bauen kann, so dass man das Thema als Produkthersteller und Produktherstellerverantwortlicher sozusagen alle Maßnahmen umsetzt, um so gut wie möglich, wohlgemerkt 100% gibt es nicht, aber unterstützt mit dem gesamten Wissen und Sie können hier einmal drum herumlaufen, Sie sehen die ganzen Standards, Sie sehen die ganzen Regulierungen, die dort zur Anwendung kommen und dann erzeugt man sein Produkt und wenn dieses Framework anerkannt wird, dann kann man auch nicht gut sagen, ja, da ist was. Das ist nämlich auch eine Frage der Mastery dieses Themas. Sodass ich zum Schluss komme, da wäre der Weg aus, also der Ausweg ist ganz klar, die Industrie weiß eigentlich, was sie tut und sie hat ein hohes Selbstinteresse. Ich kann Ihnen nur sagen, für uns ist es mission critical. Was hilft es mir, wenn ich sozusagen dort eine Lücke erlaube? Mein kommerzieller Wert sinkt ad hoc auf null. Deshalb muss ich stringent sein. So, Cyber Security ist manageable. Wir sollten das alle verinnerlichen. Das Cyber Security System ist ein selbstlernendes, selbstreflektierendes, sich ständig selber verbesserndes System. Auch eine Struktur, die wir nicht gefahrlos sozusagen attackieren dürfen. Und dann am Ende, es geht um Rationalität, es geht um technische, es geht um Accountability, Verantwortungsübernahme, es geht um Kooperation, es geht um Ökosysteme und es ist die Vermeidung von Überpolitisierung, denn die führt eigentlich zu nichts. Sie ist für das Thema selber kontraproduktiv, kontraintuitiv. Ich will nur das Thema Resilienz kurz mal in den Raum werfen. Es gibt eine Resilienz auf Technologie-Stack-Ebene und es ist gut, wenn so viele wie mögliche von diesen Technologie-Stacks existieren und beherrscht werden. Und es ist gut, wenn größere Unternehmen wie Huawei, das ich hier vertrete, sozusagen die Skaleneffekte besitzt, um eine nachhaltige Innovation in diesen Technologie-Stacks auch zu erlauben. So, Take-Away, ich weiß nicht, will ich jetzt gar nicht groß vorlesen. Also für mich das Allerwichtigste ist, als Zukunftsrichtung bei allem, was wir sozusagen diskutieren, das Thema Vereinfachung vielleicht als Target-Vektor zu wählen. Und dann Mastery durch Technique-Principles, da kommen wir wieder zurück zu den First-Principles, von denen ich sprach. Also eine KI ist, man kann sie auch so betrachten, nichts anderes als eine massenhafte Durchführung von Plus-Minus-Mal-Durch in den entsprechenden Strukturen, die relativ einfach sein können, auch auf dem Semiconductor-Level. Und wenn wir uns dann überlegen, welche Algorithmik daraus entsteht, dann können wir wunderbar philosophisch auch darüber nachdenken, wann sozusagen Quantität in Qualität umschlägt oder wann es dort immer Gänzen gibt. Aber das ist Research und das ist auch wieder Souveränität, denn wir begleiten das, wir bewerten das. Wir sollten unbedingt wertschätzen, wir alle sitzen auf den Schultern anderer, also was existiert auch in dem Bereich, aber wir sollten uns erlauben, das mit Augenmaß und prioritär anzuwenden. Und damit bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Schönen guten Nachmittag, willkommen zurück aus der Mittagspause. Ich hoffe, Sie haben sich alle gut gestärkt, denn jetzt geht es weiter. Mein Name ist Nikolaus Becker, ich leite in der Geschäftsstelle der GI das Team Politik und Wissenschaft. Und ja, Sie wissen ja, die Informatik, das Informatik-Festival findet rotierend in verschiedenen Städten statt. Dieses Jahr sind wir hier in Wiesbaden, nächstes Jahr in Potsdam bei Berlin. Und so freuen wir uns natürlich auch immer mit lokalen Expertinnen und Experten der Digitalpolitik in den Austausch zu kommen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute die Digitalministerin Hessens hier haben, Frau Professorin Dr. Christina Sinemus. Entschuldigen Sie bitte. Ich freue mich sehr, dass Frau Sinemus heute hier ist, nicht nur, weil sie seit fünf Jahren die Digitalministerin ist und die Digitalpolitik Hessens gestaltet, sondern auch, weil sie der GI in besonderer Art und Weise verbunden ist. So wie ich gehört habe von einigen hier vor Ort, standen Sie in Austausch mit der Regionalgruppe Rhein-Main. Sie sind unter anderem mit unserer Präsidentin Christine Regitz im Beirat der Initiative SheTransforms IT. Und Sie waren, bevor Sie Digitalministerin geworden sind, im Bereich der Wissenschaftskommunikation tätig und haben, denke ich, großes Verständnis für die Aufgaben und das Engagement der GI in diesem Bereich. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt Ihren Input zum Thema Digitalpolitik in Hessen hören. Herzlich willkommen, Frau Sinemus. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Was ist schöner, als nach der Mittagspause die Digitalministerin zu hören? Bei mir stand jetzt nichts über die Digitalpolitik Hessens. Das kann ich selbstverständlich gerne mit antexten, sondern über die technologische Souveränität im Kontext von Rechenzentren. Aber das lässt sich auch wunderbar miteinander verbinden, denn die hessische Digitalpolitik ist insofern, glaube ich, ein Stück weit auch unabhängig von meiner Person, zumindest strukturell ein Vorbild, hoffentlich auch für den Bund, aber auch auf jeden Fall für andere Bundesländer, als dass wir als einziges Bundesland das Thema Digitales in einem eigenständigen Ressort gebündelt haben. Und das für all die, die nicht aus Hessen kommen, vielleicht auch noch mal eine Botschaft mitzunehmen. Wir sind ein horizontales wie vertikales Ressort. Das heißt einerseits, ich bin gerade in Haushaltsverhandlungen mit dem Minister, mit dem Finanzminister, und ich verhandle nicht nur mein Budget, sondern ich verhandle auch das Budget für alle anderen Kolleginnen und Kollegen an der Schnittstelle Digitales. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir, um von der Digitalpolitik Hessens zu kommen, auch langfristig auf Bundesebene brauchen. Wir brauchen einerseits die Möglichkeit, horizontal an dem Thema Digital über alle Ressourcen weg sozusagen in eine Richtung gemeinsam zu ziehen, um die Verwaltungsdigitalisierung in einer Volldigitalisierung voranzubringen, um das Thema Fachkräfte in der Digitalisierung in der Gesamtschau voranzubringen, aber auch um Schnittstellenthemen in irgendeiner Weise so voranzubringen, dass sie sich gegenseitig befruchten. Auch da möchte ich ein Beispiel nennen. In meiner Eigenschaft als Digitalministerin und Koordinatorin der Digitalstrategie in Hessens bin ich nicht nur für das Budget der gesamten Digitalisierung in allen Ressourcen zuständig, sondern ich spreche mit den Kollegen regelmäßig darüber, wie wir es am sinnvollsten einsetzen. Und zwar, wie Sie Ihr Digitalbudget, Ihren Ressourcen nutzen, aber wir auch gemeinsam vielleicht neue Ideen entwickeln können. Und ich glaube, das ist etwas, was Zukunft braucht, auch in den Digitalthemen gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Digitalisierung ist ein ganz großes Kooperationsprojekt. Und dieses Kooperieren muss ich auch in einem Ressort miteinander ausdrücken. Und dadurch sind Ideen in Hessen entstanden, wie in der letzten Legislatur, dass ich zusammen mit dem Kultusminister ein neues Unterrichtsfach erdacht habe. Das heißt, digitale Welten, fächerübergreifender Unterricht, wurde in der letzten Legislatur pilotiert, wird diese Legislatur in den Klassen 5 bis 7 ausgerollt und in den nächsten Klassenstufen 7 bis 9 erprobt. So ist ein Innovationshub 110 entstanden, ein digitaler Start-up-Hub für die Polizeianwendung, wo beispielsweise Apps entwickelt werden, die ganz einfach eine Unfallaufnahme machen können und man da möglicherweise nicht mehr so lange warten muss und die Polizistinnen und Polizisten schneller in die Umsetzung ihres Jobs kommen. Deswegen sage ich im Zusammenhang mit Digitalpolitik, dass ich aus meiner Sicht meine, dass wir die Zukunft gemeinsam in den Digitalbereichen nur dann gestalten können, wenn wir gemeinsam, das heißt ressortübergreifend, bundesländerübergreifend, aber auch mit der vielleicht künftigen Steuerung über eine Stelle, die für Koordination und Bündelung der Themen zuständig ist, auf Bundesebene machen. Das halte ich für extrem wichtig. Und insofern danke ich herzlich, dass ich die Möglichkeit habe, ja im Rahmen des Informatikfestivals, so einige Aspekte unseres Digitalbereiches zu nennen, neben unserer Bündelungs- und Koordinationsaufgabe. In der Horizontalen haben wir halt auch ganz viele vertikale Aufgaben, die wir alleine als Ressort umsetzen und dazu gehört unter anderem auch das Thema Rechenzentren. Und wenn wir das Thema Rechenzentren nicht in einer Weise vorantreiben, dass wir in Europa, und ich spreche ausdrücklich von Europa, hier die stetig wachsenden Datenmengen so nutzen können, dass wir nicht nur technologisch davon profitieren, sondern dass wir auch unsere eigene digitale Infrastruktur ein Stück weit bewahren, dann glaube ich, werden wir langfristig nicht mehr eigenständig wettbewerbsfähig sein können. Und für mich ist der Wettbewerbsstandort immer noch Europa und nicht Hessen. Dass wir jetzt in Hessen das Glück haben, in dem Fall muss ich es wirklich sagen, europäisch der größte Rechenzentrumsstandort zu sein, ist einem gewissen Zufall geschuldet, dass nämlich Dekix seine erste Daten-Internet-Autobahn hier in Frankfurt nicht weit von hier gelegt hat und daraus die weltweit größte Internet-Daten-Autobahn geworden ist und dadurch sich dann auch viele andere kleine Rechenzentren, leistungsfähige Rechenzentren haben bilden können. Und am Ende sind nämlich die das Rückgrat unserer modernen Gesellschaft und unserer Wirtschaft und die Abhängigkeit von ausländischen Technologieanbietern können wir nur dann reduzieren und im Übrigen auch die geopolitischen Risiken und externen Bedrohungen, wenn wir unsere eigenen Rechenzentren in eine Zukunft, in eine Zukunftsvision führen, die uns als europäischen Standort, uns auch in der Metropolregion, ich sage ausdrücklich Metropolregion, weil Frankfurt, Schnittstelle, Baden-Württemberg, Bayern ist eine Metropolregion, in der auch Rechenzentren wirken und diesen Ausbau der europäischen Recheninfrastruktur, den möchte ich vorantreiben, denn der ermöglicht die Speicherung, Verarbeitung und Weiterleitung von Daten unabhängig von nicht-europäischen Akteuren und schafft eben Sicherheit und Kontrolle auch über sensible Daten. Ich bin wirklich froh darüber, dass wir die Chance hatten, in der letzten Legislatur ein Digitalministerium aufzubauen, was sich auch der Schnittstelle Innovation und Digitalwirtschaft hat fokussieren können. Wir haben den Digitalisierungsstandort voranbringen können, indem wir eigene Förderprogramme investiert haben, aber auch verschiedene Netzwerke auf den Weg gebracht haben und so sind wir in diesem Jahr in der Bitkom-Studie auf Platz 1 geengt worden in der Digitalwirtschaft und auch das macht sich nicht von selber, sondern es funktioniert tatsächlich auch nur in dem Dreiklang Rechenzentrum, Struktur, Anreize, um gerade auch Start-up-Unternehmerinnen und Unternehmer auf den Weg zu bringen und die Bestandswirtschaft, möchte ich mal nennen, Pharma, Automobil, Finanzwirtschaft auf dem Digitalweg auch unterstützend, in politischen Rahmen so zu unterstützen, dass sie ermutigt werden, hier weitere Geschäftsmodelle auszuprobieren und am Ende auch zu machen. Einfach um Ihnen mal so eine Idee zu geben, alleine in Hessen sind wir im Moment mit über 12.000 IKT-Unternehmen, über 130.000 Beschäftigten und mit einem Jahresumsatz von 34 Milliarden unterwegs und das ist wirklich nicht wenig und zwei Drittel der IT-Leistungen der deutschen Co-Location-Zentren sind eben im Rhein-Main-Gebiet. Und wenn Sie sich mal anschauen, wie die letzten Investitionen von größeren Unternehmen waren, so ist zu konstatieren, dass Microsoft 3,2 Milliarden hier investiert hat und die Amazon-Tochter AWS 8,5 Milliarden investiert hat. Und ich sage das nicht, um zu sagen, wir Digitale sind so toll, sondern das ist einfach eine Logik in der Investment, es ist hier der europäisch größte Rechenzentrumsstandort, Sie wollen hier investieren, aber wir müssen das Investment natürlich auch nutzen, um daraus irgendwie innovative Prosperität Wirtschaft zu machen, zum einen, aber andererseits sind mir auch zwei Themen extrem wichtig, über die Sie mit Sicherheit auch diskutiert haben und ich glaube, dass es auch wichtig ist, darüber langfristig noch intensiver zu diskutieren, nämlich das eine ist das Thema digitale Souveränität, also wie schaffen wir uns mit unseren Datenmengen hier auch souverän in den europäischen Markt zu entwickeln und das Zweite, auch das haben wir in der Zukunft gesehen, gerade mit dem, wie wir auch im Moment fürchterliche Angriffskriege erleben, wir brauchen mehr Resilienz in der Datensicherheit. Das Thema Resilienz ist eines, was auch im Zusammenhang mit Daten und Rechenzentren eine wesentliche Rolle spielen wird. Wir sind im Moment dabei, in Hessen nicht nur ein Konzept zu schreiben, sondern auch anzufangen umzusetzen, ein sogenanntes Resilienzzentrum, was wir gerne auf den Weg bringen möchten, denn im Kontext von Rechenzentren ist es wichtig, einerseits Kontrolle über Datenflüsse und Datenspeicherung zu haben, die Gewährleistung von Sicherheit und Resilienz, vor allen Dingen was den Kontext Cyber Security angeht und die Sicherstellung, dass wir die notwendigen Technologien im Idealfall im eigenen Land entwickeln und betreiben können. Und damit das so ist, dass wir hier auch tatsächlich Zukunft denken und auch umsetzen können, haben wir beispielsweise in ein eigenes Rechenzentrumsbüro investiert. Das Digitalministerium führt ein Rechenzentrumsbüro und dieses Rechenzentrumsbüro hilft, Rechenzentren sich nicht nur mit anzusiedeln, sondern die Schnittstelle, die bei vielen doch verloren geht, nämlich wenn ein Rechenzentrum sich ansiedelt, was macht, ist es dann beispielsweise mit der Abwärme in eine kommunale Wärmeplanung mit hinein zu denken. Es gibt bei uns Pilotprojekte, der eine oder andere wird es wissen, Westwil, Frankie heißt, das ist im Westwil Frankfurts, wo ein Rechenzentrumsbetreiber seine Abwärme direkt in ein Wohngebäude ableitet und dort 1.300 Wohnungen eben durch die Abwärme des Rechenzentrums gespeist werden. Solche Projekte von vorne respektive von hinten gedacht, auf den Weg zu bringen, das, glaube ich, ist wichtig. Wenn dieses Projekt Frankie umgesetzt ist, ist von der Mainova der geplante Wärmebedarf von 60 Prozent eben aus dem nahegelegenen Rechenzentrum gewonnen worden, 1.300 Wohnungen beheizt, Geschäfte und Kitas, die genau mit diesem Projekt Abwärme umgesetzt werden und etwa 1.000 Haushalte können ab 2025 kostenneutral mit eben dieser Wärme versorgt werden. Und ich glaube, das ist wichtig in der Zukunftsplanung, nicht nur dieses Thema Abwärme und Energie integrativ zu denken, sondern auch bei den Planungs- und Genehmigungsverfahren tatsächlich auf eine Beschleunigung zu setzen und zu überlegen, wie ich nicht nur volldigitale Antragsprozesse machen kann, sondern wie ich die unterschiedlichen Genehmigungsverfahren, beispielsweise BIMSCH beim Bau von Rechenzentren, so optimiere, dass ich hier die Antragswege verkürzen kann. Das sind die Bereiche, die wir auch in dem Rechenzentrumsbüro, was im Digitalministerium aufgesetzt worden ist, Herausforderungen der Entwicklung der Strompreise, örtliche Gestaltungsanforderungen, Planungs- und Genehmigungsverfahren, das ist aus meiner Sicht etwas, was wir auch in die Zukunft entwickeln müssen. Und ich habe erstaunlicherweise festgestellt, als wir mit dem Rechenzentrumsbüro begannen, haben wir erst mal all die, die rund um die Rechenzentren miteinander zu tun haben müssten oder auch miteinander zu tun hatten, Betreiber, Bürgerinitiativen, Versorger, Wärmeabnehmer, Kommunen an einen Tisch geholt. Und ich war erstaunt, dass Sie mir nachher gesagt haben, vielen Dank, dass Sie diesen Stakeholder-Dialog initiiert haben. Wir haben tatsächlich noch nie miteinander in dieser Kombination in Anführungsstrichen Wertschöpfungskette gesprochen. Das, glaube ich, ist etwas, was wir deutlich mehr vorantreiben müssen. Und in diesem Vorantreiben von Rechenzentren und Rechenzentrumsstruktur heißt es natürlich auch, in eines der Themen, die in der Öffentlichkeit eigentlich erst angekommen sind, seitdem wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr über ChatGDP gesprochen haben, das Thema KI. KI ist ein zentraler Wettbewerbsfaktor und diesen Wettbewerbsfaktor wollen und werden ja auch im Rahmen der älskischen KI-Zukunftsagenda weiterentwickeln. Was haben wir getan, um das Thema KI in Hessen aktiv mit aufzunehmen? Wir haben eine Fünf-Säulen-Strategie, wir haben erstens mal ein Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung als interdisziplinäres Forschungsinstitut auf den Weg gebracht, was zum Beispiel solche Projekte entwickelt, wie Treuhändlerstrukturen für Finanzdaten, also im Sinne der digitalen Datensouveränität. Wir haben zum Zweiten zusammen mit Wirtschaft und Wissenschaft ein Forschungsinstitut gegründet, Heschen AI. Wir haben zum Dritten ein eigenes Förderprogramm auf den Weg gebracht, was ganz dezidiert Start-up und KMU-Unternehmen unterstützt, um ihre entweder Produkte, neue Produkte zu entwickeln, die an der Schnittstelle digitalem gedacht werden, oder ihre Prozesse zu digitalisieren. Oftmals gerade kleine Gruppen an Hochschulen finden die Erstfinanzierer nicht. Ich habe das selbstleidig erlebt, als ich mein erstes Unternehmen 96 gründete und mir keiner Geld geben wollte, außer meinem Vater. Und insofern glaube ich, sind solche Förderprogramme, um zu sagen, ja, wir glauben, dass euer Pilot funktioniert, ihr bekommt eine erste Fördersumme, ganz wichtig. Und diese Start-up-Unternehmen, wie auch KMUs, haben wir mit unserem Förderprogramm insgesamt 150 in der letzten Legislatur gefördert und möchten natürlich, dass die in der Region bleiben und sind jetzt dabei, sie zu versuchen, in die zweite Phase zu entwickeln, indem wir Innovation meets Finance und andere Formate entwickeln. Denn am Ende des Tages reicht es nicht nur, die Infrastruktur, auch KI-Infrastruktur zu haben, sondern man braucht auch die Menschen, die sie nutzen. Das soll hier gerechnet werden, idealerweise. Und sie sollen, wenn es geht, auch hier an diesem Standort bleiben und ein solches KI-Ökosystem durch diese Fördersummen zu entwickeln, ist der dritte Baustein. Der vierte Baustein ist, dass wir tatsächlich als Digitalministerium uns in die Anschaffung von Infrastruktur begeben haben. Wir haben nämlich 283 NVIDIA-GPUs gekauft. Wir haben diese GPUs hingestellt in die GSI. Da gibt es einen Green IT Cube, der tatsächlich sehr energieeffizient Server beheimatet und haben gesagt, da steht Infrastruktur für KI, liebe Start-ups, liebe KMUs, ihr bekommt jetzt kein Geld, ihr bekommt Recheninfrastruktur, rechnet eure Piloten, rechnet sie bitte da, sodass wir die Daten im Sinne der Datensouveränität auch hier behalten können und dann hoffentlich auch die Produkte in entsprechender Weise in die Umsetzung bekommen. Und die fünfte Säule dieser KI-Zukunftsagenda ist, dass wir gemeinsam mit dem VDE einen AI-Quality- und Testing-Hub gegründet haben, sozusagen im weiser Voraussicht, dass die KI-Verordnung kommen wird. Wir haben den AI-Act umzusetzen und dieser AI-Quality- und Testing-Hub soll Anlaufstelle für gerade für Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich eben keine eigene Stelle des Projektmanagements und der Beratung im Unternehmen leisten können, um Anlaufstelle zu sein, dort zu helfen, innovationsfreudlich die KI-Verordnung umzusetzen, sage ich jetzt mal ganz platt, und vielleicht auch langfristig dort Labels zu entwickeln. Das ist unsere KI-Zukunftsagenda, die wir in dieser Legislatur noch einmal gerade in Richtung Anwendungsorientierung weiterentwickeln. Und in der letzten Legislatur haben wir dafür 100 Millionen in die Hand genommen. Und ich hoffe, dass wir auch noch ein bisschen nach den Haushaltsberatungen weiter investieren können, weil ich glaube, den Unternehmerinnen und Unternehmern und auch denen, die hier in Hochschule, in Forschung unterwegs sind, zu zeigen, dass wir sehen, dass wir den politischen Rahmen so setzen müssen, dass ihre Projekte hier erdacht und gemacht werden, ich glaube, das ist wichtig. Und dieses Vertrauen in den Standort braucht eine stabile politische Rahmenbedingung und die möchten wir hier geben. Das geht nicht ohne auch das Thema Fachkräfte, sich mit anzuschauen. Das Thema gerade im Bereich IT-Nachwuchs von Expertinnen und Experten zu finden, die die Chance der Digitalisierung hier, ob es für Forschung oder auch Wirtschaft oder auch Verwaltung ist, nutzen wollen. Das müssen wir hinbekommen. Und da habe ich zumindest meine bescheidene Erfahrung bei zwei Töchtern, die in die Schule gegangen sind. Die eine geht noch in die Schule, war, dass viele überhaupt noch gar nicht wissen, in welcher Weise sie sich beruflich orientieren können. In der Klasse 9 und 10, wenn es dann darum geht, gehst du weiter, machst du eine Ausbildung, weiß gar keiner, was möglicherweise auch an beruflicher Qualifikation an der Schnittstelle IT möglich sein kann. Um dieses Informationsangebot voranzutreiben, hier ein besseres Informationsangebot auch von Seiten des Digitalministeriums zur Verfügung zu stellen, haben wir eine sogenannte Tech-it-out-Tour erfunden, in dem wir mit Schülerinnen und Schülern die Berufsorientierung machen, in Paten, Unternehmungen oder auch Hochschulen oder in die Verwaltung gehen und denen einfach mal gezeigt wird, was sie alles an zukünftigen Berufen machen können, die die Schnittstelle IT angehen. Und da sind die dann manchmal schon erstaunt, dass auch Bekleidungsindustrie und IT recht viel miteinander zu tun hat. Dass vielleicht auch digitaler Handel und man sich als Handelskaufmann im Digitalen entwickeln kann, tatsächlich ein Zukunftsberuf ist. Alleine bei den IHK sind in den letzten Jahren 283 neue Ausbildungsberufe an der Schnittstelle IT entstanden. Und ich glaube, da gibt es noch ein großes Informationsdefizit, was wir auch füllen möchten durch solche Angebote. Und da werde ich auch nicht müde, einen Faktor ganz besonders zu betonen, nämlich das Thema Frauen in der IT. Da haben wir in den letzten Jahren den Aufholbedarf nicht geschafft. Wenn ich mir anschaue, in 20 Jahren sind die IT-Studentinnen von 15 Prozent mal gerade auf 17 Prozent gestiegen. Da haben wir wirklich noch einiges an Potenzial. Und dieses Potenzial von Frauen in IT, das möchte ich mit meiner Initiative Women Go Digital und mit unserer gemeinsamen Arbeit in SheTransform IT voranbringen. Und all diese Themen werden auch eine Rolle spielen. Und damit möchte ich enden, in dem, was uns im Oktober hier in Hessen erwartet. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass der Digitalminister Wissing zu mir am Rande der Digitalministerkonferenz gesagt hat, Frau Sinemus, Sie haben den Pitch gewonnen. Der nächste Digitalgipfel findet in Hessen statt. Und das wird ja auch am 21. und 22. Oktober in Frankfurt. Und vielleicht treffe ich den einen oder anderen dort. Würde mich freuen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Sinemus. Nehmen Sie gerne gleich Platz, denn Sie haben mit Ihrem Vortrag wunderbar den Weg bereitet für das Panel jetzt. Wir wollen nämlich sprechen über Rechenzentren als Infrastruktur der digitalen Souveränität. Und ja, Sie darf ich sozusagen als ersten Gast dafür begrüßen. Unsere zweite Gästin ist Ihnen allen bekannt, Christine Regels, Präsidentin der GI. Gerne einen Applaus. Genau, Christine ist Ihnen allen hoffentlich bekannt als Präsidentin der GI. Ansonsten im Hauptamt auch Vice-Präsident bei SAP. Dort auch für das Thema Frauen zuständig und im Beirat für Nachhaltigkeit. Noch viele weitere Dinge zu nennen, aber ich glaube, genau, hier den meisten hoffentlich bekannt. Unsere dritte in der Runde ist Dr. Manuela Urban. Ja. Manuela ist hier für die Open Source Business Alliance, den Verband der Open Source Industrie in Deutschland, beziehungsweise auch als COO des Sovereign Cloud Stacks, eines ganz besonderen Open Source Infrastrukturprogramms, wozu sie sicher gleich noch mehr verraten wird. Und der vierte im Bunde ist Christian Schmitz. Herr Schmitz ist Direktor für Open Source bei Plus Server, damit auch Mitglied der Allianz für digitale Infrastrukturen, auch, glaube ich, Mitglied der OSBA und generell am Thema Open Source schon lange dran, aber jetzt auch vor allem für den Bereich AI und Cloud. Und dass es da einen ganz großen Zusammenhang gibt, darauf kommen wir sicher gleich zu sprechen. Ja, herzlich willkommen Ihnen allen. Und ich möchte anfangen mit dir, Christine. Das Thema digitale Souveränität, jetzt haben wir unsere Jahrestagung unter dieses Motto gesetzt, aber was heißt das eigentlich für Forschung, für die Forschung und welche Rolle spielen denn die Rechenzentren, über die wir jetzt sprechen wollen, für Forschung und Wissenschaft? Also ich glaube, nicht nur für Forschung und Wissenschaft sind die im Moment Kern und Angelpunkt und auch Nukleus. Also du hast es sehr schön verdeutlicht. Wenn wir heute über KI reden, und KI ist ein ganz breites Feld, und wenn man aber nur dieses ganz breite Feld mal mit dem 1000 Kilometer Blick betrachtet, ist eine Sache wirklich kernzentral, das ist Compute Power. Also Rechenzentrumskapazität, Rechenkapazität. Warum ist Nvidia so erfolgreich? Die kommen aus dem Spielebereich. Die haben eigentlich Grafikkarten gemacht. Die hatten eigentlich nie das Ziel, irgendwie in diesen Bereich zu gehen, aber die haben halt einfach brutal schnelle, hochfrequente Prozessoren gebaut oder bauen lassen. Die bauen die ja zum großen Teil auch nicht selber. Die entwickeln die ja nur, die designen diese. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese Compute Power, das ist der Kern. Und das gilt nicht nur für Forschung, das gilt für die Unternehmen genauso. Und diese Compute Power, die muss, wie du ganz richtig gesagt hast, die muss bei uns stehen. Die sollten wir ja nirgendwo anders hinstellen. Zumal wir ja, wenn die jetzt in den USA stehen würde, wir ja immer nochmal die Strecke mitrechnen müssten, die dann auch der Datenstrom zurücklegen muss. Da gibt es ja auch nochmal Strecken. Das heißt, wir brauchen nicht nur aus Souveränitätsgründen, sondern auch aus Effizienzgründen die Compute Power hier. Also Compute Power ist für mich der Kern. Und das ist das, wo wir auch nochmal drüber nachdenken müssen, wie wir das auch nochmal adressieren können, dass das in den Köpfen ist. Und es wird mehr werden, weil die Modelle im KI-Umfeld werden größer, schneller, höher, frequent werden. Die werden mehr Daten verarbeiten müssen. Und das geht im Moment so rasant, wenn ich mit Fachleuten rede aus meinem Umfeld. Und ich bin keine Fachfrau in dem Umfeld. Aber die sagen mir, da entstehen so viele Papers. So viele kann man gar nicht lesen in der Zeit, in der da wiederum neue nachgeschoben werden. Und deswegen ist das für mich ein Riesenthema, ein Thema, also Souveränität, dass wir das im Auge behalten. Vielen Dank. Herr Schmidt, Sie kommen aus der Praxis. Und ich habe es eben in der Vorstellung schon gesagt, sind auch Mitglied der Allianz für digitale Infrastrukturen. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht oder hat den Claim, Rechenzentren in Deutschland als Infrastruktur stärken und weiterentwickeln. Wofür braucht es denn diese Initiative? Beziehungsweise woran hapert es denn eigentlich? Ich glaube, da gibt es viele Aspekte, die man betrachten kann. Als erstes muss man einfach den rein physischen Aspekt betrachten. Physische Rechenzentren in Deutschland sind eine Grundvoraussetzung für digitale Souveränität. Weil sonst weiß man, wenn man das jetzt geopolitisch betrachtet, wie Professor Sinemus eben meinte, mit den Kriegen, dann weiß ich nicht, ob mir eine nicht freundliche Partei meine Rechenzentren einfach abschaltet, physisch. Und selbst wenn man Kontrolle über die Software hat, wenn die keinen Strom hat, dann ist die halt weg. Das ist einfach ein Faktum. Das heißt, die Ebene muss man kontrollieren. Man muss aber auch die Ebenen drüber kontrollieren. Und das Zusammenspiel der ganzen Ebenen führt dann erst zur digitalen Souveränität. Das ist kein singuläres Thema, sondern das ist ein Thema, wo die ganzen Schichten der Wertschöpfung und Wertgenerierung und Erkenntnisgenerierung im Softwarebereich wichtig sind. Und ich glaube, das zu transportieren in die Politik und in die Regulatorik und dafür im Endeffekt eine Lobbyorganisation zu sein, ist, glaube ich, wichtig, weil Deutschland als Land die Transformation in die Informationsgesellschaft finden muss. Und Deutschland ist nicht wirklich gut da drin, muss man leider sagen. Und wir sind die, die sagen, die digitalen Infrastrukturen sind die Infrastrukturen der Informationsgesellschaft. Deshalb machen wir das. Vielen Dank. Frau Sinemus, Sie haben eben, das fand ich ganz interessant, im Vortrag gesagt, das Ganze ist eigentlich kein hessisches Thema, das ist ein europäisches Thema. Gleichwohl sind Sie ja sozusagen die Ministerin in Hessen. Wie können wir uns das vorstellen, oder wie ist denn sozusagen Ihre Vorstellung, wie hessische Digitalpolitik, Digitalpolitik, Standortpolitik für Rechenzentren sich jetzt auswirken kann auf eine europäische Souveränität? Insofern geht das ganz gut, weil wir halt auch in Brüssel eine eigene Dependance, sage ich mal, des Digitalministeriums haben und wir uns auch in Brüssel sehr aktiv angefangen von Lobby rund um AI-Act, aber auch von dem GIA, das sind ja alles Verordnungen und Weißbuch, was jetzt auch ansteht, indem wir uns da aktiv einbringen und tatsächlich auch mit unseren Rechenzentrumsbetreibern oder Start-up, je nachdem, nach Brüssel fahren und dort mit den entsprechenden Personen reden. Das ist das eine, wie wir Europa denken. Das zweite ist natürlich auch, das Thema Rechenzentren, hatte ich ja gesagt, wir sind der europäisch größte Rechenzentrumsstandort, diesen weiter zu stärken und zu überlegen, wie wir das länderübergreifend tun können, das mache ich, indem ich in der Digitalministerkonferenz tatsächlich Vorschläge einbringe, wie wir gemeinsam Deutschland stärken können und versuche hier beispielsweise mit Baden-Württemberg, aber auch mit NRW und mit anderen Ländern so zu kooperieren, dass wir den Standort, der jetzt schon am stärksten ist, so miteinander stärken, dass er am Ende ein europäischer Standort wird. Ich meine, wir haben verschiedene Initiativen in Baden-Württemberg rund um Heilbronn, und wir haben Initiativen bei uns, wo wir KI, Recheninfrastruktur und auch Quantencomputing-Aktivitäten machen. Wir müssen die schlichtweg synergistisch zusammendenken und nicht abgrenzend nebeneinander denken. Ich glaube, das ist die große Aufgabe. Und auf Bundesebene wäre es halt schön, wenn an einer Stelle das genauso gesehen würde und man auch in diese digitale Souveränität investieren würde. Und nicht nur finanziell, sondern auch, also nicht nur monetär, sondern auch gedanklich. Oft ist schon auch eine ideelle Begleitung, wenn man in Brüssel mit einer Stimme als Deutschland auftritt und dann die Länder hinter sich hat, ein anderer auftritt, als wenn man fünf verschiedene Sachen hört. Ja, das ist sehr richtig. Das Thema sozusagen europäische Vorstellungen oder europäische Politiken, die da reinspielen, aufgreifen, Es gibt eine Studie, die die Europäische Kommission in Auftrag gegeben hat und die das Innovationspotenzial durch Open Source herausarbeitet und auch sozusagen Open Source als ganz wichtigen Baustein zu mehr europäischer digitaler Souveränität herausarbeitet. Manuela, vielleicht aus Sicht eines Verbandes, der sich nun mal sozusagen das Thema auf die Fahnen geschrieben hat, aber auch als CEO eines Projektes, was das praktisch umsetzen möchte. Kannst du uns sozusagen nochmal erläutern, welche Bedeutung kann Open Source in der praktischen Umsetzung dessen einnehmen? Ja, sehr gerne. Also mir ist es dabei immer wichtig zu betonen, dass Open Source ja nicht einfach nur offener Code ist, sondern Open Source Praktiken sind eigentlich, ist das Thema Zusammenarbeit und ich sehe überhaupt gar keine Kontroversen, sondern eigentlich ganz große Übereinstimmung. Alleine kommen wir mit solchen komplexen Themen, mit solchen wichtigen Aufgaben überhaupt nicht voran. Open Source heißt Zusammenarbeit, also Formen der Zusammenarbeit, organisationsübergreifenden Zusammenarbeit zu finden, um eben diese großen Fragen zu lösen. Das ist auch die Mission unseres Projekts, Cyber in Cloud Stack, nämlich Rechenzentrumsbetreiber, Cloud-Servicebetreiber zusammenzubringen, um das, was alle sowieso machen müssen, gemeinsam zu tun. Und da gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, gemeinsam Standards zu entwickeln, denn auch die sind für die Zusammenarbeit unendlich wichtig. Wir sind in einer Situation, wo wir ein Oligopol in der Cloud-Technologie haben. Wir werden das, wenn es so weitergeht, auch bei der KI haben. Das ist weder wirtschaftspolitisch noch geopolitisch gut und da haben wir auch nur eine Chance, wenn wir wirklich zusammenarbeiten in Europa. Und die Studie belegt das. Sie sagt auch, die Studie geht vor allen Dingen um das Thema wirtschaftlicher Impact von Open Source. Und die untersucht auch nicht nur Open Source Software, sondern Open Source Hardware. Und sie sagt, es ist mindestens ein Faktor 4, der Hebel 4, den die Unternehmen zurückbekommen, aber eben auch staatliche Institutionen, wenn sie in Open Source investieren, kriegen sie das Vierfache zurück und die ganz klare Empfehlung, das auf allen Ebenen zu fördern. Von der Bildung, Informatik, Curriculum bis hin zu den Wirtschaftsunternehmen, aber eben auch in der Politik. Ja, das klingt ja erstmal total nachvollziehbar und auch, glaube ich, technisch für viele hier einfach sehr spannend, was der SCS sich da vorgenommen hat, die verschiedenen Cloud-Anbieter zu vernetzen und da auch eine gemeinsame Infrastruktur in gewisser Weise draus zu machen. Jetzt haben Sie, Frau Sinemus, sozusagen in Ihrem Vortrag auch auf die Investitionen von AWS und Microsoft hier hingewiesen. Ich habe nicht gehört, sozusagen so und so viele Milliarden für Gaia-X oder SCS. Scheinbar gibt es da, und das sieht man ja einfach in den Statistiken, einfach ein sehr großes Ungleichgewicht, um es mal so auszudrücken, oder anders gesagt, die drei Hyperscaler dominieren den Markt mit irgendwie 60, 70 Prozent oder so weiter. Wenn Sie das sozusagen jetzt hören und welche Bemühungen es da in die Richtung gibt und wie können Sie sich denn vorstellen, oder gibt es Elemente Ihrer Strategie, Ihres Ministeriums, das Thema Open Source Software, aber eben auch Hardware zu stärken und damit eben auch diesen Playern mehr Gewicht hier am Standort zu geben? Also ich mache ja keine aktive Industriepolitik im Sinne, dass ich Einzelne anspreche. Das ist jetzt auch nicht mein Job. Aber was ich schon möchte, ist deutlich zu machen, auch für das Thema Open Source sind wir natürlich offen. Wir haben das Thema auch im Übrigen in dem länderübergreifenden Gremium dafür den IT-Planungsrat auch genauso besprochen. Es ist auch in unserer digitalen Verwaltungsstrategie als ein Element mit enthalten. Und ich glaube, ob das nun die Hyperscaler sind oder andere Betreiber, wenn wir an der Schnittstelle investitionsfreundlicher Standort, Unterstützung von Plan- und Genehmigungsverfahrens Erleichterung, Reduktion von Bürokratie, wir haben einen Entbürokratisierungsminister an dessen Schnittstelle wir beide auch versuchen umzusetzen. Wenn wir da an einem Strang ziehen, dann wird das auch schon sich wettbewerbsmäßig an der Stelle auch ansiedeln. Wir wollen ja gar keinen ausschließen. Und wenn wir unterstützen können, jemanden mit anzusiedeln, wie gesagt, dann haben wir unser Rechenzentrumsbüro, was auch an dieser Schnittstelle helfen wird. Ja, vielen Dank. Das Thema Open Source spielt auch in der GI eine große Rolle. Vielleicht, Christine, kannst du auch nochmal den Blick der GI auf das Thema beleuchten und auch im Hinblick Ausbildung? Ja, also ich glaube, das ist natürlich ein Thema und wir werden auf dem nächsten Panel, deswegen bleiben Sie hier, durchaus Beispiele finden, wo es um Open Source auch Hardware-Design oder Chip-Design geht. Da sind wir sehr aktiv. Und gerade auch, ich glaube, was in der jungen GI auch passiert. Also ganz viel Interesse. Das ist auch etwas, womit man die jungen Menschen oder überhaupt die Menschen begeistern kann. Also wenn die mal verstehen, was Open Source ist und wie man eben da zusammenarbeitet. Das ist etwas, was halt für uns auch von großer Bedeutung ist. Das heißt, wir haben verschiedenste Projekte auch bei uns, die laufen, die sich mit dem Thema beschäftigen. und ich nehme auch Openness immer ein bisschen breiter als nur Open Source. Das ist ja Open Data, das ist überhaupt auch dieses Thema Openness. Wir haben jetzt gerade auch das schon mehrfach erwähnte auf dieser Tagung, das Common Grounds Forum, wo wir auch, da geht es für mich auch um Openness. Da geht es um junge Menschen, die Forderungen definieren, wie sie quasi oder Fragen stellen, die ihre Zukunft betreffen und die sehr viel mit Digitalisierung zu tun haben. Also ich glaube, das ist eher was. Ich glaube, wir fördern als GI dieses Thema und wir haben ja auch hier heute schon oder die ein oder andere Diskussion gehabt mit sehr unterschiedlichen Positionen, auch das zu fördern. Also ich nehme das sehr breit und sage mal, das Open Source ist für mich nur eine Geschmacksrichtung davon. Und da sind wir als GI offen, als Fachverband, das dann auch konträr zu diskutieren, weil auch Open Source, wenn wir darauf zurückkommen, ja nicht nur Vorteile hat, es hat auch Nachteile. Es ist auch die Frage immer, irgendwann müssen wir ja mal Geld verdienen. Wie kann man eigentlich mit Open Source Geld verdienen? Wie kann man das warten im Langfristigen? Also wenn die Open Source Community nicht mehr da ist, was machen wir eigentlich mit dem Stück Software dann? Wer guckt denn, dass das noch langfristig läuft? Also es gibt ja viele Fragen, die man in dem Zusammenhang offen diskutieren darf und muss, um das ganzheitlich zu beleuchten. Ja, vielen Dank. Frau Sinemus, Sie haben eben gesagt, Open Source finden Sie gut, aber das ist im Zweifelsfall, so habe ich Sie verstanden, dann doch eher ein Thema für die Wirtschafts- oder Forschungsveränderung? Nein, 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 nicht nur, sondern es ging ja, ich habe Ihre Frage so verstanden, Ansiedler, also dass wir hier wirklich Rechenzentrumsbetreiber haben, außer den Hyperscaler, die vielleicht auch in dieser Richtung anbieten. Wie zum Beispiel Plusverband. Ja, und da habe ich gesagt, dass ich mich natürlich freue, wenn wir die Ansiedlung haben, aber dass ich jetzt nicht einheitlich einen ansiedeln kann, das meinte ich. Aber das hat natürlich nicht nur was in Wirtschaft zu tun, das hat auch was in Verwaltung zu tun. Ja, in der Umsetzung von der ganzen Verwaltungs-Digitalisierungsleistung sind wir ja auch mit dem Thema Open Data, Open Source unterwegs, insofern unterstützen wir es an der Stelle auch. Ja, aber müssten wir nicht, um sozusagen den Bogen zu unserem großen Thema der digitalen Souveränität zu schlagen, müssten wir da nicht vielleicht als Land Hessen, als Land Deutschland dann doch selektiver vorgehen und also Sie sagen, Sie können sozusagen nicht einzelne Anbieter oder Betreiber da bevorzugen oder denen eine Sonderrolle geben, aber unter diesem, ich will jetzt sozusagen nicht das ganz große Fass aufmachen, wie es sozusagen heute Morgen diskutiert wurde, aber das Thema... Was wurde dann diskutiert? Naja, ich sage, oder in Richtung IT-Sicherheit, also da wollen wir uns jetzt nicht hinbewegen, aber sage ich mal, die Abhängigkeit und das klang ja auch jetzt schon in den Beiträgen an, die Abhängigkeit von bestimmten Anbietern, von den Hyperscalern, dann auch von den Diensten, die von diesen Unternehmen angeboten werden, das ist ja eine Frage der digitalen Souveränität, wie wir es damit halten und deswegen sozusagen die Frage nochmal, sollten wir da nicht auch dann zum Beispiel STS-Anbieter dann doch irgendwie gesondert fördern oder... Das kann man tun, aber der Bedarf ist einer Gesamtstrategie und eigentlich brauche ich eine Gesamtbundesstrategie mal mindestens, die dann auf europäischer Ebene ein Stück weit abgeglichen wird, um dann sortiert zu investieren. Das fehlt und das benötigen wir und da sind wir, also wenn ich jetzt anfangen, würde ich formulieren, jetzt mal anders, wenn ich jetzt als ein Mosaiksteinchen vom großen Ganzen eine Bewegung anstoße, dann wird das wahrscheinlich im Gesamtkonzert weniger wirksam sein, als wenn man das als europäisches Thema dann auf die Länder runterbringt und man dann überlegt, wie man da konstatiert aktiv wird und dass das dann auch fördertechnisch eine Auswirkung haben kann, ohne Frage, aber das wird nicht ein einzelnes hessisches Förderprogramm dann heilen können, sondern wir brauchen wir mindestens mal eine Datenstrategie des Bundes, die dann sortiert umgesetzt wird und wo die Länder untergehakt werden. Das ist aus meiner Sicht notwendig. Ja, Herr Schmitz, gerne Applaus. Gerne Applaus zwischendurch, Herr Schmitz, Sie waren eben auf meine Frage, sozusagen, was brauchen Sie denn oder woran hapert Sie denn, sage ich mal, relativ bescheiden, aber haben Sie vielleicht da sozusagen schon noch konkretere Punkte, wo Sie sagen, Stellschrauben, an denen wir vielleicht auch politische Unterstützung gebrauchen könnten? Ich glaube, da gibt es jetzt verschiedene Facetten, es wurde ja relativ viel gerade noch diskutiert. Im ersten Schritt möchte ich erstmal unterstützen die Thematik Bundesdigitalministerium, das könnte ja dann auch Policy Changes machen, die nicht rein förderbasiert sind, sondern vielleicht auch vergabebasiert, weil die Vergabe geht dann über den Markt und das ist mittel- und langfristig in der Regel die iterativ bessere Variante. Und da könnte man ja so Sachen machen, wie zum Beispiel, dass wenn der Bund oder generell die öffentliche Hand Softwareprojekte und Produkte ausschreibt, die als Produkt unter einer freien Open-Source-Lizenz veröffentlicht werden müssen, so dass man keine Anbieterabhängigkeit hat beziehungsweise sich da ein Ökosystem drum bilden kann, weil wir haben ja einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag an öffentlichen Ausgaben in IT jedes Jahr. Das ist ja besser als jedes Förderprogramm. Wenn man da vielleicht ein bisschen geschickter ist und das muss eine Bundesstrategie sein. Der zweite Punkt ist, was für uns glaube ich als Allianz auch ganz wichtig ist, jetzt mit dem konkreten Beispiel Brüssel, warum es ein EU-Thema ist, wir sehen es am AI-Act. Wir haben in Europa ein AI-Act, aber keine AI-Firma jetzt überspitzt formuliert. Das heißt, da ist die Frage, soll man sich nicht erstmal dem Problem widmen, etwas zu haben in dem Bereich, bevor man es schon kaputt reguliert, um es ganz überspitzt zu formulieren. Weil wir sehen, dass selbst eine Firma wie Apple hat jetzt bei der neuesten Produktpräsentation gesagt, nee, Europa machen wir jetzt nicht. Alle anderen schon, nur Europa nicht. Das heißt, wie soll es in Europa ein Start-up geben oder ein florierendes AI-Ökosystem, wenn selbst einer der finanzstärksten Konzerne der Welt mit den meisten Entwicklern und den meisten Anwälten sagt, das können wir nicht in den Griff kriegen irgendwie. Also das ist doch irgendwie naheliegend. Das heißt, das ist ein Problem, was ein bisschen Haus gemacht ist, wo wir glaube ich alle gemeinsam an einem Strang ziehen müssen, dass das vielleicht in Zukunft optimiert wird, möchte ich es mal formulieren. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema, wie kann man denn mit Open Source und den ganzen Sachen Wert schöpfen und wie kann es in die Zukunft gehen? Ich kann ein konkretes Beispiel aus unserer Firma nehmen. Wir haben ja als klassischer Cloud-Anbieter nicht hunderte und tausende AI-Entwickler und wir konnten Open Source nutzen, weil ein Großteil der Open Source-Entwicklung, Klammer auf, bis auf Open AI, trotz des Namens, Klammer zu, ist eigentlich Open Source. Die kann man nehmen, in sein Rechenzentrum, in seinen Cloud-Dienst integrieren und Kunden anbieten. Das heißt, wir müssen nicht in AI massiv investieren, können es aber wertschöpfend anbieten. Das ist ein wahnsinniger Vorteil für einen Standort, der sich entscheidet, in eine AI-Strategie oder in eine Open Source-Strategie zu gehen, jetzt mit Beispiel AI. Vielen Dank. Das Thema Vergabe hat, glaube ich, hier viel Nicken und Zustimmung hervorgebracht. Jetzt habe ich auch schon mehrfach in euren Papieren gelesen, Manuela. Gibt es sozusagen aus Sicht der Open Source-Industrie noch weitere Ansatzpunkte? Ja, also auch das, was ja letzten Endes in den Empfehlungen dieses EU-Berichts drinsteht, ja, wir brauchen eine gesamteuropäische und wir brauchen auch eine Bundesstrategie. Wie mühselig das ist, wissen wir jetzt schon seit vielen Jahren. Insofern wäre mein Appell schon, nicht darauf zu warten, sondern das, was jeder tun kann, schon zu tun. Also eben auch im Rahmen von Landes- oder kommunalen Strategien oder Unternehmensstrategien. Aber ich appelliere jetzt mal an den öffentlichen Sektor, das Thema Open Source zu stärken und Beschaffung ist, wie du sagst, dabei ein ganz großer Hebel. Aber Christian Schmitz nannte ja auch die Milliarden, die ausgegeben werden im öffentlichen Sektor. Wenn man es da zur Regel macht, dass Open Source vorrangig, und die Schweiz hat es jetzt im Übrigen auch gerade so beschlossen, das geht. Ich verweise auf das Beispiel Schleswig-Holstein, die sich eine komplett Open Source-Strategie gegeben haben. Sachsen macht es. Da kann auch jeder in seinem Bereich was tun und das wird die lokale Wirtschaft und mit lokal meine ich auch immer Europa und nicht nur Deutschland ganz wesentlich mit ankurbeln. Und das hat ja diese sehr umfangreiche Studie, 365 Seiten sind es, glaube ich, hat das sehr deutlich belegt. Also das wäre ein Wunsch. Das ist auch das, was die Open Source Business Alliance nachdrücklich immer wieder fordert und sagt. Und dann gibt es natürlich viele andere Ebenen. Ich habe den Bereich Ausbildung schon angesprochen, aber auch die Förderpolitik im Wissenschaftsbereich kann man natürlich, hat Christian Schmitz auch schon angerissen, gekoppelt, überall da, wo im Rahmen von Förderprogrammen Software beispielsweise entwickelt wird oder überhaupt Wissen entwickelt wird. Das ist ja in der Wissenschaft eigentlich sonst auch so üblich, dass das Wissen, das öffentliche Wissen ist öffentliches Gut, es geht in öffentliche Bibliotheken, so sollten wir das mit Software auch machen. Es ist Wissensinfrastruktur und auch Betriebswissen, andere Dinge, Know-how, die da entwickelt werden, die öffentlich gefördert werden, die sollen auch wieder der Allgemeinheit zugutekommen und sie kommen ja damit auch den Unternehmen zugute. und dafür müssen wir auch sorgen, das ist auch Open-Source-Practices, Open-Source-Praxis ist die falsche Übersetzung, Open-Source-Practices, dieses Wissen verfügbar zu machen, also in die Förderbedingungen reinzuschreiben, wir fördern euch öffentlich, aber bittet eure Erkenntnisse, stellt die denn auch der Öffentlichkeit zur Verfügung, das wäre eine weitere, die dritte Forderung zwischen Bildung, die Veröffentlichung in öffentlichen Repositorien und eben auch bei der Beschaffung Open-Source-Practices vorrangig einzusetzen. Ja, ein Thema, was man, wenn man sozusagen zu Sorgen und Nöten der Rechenzettungsindustrie googelt, eigentlich relativ schnell findet, was jetzt aber noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, sind ja auch Planungs- und Genehmigungsverfahren. Ist das kein Thema mehr, Herr Schmitz? Ja doch, das sind natürlich brutale Themen. Es gab ja jetzt auch die Wärmewende, da gab es ja intensivste Diskussionen drum und da hat man es ja gesehen, dass es dann Vorgaben gab, im Endeffekt an der Gebäudekühlung und Gebäudeinfrastruktur für Rechenzentren, wo man die Realität sagen müsste, selbst wenn ein Unternehmen diese Anforderungen nicht erfüllt, wäre es gar nicht in der Lage, bis zum Inkrafttreten des Gesetzes ein passendes Rechenzentrum zu bauen, nicht, weil es nicht gebaut werden könnte, physisch, wenn man den Vertrag mit einer Firma unterschreibt, die baut das einem in einem Jahr, aber das Genehmigungsverfahren davor dauert zwischen fünf und meistens eher acht Jahre und wenn das Gesetz dann 2027 oder 2028 gültig ist, dann kann ich das nicht erfüllen. Das heißt, hier haben wir auch ein Thema, was relativ stark, sage ich mal, geprägt davon ist, dass man sich selbst ins eigene Knie schießt in diesem Land, das muss man leider so sagen und es ist auch wieder die Wettbewerbsfähigkeit senken ohne Not und das ist leider ein Problem in dem Bereich, wo es häufig nicht verstanden wird, jetzt nicht hier auf irgendjemanden hier im Raum angezogen, absolut nicht, aber allgemein wird schwer verstanden, dass die Industrie, die wir repräsentieren, nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung ist. Wir haben, ich habe das bei uns mal durchgerechnet, in den letzten 20 Jahren, durch stetige, weil wir haben ein Eigeninteresse daran, nicht viel Strom zu verbrauchen, weil wir bezahlen den ja auch, im Schnitt zwischen ungefähr 28 Prozent jährliche Effizienzsteigerung, was eigentlich Wahnsinn ist, weil kaum eine andere Industrie hat das. Das heißt, wenn ich jetzt zurückdenke ins Jahr 2005 oder ähnliches, dann hat unsere Industrie ungefähr irgendwas von 99,x Prozent Energieeinsparung auf die gleiche Arbeitslast erreicht. Das hört sich jetzt unglaublich an, aber wenn man vergleicht, mit welchen Arten von Telefonen man 2000 telefoniert hat, was man heute mit dem Telefon macht, wird man sehr schnell verstehen, dass das doch so ist. Und deshalb muss man einfach sehen, gerade im Bereich der erneuerbaren Energien und anderer Themen, kommt man ohne Rechenzentren und ohne Cloud und ohne schlaue Steuerung nicht aus. Das heißt, wir sind nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung und die Regulatorik in einigen Teilen ist halt immer noch so, dass sie uns behandelt, ob wir das Problem wären und so kommt man halt zu keiner Lösung und ich glaube, das ist so High Level unsere Message. Also Rechenzentren als wichtige Infrastruktur, auch dieses Wandels, der durch Digitalisierung angetrieben wird, das ist, glaube ich, einleuchtend und es gibt bestimmt auch viele Leute, die hier in den Anwendungen arbeiten. Gleichwohl, sozusagen, wenn man auf die nackten Zahlen guckt, der weltweite Strombedarf durch Rechenzentren ist irgendwie in den Jahren 2015 bis 2020 hat sich mehr als verdoppelt auf über 200 Terawattstunden. Wenn wir nur die Region Rhein-Main nehmen, im Moment gibt es hier Rechenzentren mit einer Kapazität von 831 Megawatt. Sie haben sozusagen neulich gesagt, habe ich in der Rede gesehen, sozusagen, Sie haben eine Zusage für mehr als 1000 Megawatt, also auch eine Verdopplung an der Stelle, was natürlich als Standort erfreulich ist, aber die absoluten Verbräuche sind ja da. Jetzt sagt das Energieeffizienzgesetz, wir wollen dem entgegentreten, unter anderem mit einer Verpflichtung zu erneuerbaren Energien. ab 2027 quasi um die Ecke 100 Prozent. Wie berücksichtigen Sie denn in Ihrer Rechenzentrum-Strategie in Hessen diese Notwendigkeiten, auch mit dem Ausbau erneuerbarer Energien hinterher zu kommen? Sonst können diese 100 Prozent ja eigentlich nur im Zweifelsfall nur bilanziell erreicht werden. und da kann man lange drüber streiten, aber der Effekt ist auf jeden Fall ein anderer, als wenn hier tatsächlich die Energie vor Ort zur Verfügung gestellt wird. Wir berücksichtigen das insofern, als dass wir das ja nicht als solitär tun, sondern das machen wir ja ressortübergreifend. Das heißt, das tun wir mit dem Wirtschaftsministerium zusammen, das tun wir zusammen, indem wir beispielsweise aktiv sind, ich da auch im Vorstand mit anderen Energiebetreibern und denen, die von Energie mehr verstehen als ich im House of Energy, wo wir Forschung und Anwendung zusammendenken und versuchen genau das zu antizipieren, wie schaffen wir es nicht nur bilanziell, sondern auch wirklich ganz praktisch eben diese Forderung zu erfüllen. Und wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf im Zusammenhang mit dem, was Sie, Herr Schmitz, gesagt haben, ja, wir hatten mit dem Erneuerbare-Energie-Gesetz, wenn ich jetzt mal nur die Branche Rechenzentrum angucke, ein schlecht, ein schlichtweg schlecht gemachtes Gesetz, was nämlich nicht antizipiert hat, dass das, was gemacht werden muss, nicht praktikabel ist. Also wie soll ich Abwärme nutzen, wenn ich keinen Abnehmer habe? Das ist das kleine Einmaleins der Betriebswirtschaft. Und insofern müssen wir an den Stellen wirklich auch darauf achten, nicht nur Regelungswerke zu entwickeln, sondern Regelungsrahmen zu setzen, die auch praktikabel sind. Und ich glaube, da bedarf es tatsächlich mehr ressortübergreifender Diskussion und Abstimmung, bevor ich so etwas umsetze. Und das versuchen wir zu tun. Ja, das Thema Abwärme da hatte Herr Schmitz ja sozusagen auch glaube ich darauf angespielt, bei meiner Frage nach den Genehmigungsverfahren. Und ja, das, denke ich, liegt auf der Hand, dass es hier schwierig ist, sozusagen die Rechenzentrumsbetreiber einseitig in die Pflicht zu nehmen. Aber, oder nicht, kein Aber. Wie könnten Sie denn in Anbetracht dieses vorliegenden Gesetzes dann Rechenzentrumsbetreiber darin unterstützen? Es ist ja verändert worden, es ist ja angepasst worden an der Stelle. Die Jahreszahlen sind ja verändert worden und die BU-Anforderungen sind auch angepasst worden. Also insofern mit der Intervention hat sich da geändert. Und unterstützen tun wir die durch zweierlei Dinge. Zum einen, indem wir praktisch auch bei der Planung helfen und die kommunalen Betreiber mit den Rechenzentrumsbetreibern einen Tisch versuchen, früh genug zu bringen, damit man eben die kommunale Wärmeplanung auch an die Planung und den Bau der Rechenzentren integrieren kann, die Abnehmer. Und zum Zweiten, indem wir ganz schlicht mit den Zuständigen aus dem Wirtschaftsministerium in Hessen, die das Thema Energiepolitik mit vorantreiben, uns zusammensetzen und versuchen, genau diese Schnittstelle so abzubilden, dass sie auch umsetzbar wird. Ja, ich glaube, das klingt nach einem guten Weg und sozusagen, wir waren in dem Schritt davor in der Diskussion auch an einem Punkt zu sagen, vielleicht ist es auch nicht die Verantwortung der Rechenzentrumsbetreiber, sondern derjenigen, die die Systeme dort betreiben. Stichwort auch oder den Begriff reingebracht der Co-Location Rechenzentren, die ja sozusagen noch viel weniger Einfluss darauf haben, welche Server vor Ort stehen. Ich denke, an dem Punkt kommt wieder die SCS ganz gut ins Spiel und die Frage, wie kann man denn auch durch das Vernetzen verschiedener Cloud-Anbieter da Effizienzgewinne herstellen. Sehe ich das richtig? Ja, da kann ich auf drei Beispiele verweisen, die mehr oder weniger mit SCS zusammenhängen. Einmal, ich sagte ja schon, die Mission von SCS ist, Cloud-Service-Provider zusammenzubringen und eben auch Schnittstellen, Technologie, Module zu standardisieren, die ermöglichen die Zusammenarbeit auch im Betrieb. Das heißt, all die Unternehmen, Rechenzentrumsbetreiber, Cloud-Service-Provider, die diese gemeinsam entwickelten offenen Standards einsetzen, können förderieren. Das heißt, nicht jedes einzelne Rechenzentrum muss sozusagen für Spitzenlasten alle Ressourcen vorhalten, sondern man kann dann durch Zusammenarbeit zwischen Unternehmen A und Unternehmen B oder Kommune A und Land B die Ressourcen gemeinsam einsetzen, verbinden und kann damit, glaube ich, schon einen wesentlichen Beitrag zur Ressourcenschonung bringen. Das ist der eine Ansatz, Förderierungsmöglichkeiten schaffen durch Standardisierung. Der zweite Ansatz ist in einer konkreten Beteiligung von SCS an einem Projekt, das auch vom Wirtschaftsministerium gefördert wird, im Rahmen der Green-Tech-Innovationsinnovation, Initiative, das nennt sich EcoDigit und da wird zusammen mit der Gesellschaft für Informatik, mit dem Öko-Institut, mit Siemens, mit Adesso, Plus-Server und auch Scale-Up Technologies, einem anderen SCS, auch nutzenden Rechenzentrum in Berlin und Hamburg, wird ein Prüfstand, also eine Plattformumgebung entwickelt, die ermöglichen soll, Softwareanwendungen in der Entwicklung, aber auch im Betrieb auf ihre Energieeffizienz hin zu untersuchen und zwar so, dass man schon im Entwicklungsprozess sagen kann, wenn ich so oder so entwickle, ist es mehr oder weniger energieeffizient. Das Fernziel, sehr anspruchsvoll, wir haben schon gestern darüber diskutiert, ist tatsächlich auch solche Anwendungen in unterschiedlichen Cloud-Umgebungen testen zu wollen. Ob das gelingt, weiß ich auch nicht, ist ein sehr heeres Ziel, die Projektbeteiligten sind sich dessen bewusst, dass das eine große Herausforderung ist, aber sie wollen es versuchen und damit eben auch einen Beitrag zu Transparenz im Energieverbrauch zu bringen, so damit auch klar belegt und normiert werden kann, die Normen, europäische Normen, was eben Energieverbrauch in Cloud-Infrastrukturen bei verschiedenen Anwendungen überhaupt auch bedeutet. Das ist der zweite Beitrag. Und der dritte wäre, es gibt auch ein sehr schönes Open-Hardware-Projekt von der Open-Compute-Projekt getragen von der Open-Compute-Foundation. Das hat 2009 Facebook gegründet, weil sie nämlich genau diese Herausforderung haben. Damals war eben noch Cloud der Hype, aber auch schon KI, um Gottes Willen. Wie kriegen wir denn diese riesigen Mengen an Energie? Sie haben dann gedacht, wir müssen das Design von Hardware komplett neu denken, das haben sie getan und haben gesagt, das Einzige, wie das funktioniert, wir müssen alle Beteiligten mit an einen Tisch bringen, wir machen das komplett open. Dort können sich eben alle Hardware-Hersteller unterschiedlicher, nicht one size fits all, sondern unterschiedliche Entwicklungswege beschreiten, ausprobieren. Es gibt Experience Labs der OCP, eins davon steht auch in Berlin, freuen wir uns sehr, da kann man auch ausprobieren, so ein Rack sich mieten und ausprobieren, wie das funktioniert. Wir deployen unseren vollständigen Cloud-Stack auf OCP-Hardware auch und wollen damit zeigen, dass es von der Hardware bis zur Anwendung, wenn wir jetzt OpenDesk vom Sendes noch obendrauf machen, dass man also wirklich, was Christian Schmitz eingangs auch sagte, eine vollständig souveräne von der Infrastruktur bis zur Anwendung möglich ist, kollaborativ entwickelt. Vielen Dank. Die verschiedenen Ebenen, die wir da jetzt sozusagen reingezogen haben, also die Hardware-Ebene, die Software-Ebene, man könnte ja auch sagen, eigentlich die Informatik in ihrer Gänze steht da in der Verantwortung. Christine, willst du vielleicht nochmal was dazu sagen, wie sich auch die Gesellschaft für Informatik zu dem Thema positionieren? Ja, also auch da, ich kann jetzt nur auf die vielen Projekte, die ich jetzt hier gar nicht aufzählen kann und will, verweisen, die wir an der Stelle machen. Ich muss aber auch immer wieder sagen, wir sind natürlich auch angehalten, aus diesem Labor rauszukommen in eine Real-World-Situation. Wenn man sich die reale Welt anguckt und wenn man sich real existierende Software anguckt, das was wir auch, wir hatten es gestern, wir haben es gestern diskutiert schon, es ist nicht so, dass ich einfach einen Service oder einen Microservice heute mal deploye auf Azure und dann deploye ich ihn auf Google Cloud und er verhält sich exakt gleich. Das tut er eben nicht und eine Anwendung besteht aus vielen kleinen Services oder Microservices. Das heißt, das Problem wird irgendwann sehr komplex und es ist nicht so einfach, dass man da sagt, die Anwendung, also mache ich die jetzt mal da auf der Plattform oder auf der Plattform, da wird es kleinere Dinge geben, die nicht funktionieren. Man wird Workarounds bauen müssen. Das heißt, wenn wir in einer komplexeren Welt und oft sind wir ja, wenn wir über, ich sage mal mal, Business-to-Business-Software reden, dann sind wir in einer komplexen Welt, da geht es um Fertigungssteuerung und Finanzbuchhaltung, dann sind wir in einer komplexeren Welt und das müssen wir beachten, dass das halt eine Sache ist. Es ist einfacher, eine App zu bauen, die irgendeine kleine Anwendung auf einem Smartphone macht. Das ist, glaube ich, relativ einfach und auch da ist es für mich immer noch mal die Frage, was verbrauchten die dann eigentlich an Energie? Warum haben wir eigentlich diese explodierenden Kapazitäten in den Rechenzentren? Die haben wir ja nicht, weil die Firmen ihre Produktion verdoppeln, sondern eigentlich die Firmen haben ja ein Interesse daran, ihre Produktion zu optimieren und damit eigentlich weniger Cloud-Speicher zu verbrauchen, weil wenn sie das nämlich machen, dann sind sie effizienter. Und dann müssen wir uns alle als Verbraucher selber mal in die Augen gucken und müssen sagen, was machen wir eigentlich jeden Tag in der Cloud? Und wir alle sind mehr oder weniger jeden Tag massiv in der Cloud unterwegs und verursachen damit auch diese steigenden quasi Bedarfe, die wir haben. Es ist nicht nur die KI, das sind auch wir. Netflix, die ganzen Filmchen, die wir über Messenger verschicken, Fotos, die wir irgendwo in der Cloud ablegen. Und das ist halt was, wo ich immer sage, da müssen wir uns als Verbraucher auch viel stärker, und das sehe ich auch als Aufgabe der GE noch mal klar zu machen, wir alle sind Verbraucher, wir alle verbrauchen jeden Tag massiv Rechenzentrumskapazität. Das wird leider nicht sichtbar. Also es ist nicht so wie Energieeffizienz vom Haus mittlerweile, muss man das nachweisen, da steht dann A oder F. Also eigentlich würde ich mir wünschen auch, dass bei so einer App irgendwann mal steht, Energieverbrauch von drei Minuten Film abspielen, keine Ahnung, ob man das machen kann. Aber das kann man mit Sicherheit machen, aber zumindest kann man Durchschnittswerte, dass die Leute die Awareness kriegen, dass es nicht irgendwer ist, der diese Rechenzentren da massiv auslastet, das kommt nicht aus dem Nirwana. Und nochmal, Firmen haben mein Interesse daran, effizienter zu arbeiten und damit eigentlich, sagen wir so, langfristig weniger Rechenzentrumskapazität zu benötigen. Und deswegen, das ist nochmal für mich auch die Aufgabe der GI, diese Diskussion anzustoßen. Das können Sie alle hier im Raum schon mal machen. Können Sie sich schon mal fragen, was verbraucht eigentlich eine Google-Abfrage, was kostet es, wenn ich eine Netflix-Serie übers Wochenende gucke und dann mal vielleicht reflektieren, was das dann bedeutet. Einfach mal so. Und das sehe ich auch als unsere Aufgabe als Fachverband, solche Diskussionen sachlich fundiert natürlich anzustoßen. Ja, ich glaube, das Projekt, was Manuela auch aufgeführt hat, dieses Eco-Digit, wo es ja darum geht, den Ressourcenverbrauch durch Software messbar zu machen, trägt auf jeden Fall dazu bei, weil nur wenn ich ihn messbar mache, kann ich ihn auch mir bewusst machen. Und da, sagst du richtig, sind wir sozusagen dann alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die da Entscheidungen treffen können. Aber gleichzeitig sitzen ja hier auch nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch Menschen, die die Systeme entwickeln. Und zumindest solange aus Konsumentensicht diese Abwägungsentscheidung nicht immer, oder was dahintersteht, nicht immer deutlich ist, stellt sich mir schon auch die Frage, welche Rolle nehmen wir denn hier als diejenigen, die die Systeme bauen, ein? Ja, ich glaube natürlich schon, wir müssen uns das bewusst machen. Aber auch hier aus meiner beruflichen Erfahrung kann ich nur wiederum sagen, es ist ja nicht so, dass wir Entwickler haben, das wäre wieder dieses alte Nerd-Beispiel, irgendwo sitzt einer und programmiert irgendwas. Nein, so ein Softwareprogramm ist ja eine komplexe Anwendung. Da arbeiten ja hunderte von Menschen dran, da arbeiten Leute dran, die das UI gestalten, da arbeiten Leute dran, die wirklich das Coding machen, das gibt Leute, die gucken, dass da irgendwelche Abstraktionslayer gebaut werden, damit man da verschiedene Datenbanken oder verschiedene Infrastrukturen drunter packt. Das ist ja nicht so einfach. Das heißt, es hilft nicht, wenn der Einzelne für sich optimiert, weil es könnte nämlich bedeuten, dass an anderer Stelle wieder mehr Aufwand entsteht. Und ich glaube, das müssen wir uns auch wieder bewusst machen. Es kommt immer auf den Use Case an. Wenn ich eine kleine App baue für ein Mobilphone, ist es sehr viel einfacher, als wenn ich eine komplexe Anwendung, eine Business-Anwendung baue, die vielleicht sogar noch businesskritisch ist und wo ich mir auch nicht erlauben kann, dass sie ausfällt zum Beispiel. Also ich glaube, das können wir hier auch nochmal thematisieren. Das ist für mich immer wieder ganz vereinfacht gesagt, der Blick, was ist eigentlich dieses Consumer versus das Business, weil ich glaube, in dem Consumer-Umfeld können wir das sehr gut machen. Bei kleineren Anwendungen, sobald es in komplexe Systeme geht, wird es glaube ich, es wird schwieriger, weil sehr viel komplexer. Ja, jetzt haben wir gerade viel über Sie geredet und Ihre Rolle. Insofern möchte ich Sie doch gerne mit ins Boot holen und diese Runde öffnen. Wir haben ja ein Handmikro und ich hoffe, diese Diskussion hat Sie angeregt, auch selber Fragen aufzubringen. Hast du das? Super, danke. Dann, ich glaube, die war dort, was du hast. Gerne auch Ihren Namen. Grüß Gott, ich bin ein nazarischer Krieger, der hier auf der kultivierten Seite des Limes, 30 Kilometer von Wiesbaden entfernt lebt und im Ausland als Wirtschaftsmigrant tätig ist in Bayern. Frau Dr. Sinemus, Sie haben ja eben darauf hingewiesen, dass der Energieverbrauch und damit die Energieerzeugung für den Rechenzentrumsstandort Frankfurt ganz zentral ist. Und unsere Windräder bei mir im nassauischen Hinterland, die genügen ja nicht, diese Energieerzeugung zu realisieren. Und Biblis oder Schweinfurt mit seinen Atomkraftwerken gibt es ja auch nicht mehr. Inwieweit ist man denn jetzt in der Lage, die Wasserstofferzeugungsstrategie, die vom VDMA in Frankfurt unter anderem koordiniert wird, einzubinden? Beispielsweise in dem früheren Einparteienstaat Bayern, da kann man ja einiges lernen von der technischen Entwicklung. Und Hasford hat ja beispielsweise ein System in den Stadtwerken, was die Wasserstofferzeugung dezentral durchführen kann. Inwieweit werden denn solche Konzepte hier versucht einzubinden? Am Main in Frankfurt oder am Rhein in Biblis? Danke. Vielen Dank. Das binden wir tatsächlich ein. Wir binden es über drei Ebenen ein. Das eine ist, dass diese Wasserstoffstrategie tatsächlich in dem House of Energy auch mitgedacht und umgesetzt wird, aber an einer ganz anderen Stelle, nämlich in Nordhessen. Das zweite ist, dass wir das in unserem Digitalministerium als eigenen neuen Bereich, Wasserstoff und Rechenzentren, als einen neuen Tätigkeitsbereich weiter entwickeln. Und zum dritten hat das Wirtschaftsministerium eine Wasserstoffstrategie, die sie auch in die Umsetzung bringen wollen. Und diese drei Aktivitäten versuchen wir dann auch gemeinsam zu koordinieren. Dann gerne, hier war noch eine Frage und vielleicht können wir auch bündeln, wenn es noch eine weitere gibt. Guten Tag, mein Name ist Rolf-Peter Gompjewski. Ich habe seit 40 Jahren IT-Büro und arbeite seit 40 Jahren im Rechenzentrumsbau. Deshalb jetzt eine wichtige Frage für mich. Digitale Souveränität beginnt bei mir bei den Kindern. Wir haben auch das Große und eines der größten Ziele von der GI gehört. Bildung ist der Schlüssel zur Souveränität der Kinder und auch zu der Teilhabe. So. Als RZ-Bauer frage ich jetzt gerne mal die Frau Simonis. Ich baue gerade ein großes Rechenzentrum auch in München im Sinne von Multicloud und Azure ist ein Provider, ist ein Unterstützer und also Microsoft und auch AWS und so weiter. Was ich jetzt wollte, ist die Frage, ganz praktisch, wie ist es in Hessen, wenn man für die Schulen und für die Kinder ein RZ als Service aufbaut. Wir haben Computing as a Service für jede Art von Industrie und Customer. Ich baue da reihenweise Datenbanken auf, ziehe die auch um ins Cloud-Rechenzentrum. Aber ich sehe da im öffentlichen Sektor überhaupt keine Anstrengung. Diese günstige, billige und auch ressourcensparende, vor 40, 50 Jahren war ich mal, oder vor 35 Jahren war ich mal Lehrer. Da hat es noch der Physiklehrer gemacht, der Mathematiklehrer. Warum nimmt man das Personal nicht mit Fachleuten aus einem Rechenzentrum? Ja, vielen Dank. Ich würde gerne, wenn es noch weitere Fragen gibt, die Bündeln, da haben wir eine und gerne auch sozusagen an, wir freuen uns sehr, dass Frau Sinemus hier ist, aber gerne auch sozusagen an die anderen Kolleginnen und Kollegen auf dem Panel. Anna, bitte. Hallo, mein Name ist Anna Zagorski. Ich bin wissenschaftlich Mitarbeiterin beim Umweltbundesamt. Frage an Herr Schmitz. Sie hatten erwähnt, Rechenzentren werden immer effizienter, aber was tut eigentlich die Internetwirtschaft, um darüber hinaus mehr für die Nachhaltigkeit von digitalen Infrastrukturen zu tun? Denn Effizienz ist ja nicht das einzige, kann ja nicht das einzige Thema sein. Dankeschön. Vielen Dank. Und dann nehmen wir noch die dritte Frage da hinten mit. Hallo, ich bin Daniel Guernin, Nächstinstitut und FIF. Ich habe eine kurze Frage und zwar hatten wir gestern beim Abendessen über Sicherheitskennzeichen gesprochen und ich forsche gerade zu Datenschutz, Einwilligungsdialogen und jetzt wollte ich fragen, ob das ein ernsthafter Vorschlag ist, dass man jetzt auch noch bei Apps sozusagen die Energieeffizienz mit dazu nimmt. Also weil ist es nicht eine Überlastung der Konsumenten, wenn wir jetzt sagen auch noch bei jeder App, die in unserem Telefon ist, entscheiden müssen, wie viel Strom verbraucht er eigentlich mit zusammenhängt. Vielen Dank. Okay, dann hatten wir sozusagen die Frage zum Ausbildungsrechenzentrum. So habe ich das verstanden? Ich glaube... Ich habe das so verstanden, warum wir nicht das Know-how derer, die Rechenzentrumsbetreiber sind, auch in die Bildung mehr integrieren. Und ein Rechenzentrum als Anschauungsmaterial bauen, das ist vielleicht sogar eine ganz gute Idee, die nehme ich mal gerne mit, weil wir haben nämlich in der letzten Legislatur hat das Digitalministerium einen sogenannten Digital Truck entwickelt. Und der Digital Truck ist ein fahrender LKW, der verschiedene Exponate mit sich fährt, wo Kinder sich mit dem Thema KI, also Grundschulkinder mit dem Thema KI und Rechenzentrum und Digitalem auseinandersetzen können. Da sind Exponate drin, wie man kleine Filmchen digital schneiden kann. Da kann man kleine Roboter bauen und da könnte man auch das Thema Rechenzentrum als weiteres Exponat integrieren. Das nehme ich wirklich gerne mal mit, weil begleitet werden dieser Digital Truck auch mit pädagogischen Kräften. Der fährt von Grundschule zu Grundschule und gibt dort die Möglichkeiten, in den Pausen zu erfahren, was digitale Welt bedeutet. Und deswegen könnte das ein integriertes Exponat sein. Vielleicht jetzt bitte nicht sozusagen ins Zwiegespräch, das gerne gleich in der Pause weiterführen. Da bin ich aber nicht mehr da. Also er kann jetzt vielleicht noch einmal kurz nachhaken. Ich muss also schon richtig stellen. Ich frage, wer stellt die Netze im Schulhaus? Okay. Wer wartet die PCs? Das ist die Frage. Okay. Also das machen diejenigen, die für den IT-Support in den Schulen zuständig sind. Das ist jeweils in den Kommunen, in der kommunalen Betreuung. Und diese Aktivität der Rechenzentren, also ich würde Folgendes vorschlagen, damit wir hier keinen bilateralen Dialog weiterentwickeln. Die Frau Luckert ist aus meinem Haus mit da. Wenn Sie Ihre Kontaktdaten geben, dann würde ich noch mal schauen, dass das zuständige Referat für Rechenzentren sich mit Ihnen in Verbindung setzt, sodass Sie dann hoffentlich richtig verstanden werden und Ihnen auch die Antwort adäquat gegeben werden kann. Entschuldigung. Super. Sehr gut, dass wir immer wieder auf das Thema Bildung zurückkommen. Wie eben schon gesagt, wurde ja ein Herzensanliegen der GI. Und ich hatte sozusagen gespielt, Manuela, dass Christine, dass ihr sozusagen auch noch mal was zu dem Ausbildungsaspekt oder zumindest nur Manuela. Also vielleicht, um auch noch mal ein schönes Beispiel zu nennen, die Bayern-Cloud-Schule. Also die Schulen haben es ja wirklich schwer, Infrastruktur zeitgemäß zur Verfügung zu stellen, sind damit überfordert. Das Land Bayern ist den Weg gegangen, dass sie so eine eigene Infrastruktur aufbauen mit der Bayern-Cloud-Schule, übrigens komplett Open Source. Plus Server stellt die Cloud-Infrastruktur auf Basis von S2S zur Verfügung. Und dann werden die Schulen überhaupt nicht gezwungen. Sie können entweder ihre eigene Infrastruktur aufbauen oder kostenfrei sich an die Bayern-Cloud-Schule anschließen. Und es ist nicht schwer zu raten, was die Schulen tun. Sie nutzen es, es funktioniert. Ich glaube, es sind mittlerweile an die 90.000 Nutzer, die in der... Da fehlt nur Null. Noch viel mehr sind es geworden. Also sehr, sehr, sehr viele. Das ist eine der größten Infrastrukturen, die ganz still und leise aber funktionieren. Vielen Dank. Das klingt spannend. Und ja, ich glaube sozusagen auch einen Punkt für uns als GI da sozusagen weiterzudenken. Jetzt gab es noch zwei Fragen, die nochmal das Thema Energieverbrauch von Rechenzentren adressiert haben. Die eine Frage ging an Sie, Herr Schmitz. Was können Rechenzentren oder Ihre Branche jenseits von Effizienzbemühungen tun? Vielleicht erstmal diese. Ja, also ich glaube, es ist für uns weiterhin trotzdem die zentrale Kennziffer. Es geht nicht um den absoluten Verbrauch, sondern um die Energieeffizienz in unserer Branche. Weil was haben wir denn jetzt davon, wenn ich das jetzt idealtypisch machen würde? Ich nehme mal Microsoft als Beispiel, auch zu Ihrer Frage tatsächlich in Bezug. Die haben, ich glaube, letzte Woche einen Vertrag geschlossen mit Kernkraftwerken in den USA. Und Sie nehmen jetzt allen Strom von denen. Die machen das weiterhin energieeffizient, aber die haben auch kein Problem mit dem Ökostrommix. Für uns wäre demnach der logische Schritt, dass die Rechenzentren in Deutschland nach Frankreich abwandern. Weil da bekommen wir das auch, sehr günstigen, grundlastfähigen Strom. Das machen wir nicht. Wir wollen das ja digital souverän in Deutschland machen. Und da ist die Frage halt einfach, welche Stellschraube haben wir? Wir können ja nicht unseren Kunden sagen, geh weg. Das wird ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen nicht machen. Das heißt, der absolute Energieverbrauch, wir wären sogar froh, wenn wir mehr verbrauchen würden. Wann hätten wir mehr Geschäft, um es mal direkt zu sagen. Aber wir wollen natürlich die Energieeffizienz hochsetzen. Und das ist unser zentraler, maximaler Hebel, den wir tatsächlich jedes Jahr ziehen können. Und das ist nicht unbedingt einfach, das möchte ich sagen. Und weil das nicht so einfach ist, ist es für uns, glaube ich, wichtig, dass wir uns auf das, was wir gut können, konzentrieren. Und das ist IT-Infrastrukturen, Rechenzentren und Ähnliches bereitzustellen. Und die Gesellschaft kann dann die anderen Dinge entscheiden. Aber ich glaube, das ist unser Fokusthema. Wir wollen nicht in andere Bereiche abwandern. Ja, können Sie... Weil Sie sagen, sozusagen, im Solid-Zeit müssen Sie abwandern, wenn es hier sozusagen nicht den entsprechenden günstigen CO2-armen oder nachhaltigen Strom gibt, besteht nicht auch die Möglichkeit, da über Power-Purchase-Agreements zu arbeiten. Und trotzdem hier vor Ort zu bleiben. Also bedingt das eine wirklich das andere? Naja, die Frage ist, wenn Sie... Ich habe zu Hause, kennen Sie Tibber, eine App, um Strom stundenbasiert zum aktuellen Börsentarif zu bekommen. Da sehe ich mittags meistens einen Tarif von um die 20 Cent. Da gibt es einen Schalter, was der Strompreis ist, den ich bezahle, und was der wirkliche Strompreis ist. Steht häufig dann mal minus so und so viel Cent. Das heißt, wir haben natürlich auch einen regulativen Faktor, dass wir hier einen Großteil des Strompreises an vielen Uhrzeiten haben, der sich tatsächlich gar nicht vom Markt aus ausrichtet, sondern von der Energiestrategie des Landes. Die können wir als Branche nicht beeinflussen und wollen das auch nicht. Wir wollen nur relativ transparent sagen, was die Probleme sind. Mehr können wir nicht tun. Also wir sind ja nicht Scharnier der Themen, sondern wir sind kritische Infrastruktur und wollen diese kritische Infrastruktur bereitstellen als Teil der Lösung, nicht des Problems. Und deshalb versuche ich ein bisschen abzuwehren, dass wir Teil des Problems sind. Das ist, glaube ich, für mich jetzt hier die Konstante. Ich glaube, das ist rübergekommen. Aber dann ist das ja eine wunderbare Überleitung sozusagen zu der letzten Frage. Christine, du hattest ja auch die Rolle der Verbraucher ins Spiel gebracht. Überfrachten wir die da nicht auch, war die Frage. Also zum einen muss ich natürlich klarstellen, es ist keine Position der GI, dass wir das brauchen. Das ist eher eine Ableitung aus meinem Denken und aus dem, was die GI alles tut, weil wir ja genau das versuchen. Wir versuchen ja, Messungen von der Herstellung von Software auch messbar zu machen mit verschiedenen Projekten. Jetzt sprechen wir ja über digitale Souveränität. Souveränität heißt für mich die Entscheidungsmöglichkeit zwischen mehreren Alternativen und dass ich das aktiv kann. Das heißt, ich würde mich freuen, heute entscheiden zu können, welche App ich benutze, weil ich da sehe, wie viel Energie sie verbraucht oder nicht. Ich finde im Gegenteil, dass wir damit den Konsumenten überhaupt nicht überlasten. Sondern ganz im Gegenteil, damit die Souveränität stärken. Und das ist für mich auch digitale Souveränität, nämlich auch mal vielleicht etwas sein zu lassen, weil ich sehe, dass es vielleicht jetzt nett ist, als Zeitvertreib, aber nicht wirklich für mich jetzt gerade von großer Relevanz ist. Und das ist für mich auch digitale Souveränität, dass ich diese Entscheidung treffen kann und auch so einfach wie möglich, weil ich möchte natürlich jetzt nicht, das ist wieder wie gut gemeint, aber schlecht gemacht, wie bei der Cookie-Richtlinie, dass alle das Gute meinen und ich jetzt aber, was ich im Wesentlichen mache, ich versuche die Cookies abzulehnen und die Intention war eine andere. Also wirklich das einfach zu machen und wirklich sehr visualisiert. Deswegen wäre ich, jetzt würde ich Ihnen komplett widersprechen, nein, es ist genau die Souveränität, die ich dem Verbraucher geben würde, selbst zu entscheiden, nutze ich das jetzt, mache ich das jetzt oder nicht. Super, dass du nochmal auf unser Oberthema sozusagen zurückführst und da glaube ich auch die Definition oder die Aspekte von Herrn Scharpiuser heute Morgen aufgreifst, nämlich den Aspekt der Entscheidungsgewalt. Jetzt haben wir als Endkunden oder als Consumer nicht nur Individuen, sondern eben halt auch Unternehmen, die ja auch Konsumenten sind in gewisser Weise. Und da sozusagen nochmal an dich, Manuela, gegeben, die Frage, wie können denn sozusagen, also weil der SCS richtet sich ja in der Regel an gewerbliche Nutzerinnen und Nutzer und wie können wir vielleicht bei denen auch ein Umdenken dahingehend anregen? Ja, also da geht es auch um Souveränität durch Wahlmöglichkeiten, indem wir eben das Versprechen von den SCS-Standards ist, die im Übrigen auch zertifiziert werden sollen, sodass man als Endkunde, wenn man sich irgendwo Cloud-Services bei dem einen oder anderen Unternehmen oder Rechenzentrum einkauft, die Gewissheit hat, die Unternehmen, die diese Standards anwenden, dort kann ich mit meinen Anwendungen oder mit meinem Rechenbedarf, den ich habe, da bin ich eben nicht gefangen, sondern ich kann da jederzeit auch wieder raus und ich habe die Gewissheit, dass andere Unternehmen, die Infrastruktur mit diesen Standards anbieten, dass meine Anwendungen, meine Rechenlast, die ich habe, dass die dort genauso funktionieren wird und ich ohne großen Aufwand von A nach B ziehen kann. Das ist das Versprechen, das ist eben die Souveränität mit Wechselfähigkeit, die wir versuchen, über diese Transparenz in den Markt zu bringen. Super, vielen Dank. Ich habe mir gedacht, als Abschluss verzichte ich mal auf die obligatorische, jeder darf noch eine Antwort zu einer Abschlussfrage geben und würde darauf zurückkommen, Frau Sinemus, ich habe ja in der Einleitung gesagt, bevor Sie Ministerin geworden sind, waren Sie Geschäftsführerin einer Firma, die Wissenschaftskommunikation gemacht hat. Wissenschaftskommunikation ist eine der Dinge, die die GI versucht zu machen, Informatik zu erklären, Informatik in die Gesellschaft zu bringen. Was haben Sie Wünsche, Anregungen, Dinge, die Sie der GI mitgeben wollen, wie wir vielleicht Informatik noch besser vermitteln können? Das ist jetzt schwer, weil ich bin ja nicht in Ihren Kommunikationskanälen jeden Tag unterwegs, aber ich glaube, am Ende des Tages wird es darum gehen, zu zeigen oder zu kommunizieren, warum die Zukunft nicht ohne Informatik gehen wird und das so zu machen, dass die Menschen verstehen, sie haben einen Nutzen davon und es ist nichts, was sozusagen Teil des Problems, um Herrn Schmitz aufzunehmen, sondern Teil der Lösung für unsere Zukunftsaufgaben, die wir haben. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Ganz herzlichen Dank und damit sind wir am Ende angekommen. Einen Applaus bitte nochmal für die Runde. Eigene Chip-Industrie will die EU unabhängiger von Asien werden, will ihre eigene digitale Souveränität stärken und die Ziele, die sind gelinde gesagt ambitioniert, nicht weniger als die Verdoppelung des globalen Marktanteils. Von 10 auf 20 Prozent strebt sie an bis 2030. Doch wenn Sie auch die Nachrichten verfolgen, dann wissen Sie, dass dieses Ziel nur schleppend vorankommt. Trotz der versprochenen Milliardensubventionen hat Intel gerade bekannt gegeben, den Bau der Fabriken in Magdeburg und auch Breslau zu verzögern und auch das Thema der fehlenden Fachkräfte und auch der Markt- und Machtkonzentrationen einiger weniger Player macht der EU zu schaffen. Auch Deutschland ist natürlich davon betroffen. Wie gelingt die Aufholjagd am Chip-Markt und auch welche Rolle kann Open Source dabei spielen? Darüber möchte ich gerne in der nächsten Stunde diskutieren. Mein Name ist Friedrich Hof Nagel. Ich leite die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gesellschaft für Informatik und ich freue mich jetzt gleich einen Experten anzukündigen, der sich seit vielen Jahren in der Open Source Chip-Design-Community engagiert. Er ist Professor für Rechnerarchitekturen und Technische Informatik an der Hochschule München. Er ist aber auch Vice Chair des RISC-5 Boards of Directors. Das ist ein offener Standard für Prozessoren. Und er ist auch Direktor der Free and Open Source Silicon Foundation. Er ist also sehr versiert und ich freue mich, dass er uns jetzt einen kleinen Einblick geben wird in das Thema Open Source Chip-Design. Herzlich willkommen, Steffen Valentowicz. Stefan Valentowicz. Hallo zusammen. Genau, ich wollte ganz kurz einen Überblick geben. Das Thema ist natürlich sehr komplex und ich denke, die wenigsten hier sind jetzt mit den Feinheiten der Chip-Produktion, des Chip-Designs vertraut. Aber mal kurz einen Überblick geben, wo wir ungefähr stehen im Jahr 2024. Wir haben den European Chips Act, haben Sie alle mitbekommen. Jede Nation, die was auf sich hält, jede Hemisphäre hat ihren eigenen Chips Act. Europa hat infolge der Chip-Krise der sogenannten, der Souveränitätsfrage rund um globale politische Situationen, sich damals das Ziel gesetzt, 20 Prozent globalen Markteinteil zu erhalten, was gerade schon gesagt wurde, sehr ambitioniert ist in Anbetracht der Tatsache, dass aktuell 7 bis 8 Prozent eigentlich sogar nur sind und dass Europa nie mehr als 14 Prozent hatte. Also das war eigentlich nie, wir waren noch nie, diese ganze Idee, wir machen das zurück, die existiert eigentlich gar nicht. Man möchte aber das jetzt mal erreichen, dass man unabhängiger wird. Und wir haben einfach eine große Anzahl an Herausforderungen. Wir haben gerade gesagt, wir haben kaum Werke, die das können, kaum Caps in Europa, die vor allen Dingen moderne Technologie-Knoten bespielen können. Da wäre jetzt Intel halt eine interessante Ausnahme gewesen. Aber selbst wenn wir Intel gehabt hätten, hätten wir noch lange keine Designs, die wir da produzieren. Intel hätte dann da halt Fertigung für Nvidia gemacht oder für andere potenzielle Kunden. Da war jetzt aber auch nicht absehbar, welche europäischen Kunden das sein könnten. Wir haben insbesondere, wenn wir über die Frage der Design sprechen, natürlich die Integrated Device Manufacturers in Europa, also Infineon, LST und NXP halt. Das sind die dominierenden, Bosch auch natürlich in vielen Teilen. Die machen jetzt aber nicht unbedingt die innovativen 2-Nanometer-GPU-Killer-Applikationen, sondern die machen halt das in den europäischen Domänen, wo wir stark sind. Was wir also brauchen, sind in erster Linie Start-ups, Spin-offs aus diesen Unternehmen heraus, die diese Technologien und Umschaut bespielen können. Und wenn wir über Start-ups reden und ich auch als Universität da immer wieder gefragt werde, natürlich ist das Hauptproblem ja noch eher dann, also es ist eigentlich ein bisschen aufeinander aufbauend, dass wir gar keine Leute haben, die das machen könnten. Wenn ich mir halt anschaue, die Anzahl der Personen, die bei uns Chip-Design machen wollen und unter ein bisschen Start-up und dann noch Wagniskapital kriegen, da wird es sehr schnell sehr dünn. Wir haben also eine große Anzahl von Herausforderungen und was ich jetzt auch schon seit vielen Jahren dann propagiere, auch schon bevor der Chip-Sack da war, ist, dass wir mit Open-Source-Technologien die Möglichkeit schaffen können, dass es zugänglicher wird und dass wir auch neue Leute für Chip-Design interessieren können, die jetzt nicht aus den klassischen Studienfächern, aus den klassischen Laufbahnen kommen und Chip-Design machen könnten. Warum brauchen wir Open-Chips? Das ist eigentlich eine wichtige Frage, die auch von der Europäischen Kommission inzwischen positiv beantwortet wird zum Glück. Auf der einen Seite, weil Open-Source immer Innovationen ermöglichen, gerade im Bereich des Chip-Designs, sehen wir jetzt rund um RISC-V zum Beispiel, wo ich ja auch recht aktiv bin, dass wir da immer mehr diese Idee des Fair-Efforts, ja, also man entwickelt gemeinsam bis zu einem gewissen Punkt, schreibt man alles Open-Source und dann geht es in die Business-Logik sozusagen, also wie kann ich mich dann als Start-up da positionieren. Wir haben also diese Open-Source-Business-Modelle rund um Chips zum Beispiel schon. Daneben ist natürlich eine klassische Demokratisierung, ja, SME ist gerade für Deutschland wichtig, können jetzt sich mit Chip-Design beschäftigen oder auch Firmen, die bisher eher in der Software-Welt aktiv waren, können vielleicht einfach mal explorieren. Ist das ein Teil, wo wir vielleicht geschäftsmäßig aktiv werden können? Vor allen Dingen Demokratisierung auch in Bezug auf die Zugänglichkeit, wenn wir EntwicklerInnen haben, die jetzt aus der Software-Welt kommen und ich denen sage, ja, hier gibt es ein Labor, da musst du aber ein NDA unterschreiben und du darfst aus dieser Liste Länder nicht kommen und außerdem die Computer haben alle kein Internet. Das ist halt jetzt in meiner Fakultät jetzt nichts, wo ich die Türen eingerannt bekomme. Ja, die wollen das zu Hause ausprobieren, die wollen das selber zugänglich in der Fahrbahn haben. Und zuletzt ist es halt ein wichtiger Baustein und das haben wir inzwischen, die auch positionieren können in Europa, Open-Source-Chips, um die Souveränität zu steigern und insbesondere die Expertise darüber aufzubauen und dann auch auf Dauer einen stärkeren Standbein in der europäischen, im globalen Markt zu bekommen mit europäischen Firmen. Ganz kurz, ich gehe in die Details an, ich habe gesagt, das ist kein Fachvortrag, zum Thema Chip-Design, aber von der ETH Zürich, die es ja präsentiert, so ein ganz guter Überblick fand ich. Wir haben im Prinzip mehrere Komponenten und das macht Chip-Design auch sehr komplex. Das geht aus von ihrer Idee und dann gibt es halt die verschiedenen Designstufen und ganz am Ende purzelt irgendwann über so eine sogenannte FAB ihr Chip heraus. Und Sie sehen, im unteren Teil sind im Prinzip die verschiedenen Software-Werkzeuge, die involviert sind, in der mittleren Schiene die ganzen Intermediate-Products und oben die Bibliotheken, die sie dafür benötigen. Und das ist im Grunde eine ganz gute Darstellung und auch für uns so ein bisschen mit der Leitlinie natürlich zu fragen, was davon können wir jetzt Open Source machen und wo wir jetzt gelandet sind, ist, dass wir eigentlich alle diese Teile Open Source machen können. Wir haben also im Prinzip drei Themenfelder, wenn ich Open Source Chip-Design bearbeite. Das sind einmal Design-IP, also bei uns im Umfeld heißt IP im Prinzip alles, was irgendwie eingekaufte Bibliotheken sind. Zum Beispiel halt sehr viele, wenn Sie auf GitHub gehen, finden Sie bestimmt hunderte RISC-V-Prozessoren inzwischen, die Sie alle mit permissiven Lizenzen teilweise einfach runterladen können in den Chip einbauen. Und da gibt es auch tatsächlich ganze Communities drum, die mit Firmen gemeinsam diese halt auf Produktqualität bringen und verfügbar machen. Daneben haben wir diese Open Source EDA-Tools. EDA ist Electronic Design Automation, Design-Werkzeuge, um quasi die Übertragung von den Designs in produzierbare Layouts zu transferieren. Da ist eine Community, die seit den 80er Jahren im Grunde gibt, die aber jetzt die letzten Jahre viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, weil der letzte Punkt Open Source PDKs, das sind die sogenannten Process Design Kits, das ist das, was Sie brauchen, um in einer FED produzieren zu können. Das ist die Bibliothek, die Sie von der FED bekommen. Dann nehmen Sie die Werkzeuge, Ihr Design und dann wird daraus das zusammengewürfelt. So kann man das grob vorstellen, wie ein Chip entsteht. Und da gab es einige Ambitionen, da wird der René Scholz vom IAP in Frankfurt oder gleich noch einiges zu sagen. Wir haben jetzt seit 2020 mehrere Open Source PDKs, die auch das Interesse an den Open Source EDA-Tools wieder massiv gesteigert hat. Wenn wir uns also anschauen, nochmal dasselbe Bild, annotiert mit Open Source Tools, die etabliert sind und weit verbreitet, sieht man, dass man da eigentlich schon recht weit ist. Und die Frage, die uns aktuell natürlich umtreibt, ist, was fehlt jetzt also noch bei Open Source EDA-Tools, was ja eigentlich Software-Werkzeuge einfach nur sind, um da die Kette komplett schließen zu können. Fokus, also aktuell, gerade in der deutschen, aber auch europäischen Förderung, sind die Electronic Design Automation Software. Das sind hochspezialisierte Softwareprodukte. Da gibt es auf der Welt drei Firmen im Prinzip, kann man grob zusammenfassen, die das machen, von denen drei in den USA angesiedelt sind. Das macht es jetzt nicht gerade leichter aus, Souveränitätsfragen halt. Was ein großes Problem ist, neben der Tatsache, dass es eine Oligopole ist, ist halt, dass die da Kosten mit verbunden sind, die jetzt für Hochschulen teilweise dann nicht so hoch sind, wie man jetzt denken würde. Aber die Zugänglichkeit ist durch NDAs und den ganzen Prozess jetzt auch nicht so, dass jetzt jede Hochschule das mal eben macht. Großes Problem also und durchaus motivierend, da auch ein bisschen mehr drin zu arbeiten. Und wenn man da reinschaut, das ist einfach sehr, sehr viel Software, die komplexe Probleme lösen muss. Und das können wir eigentlich ganz gut, finde ich. Wenn wir sowas machen, machen wir Chip-Design insgesamt mehr accessible, die Leute haben mehr Interesse daran, die können sich ein Docker-Image runterladen, da sind alle Tools drin, können selber alle Tools weiterentwickeln. Also sehr interessant. Es gibt seit letztem Jahr, dieses Jahr dann gestartet, eine Förderlinie vom BMWF zu dem Thema. Die Design-Initiative Mikroelektronik hat diesen Call, Design-Instrument für souveräne Chip-Entwicklung an Open-Sourced-Software. Kurz Design damals sind sie eben gerufen und fördert da jetzt für 30 Millionen aktuell Projekte. Da werden wir vielleicht noch im Falle kurz überreden, weil die GI und wir da auch unter anderem involviert sind. Also schon ganz interessant, dass auf europäischer Ebene, um das wieder in einen größeren Kontext zu setzen, haben wir nicht so wahrgenommen, dass Deutschland sich da durchsetzen konnte auf dem europäischen Parkett als Kernthema des European Tips Act, obwohl es darin sogar auch erwähnt wird, Open-Source-Chip-Design. Anfang des Jahres habe ich mit drei Kollegen zusammen aus europäischen anderen Standorten einen offenen Brief an die Europäische Kommission geschrieben, dass wir die Förderung da gerne intensiviert hätten, weil wir gerade in der Lehre und gerade als Hochschule für angewandte Wissenschaften sind es für mich bedeutend leichter, mit Open-Source-Tools zu arbeiten als mit proprietären Tools, die einfach sehr, sehr, sehr zugänglich und sehr, sehr schwer im Handling sind und extrem uninteressant für Studierende. Da haben wir 500 Unterschriften eingesammelt aus ganz Europa. Das war sehr, sehr positiv, kam auch sehr gut an. Und seit wenigen Monaten sind wir jetzt gerade dabei, eine Roadmap und Empfehlungen für die Europäische Kommission zu verfassen für dieses Chip-Zone-Undertaking, was im Rahmen des Chip-Zone-Eckers stellt wurde, wo dann im nächsten Jahr Funding-Calls kommen in Höhe von 40 Millionen. Also wir sehen, es wird immer ein bisschen mehr und ich möchte alle einladen, das ernsthaft in Erwägung zu ziehen, sich mit den Themen intensiver zu beschäftigen. Das war mein kurzer Impuls. Anfang November können Sie die Roadmap online finden, sich bis dahin beteiligen und René. Danke dir. Ja, vielen Dank, Stefan. Und es geht gleich weiter mit einem zweiten Impuls, der diesmal fokussieren wird auf die Open-Source-Tools, die wir tatsächlich brauchen, um Chips zu designen. Und einführen in das Thema wird uns der Group Leader Technology and Research Prototyping Service am Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik. Ich freue mich sehr, dass er da ist. René Scholz, bitte. Ja, genau. Eine Folie zum IAP. Wir sind in der Forschungseinrichtung. Wir haben, was nicht so üblich ist, eine Pilotlinie, in der wir alle Tools haben und in der wir Chips produzieren können unter Industriestandard, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche, können damit auch produzieren, produzieren auch für deutsche, europäische und auch weltweit für Firmen, Kleinserien, spezielle Produkte. Deswegen sind die Technologie noch qualifiziert. Was wir anbieten, ist nicht State of the Art von CMOS her. Das sind 130 Nanometer. Das ist also so 20 Jahre alt Technologie. Wir sind mehr im Bereich Hochfrequenz unterwegs und haben auch da Weltrekorde, diese Bipolar Transistoren. Das ist aber nicht das Thema heute, weil wir heute Richtung Open-Source und auch hauptsächlich Digitaldesign sprechen. Deswegen 130 Nanometer CMOS. Und nochmal als Motivation, was Stefan auch schon erwähnt hat, das Problem eines Chip-Designers. Es gibt diese drei, oder in dem Fall sogar für Hochfrequenz, vier Hersteller, die Tools anbieten. Diese vier kommen aus den USA. Und man muss halt als akademische Einrichtung Lizenzen bezahlen. Unterschreiben, nicht bezahlen. Bezahlen, das geht. Also die Kosten, zum Teil sogar kostenlos. Man muss auch unterschreiben, dass man nichts rausgibt. Dann gibt es IP. Kann eine Prozessor-IP sein. Wenn man Glück hat, kann man sie nutzen. Allerdings auch nicht verwerten. Und dann gibt es noch die FAPs, also die Foundries. Und da muss man NDE unterschreiben. Das kann also, wenn man Pech hat, auch einige Monate dauern, bis man wirklich Zugang zur Technologie hat. Wenn man das alles durch hat und dann auch Zugang zu diesem PDK bekommt, also dieser Prozessbeschreibung, dann kann man anfangen zu designen. Und im besten Falle kann man dann publizieren. Man darf ja nicht alles publizieren, weil gewisse Sachen sind ja geheim. Man kann dann was publizieren. Und dann kann man die Entwicklung, die man gemacht hat, zu Grabe tragen. Weil man es nicht mehr verwenden kann. Ich darf es nicht austauschen, ich darf es nicht verwenden. Und das ist ein Problem. Und hier denken wir, kann Open Source helfen? Das Ganze startete, ja, ich würde sagen, im, ja, Freak oder wie man es nennen soll. Also der Herr hier, Tim Anseln, der hat Open Source programmiert. Ihm ging es darum, coole Open Source Games zu programmieren. Und irgendwann kam man in Kontakt mit Google. Und Google war bereit, viele Millionen Euro in der Hand zu nehmen. Und hat dann von einer amerikanischen FAP, die Skywater heißt, einen 130-Nanometer-Prozess hat, die Technologieinformationen rausgekauft. Okay, wir geben euch Geld, wenn ihr bereit seid, die Technologieinformationen Open Source zu stellen. Und dann hat der Tim Anseln Geld gekriegt, auch viele Millionen. Dazu gab es noch ungefähr 20 Millionen Dollar Förderung von der DARPA in den USA. Und dann hat die Community entsprechende Tools entwickelt. Und ein PDK, dass man hier drauf zugreifen kann, auf die Technologie. Das Ganze, wie gesagt, 2020 gestartet. Und das war ein Game Changer. Weil von jetzt an konnte man nicht nur die Software, die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt, nutzen, sondern man konnte auch wirklich Chips, also richtig Hardware, was machen, was man in der Hand halten konnte und nutzen konnte. Dasselbe dann 2022, da wurde Global Founders überzeugt. Die haben dann einen relativ alten Prozess, muss man sagen, dann auch Open Source gestellt. Gab es dann auch entsprechende Fördermittel und mittlerweile auch ein Open PDK. Ja, und irgendwann hat man uns gefragt, also ob wir Interesse hätten, was Open Source zu stellen. Muss ich sagen, ja, wir haben Interesse, wir fangen mal ein bisschen an. Und erstaunlicherweise hat dann das BMBS, nachdem wir gesagt haben, wir machen das, muss man auch die Reihenfolge sagen, aber wir haben nicht erst Geld gekriegt, sondern wir haben erst gesagt, wir sind bereit, wir geben die Informationen öffentlich und wir sehen dann halt zu, wie wir irgendwie ein PDK entwickeln. Und das BMBS sagt, okay, dann geben wir euch ein bisschen Geld, damit es schneller geht. Das war dann sozusagen im März 2023 und dank dieser Fördermittel gibt es mittlerweile die ersten RANS, also die ersten Siliziumwafer sozusagen, die mit Open Source Designs durch unsere Fett laufen. Auch zu erwähnen, wir haben jetzt Amerika, wir haben Europa. Ich habe jetzt erfahren, dass Anfang diesen Jahres auch in Japan, also in Asien geht es auch los. Da gibt es ein Open Sushi-Projekt und die versuchen jetzt auch, kommerzielle Hersteller zu bewegen, ihre Prozesse Open Source zu stellen. Wir haben mit denen Kontakt und Open Source ist eine weltweite Aktivität. Wir haben sowohl mit den Amerikanern als auch mit den Japanern Kontakt und schauen, wie wir da eine entsprechende Initiative aufbauen können. Am Ende geht es darum, wir brauchen geringe Kosten in der Fertigung. Wir brauchen keine Kosten mehr für die Tools und können damit im Prinzip das Chip-Design demokratisieren. Im Prinzip können Privatpersonen Chips designen. Komme ich gleich noch zu. Das waren die ersten Runs. 2021 ging es los mit dem ersten PDK. Hier sieht man mal die Entwicklung. Mittlerweile gibt es acht MPW-Runs von Skywater und es fehlt ja noch zwei von Global Foundries. Die ersten Runs waren kostenlos. Google hat die komplett gesponsert. Also Leute konnten für 0 Dollar an so einem Run teilnehmen. Viele aus Lateinamerika und Ländern, die jetzt nicht so viel Geld hatten, haben das auch genutzt. Leider wenig aus Europa, weil wir haben ja genug Geld für andere Sachen, um sowas zu bezahlen. Aber wie man sieht, die Zahlen steigen und auch die Anzahl der Nutzer steigt dann noch mehr. Wir haben vom BMBF bankenswerterweise Geld bekommen, dass wir auch kostenlose Runs anbieten können. Dieses Jahr im Mai, das war der erste, an dem die Community teilnehmen konnte. Hier habe ich mal so die Roadmap, ist auch verfügbar. Da kann jeder kostenlos Designs einreichen, die werden hergestellt und er kann dann Chips von uns bekommen und diese messen. Unter der Maßgabe, dass alles Open Source gestellt wird. Klar. Das Ganze ist nicht kompliziert. Es gibt so ein paar, auch ich würde sagen so Seiteneinsteiger, Freaks, hier ein Beispiel, Matt Van, kann man mal googeln und sich anschauen. Der hatte keine Ahnung von Chips Design, Programmierer. Und hat dann irgendwann 22 angefangen, darüber nachzudenken. Könnte ich ein Chips machen? Und hat dann so einen Kurs entwickelt, sich selber das beigebracht und jetzt der Community bringt das jetzt bei. Und jetzt lernen Leute, Chips zu designen. Er hat mir auch erzählt, seine Tochter, die ist 12 Jahre alt, hat unschip designt. Also wirklich auf dem niedrigsten Niveau. Auch erwähnenswert hier diese Initiative vom IEEE, wo also entsprechende Wettkämpfe organisiert werden, wo weltweit Gruppen gegeneinander antreten und im Open-Source-Bereich Systeme designen. Und als Letztes, wir konnten ihn auch ans IAP motivieren. Also wer wissen will, wie ein Chip hergestellt wird, der kann sich dieses Video anschauen. Direkt Bilder aus dem Rheinraum, bei uns am IAP. Ich muss sagen, ich habe es nie geschafft, meiner Tochter das wirklich beides zu erklären, wie man sowas macht. Ich sage, guck dir das Video an und weißt, was wir da machen am IAP. Er hat wirklich eine Gabe, das so zu erklären, dass man das auch wirklich einfach rüberbringt und auch verständlich den Leuten nahe bringt. Eine Sache, wir hatten gestern, vorgestern darüber gesprochen, gibt es denn schon kommerzielle Anwendungen mit Open-Source? Mir war nichts bekannt. Ja, es gibt da das Open-Titan-Projekt. Habe ich dann gefunden. Aus zwei Sachen bemerkenswert. Anfang dieses Jahres. Das erste Mal, das Statement, es gibt ein Projekt, mit dem man kommerzielle, nutzbare Designs fertigen kann. Das heißt aber auch, wir sind gerade am Anfang. Gut. Jetzt noch ein paar Probleme, weil wir wollen ja diskutieren. Das sind jetzt die Fragen, die ich habe, die Probleme, die ich sehe, wurden heute auch schon angesprochen. Open-Source-Tools werden typischerweise von Enthusiasten gemacht oder von kleinen Gruppen. Es gibt eine Vielzahl von Tools. Das Problem ist, die Interface, die sind oft nicht vorhanden, also die Tools arbeiten nicht einfach zusammen. Ein anderes Problem ist, es gibt kein weiteres Open-PDK in Europa. Wir sind ja eine Forschungs-Fab, wir sind ja keine große kommerzielle Fab. Und aus meiner Sicht gibt es zumindest für das Chip-Design weder in Deutschland noch in der EU ein Konzept, wie man das Ganze warten und langfristig verfügbar machen kann. Das sind die Probleme und da ergeben sich für mich dann diese Fragen erst mal. Also, wie kann ich entsprechendes Material und den Support und Trainingsmaterial Langzeit zur Verfügung stellen? Wie kann ich Chip-Design-Challenges finanzieren? Ganz konkret erwähne ich auch das Projekt, was wir jetzt gerade am Laufen haben, dass wir halt so eine Chip-Design-Challenge sozusagen starten wollen, aber die muss ja auch dann, nachdem das Projekt vorbei ist, weiterlaufen, da muss ja auch Geld reinkommen und wird es Firmen geben, die dann das wirklich nutzen? Also kommerzielle Firmen, weil die müssen ja auch für ihre Produktentwicklung auf diese Ideat-Goschehen dann vertrauen. Wie wird das mentheend? Das sind die Fragen, die ich gerne diskutieren möchte auch. Ja, vielen Dank, René. Du darfst jetzt einen Platz aussuchen, das ist das Privileg, was du hast. Du bitte auch, Stefan. Und bevor wir starten mit der Diskussion, adressiere ich nochmal kurz einen kleinen Elefanten im Raum, denn natürlich entspricht dieses Panel überhaupt nicht unseren GI-Diversitätskriterien, die wir zur Maßgabe machen eigentlich, unserer Veranstaltung. Wir haben allerdings Hoffnung und diese Hoffnung sind Sie, denn Sie haben die Möglichkeit, einen dieser beiden Stühle, die dort noch frei zur Verfügung sind, jederzeit einzunehmen, mitzudiskutieren und sich an dieser Diskussion beteiligen. Das können Fragen sein, das können Anregungen sein, das können Statements sein. Das Einzige, worum ich Sie bitten würde, wäre, dass Sie diesen Platz auch dann zu gegebener Zeit wieder freigeben, dass dann auch weitere Personen mit nach vorne kommen können. Ja, erstmal vielen lieben Dank für diesen Input. Ich glaube, das hat viele im Publikum noch mal abgeholt, auch so ein bisschen in das Thema hineingesogen. Ich fand es wahnsinnig erhellend, auch zu sehen, wo wir gerade stehen. Jetzt, um noch mal kurz rauszuzoomen auf die europäische Ebene, ich habe es ja so ein bisschen anfänglich skizziert, du hast es auch noch mal aufgegriffen, Stefan, es werden viele Milliarden ausgegeben, 10 Milliarden für Intel, ich glaube in Magdeburg 1,6 Milliarden in Breslau, in Polen, natürlich gibt es auch große Investitionen. die Frage, die ich euch gerne stellen würde, mit welcher Brille oder mit welchem Gefühl schaut ihr auf diese Subventionspolitik? Ist die richtig? Tun wir das Richtige gerade oder gäbe es bessere Wege, diese 10 Milliarden auszugeben und den deutschen oder europäischen Chipmarkt zu fördern? Also, ja, also zwei in die 10 Milliarden fließen ja in den Bundeshaushalt anscheinend zurück, wenn man das so richtig versteht. Erstmal. Genau. Also, sie sind gar nicht geflossen und wären auch, glaube ich, nicht so super sinnvoll angelegt gewesen, muss man ehrlich sagen, weil eigentlich keins der Probleme, die der Chips Act klar benennt, durch das, was der Chips Act darlegt, in den Initiativen, die er fördert und wie er vorgeht, eigentlich wirklich sinnvoll strategisch verfolgt wird. Da war vom Jan-Peter Kleinhans jetzt kürzlich ein Report, der bei der Stift Neue Verantwortung ist, der das auch ganz klar benannt hat, dass sowohl die Europäische Kommission als auch das BMWK eigentlich Ideen haben, Initiativen haben, ja, und da haben wir auch viele Ideen, ja, aber was wir so ein bisschen vermissen, glaube ich, ist eine klare strategische Leitlinie, weil man kann sich jetzt hier setzen, 20 Milliarden, 20 Prozent zu erreichen, man kann 10 Milliarden investieren in eine FAB, aber wenn man keine Strategie hat, wie das dauerhaft dazu führt, dass Europa die 20 Prozent auch erreicht, kann man diese Initiativen alle machen, das ist aber Stückwerk eigentlich, ja. Ich glaube, man kann mit den Milliarden schon sinnvolle Sachen erreichen, ja, und klar, jetzt Open-Source-Funding kann ich immer fordern, und das ist, wenn ich 10 Milliarden hätte, wüsste ich gar nicht, wie ich da bezahlen soll, ehrlich gesagt, das ist wieder das Workforce-Problem so ein bisschen, aber die Hauptkritik, glaube ich, die aktuell äußern muss, ist, dass es sehr klare Ambitionen gibt, aber in dem europäischen Zusammenspiel und auch in Deutschland, wie es halt die politische Lage ist, halt keine klare Strategie eigentlich vorgegeben ist. Was man will, ja, ich meine, Europa hat Stärken, will man in den Stärken weiter investieren, will man, CanoMix-Signal, Bosch ist Weltmarktführer in Mems, will man das weiter ausbauen, will man da dauerhaft mehr investieren, will man den nächsten Nvidia-Killer, da wäre ein 2 Nanometer-Fab für super gewesen, aber dann bräuchte man auch eine Firma, die da produziert, und die entsteht jetzt auch nicht gerade über Nacht halt, und das fehlt so ein bisschen aktuell, glaube ich. Wenn man eine Strategie hat, dann sollte man vorher ja erstmal Ziele definieren eigentlich, wo will man hin, was würdest du denn sagen, wären strategisch sinnvolle Ziele für einen Standort, wohin sollte man sozusagen seinen Fokus lenken, sind es die Fachkräfte, sind es die Produktionskapazitäten, ist es die Software, was wäre aus deiner Sicht am sinnvollsten? Naja, das Ziel, also die Fachkräfte, die würde man ja, das ist ja auch die nächste Frage, ich meine, wenn vor fünf Jahren jemand mir gesagt hätte, bilden wir Fachkräfte aus für Chipdesign, hätte ich ja gesagt, die finden ja gar keine Arbeit. Jetzt höre ich halt überall, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Fachkräfte, aber jetzt die, außer Apple in München, da gab es natürlich ein paar Positionen in den letzten Jahren, aber war jetzt an sich jetzt auch nicht absehbar, ist jetzt an sich auch nicht das Ziel, glaube ich. Wir wollen Leute für Chipdesign natürlich begeistern, um hinterher in Europa innovative Produkte der Zukunft zu bauen. Jetzt kann Europa nicht strategisch vorgeben, was innovative Produkte sind, aber die Europäische Kommission oder auch deutsche Regierungen könnten natürlich schon klarer definieren, wo wollen wir denn hin und können wir das mit dem aktuellen Setup, das wir haben, erreichen und was müssen wir am Setup ändern? Weil ich meine, es gibt ja, es gab ja diese Ipsays halt, in Bayern jetzt, sag ich mich, 14 auch bekommen, ja, da wird ja investiert halt, da werden auch Subventionen fließen halt, aber da ist trotzdem keine Strategie hinter, sondern es ist halt auch mit der Gießkanne so ein bisschen und es ist nicht klar, ist das jetzt das Ziel, dass die gestärkt werden und da wollen wir auf dem Weltmarkt quasi stärker ausbauen oder ist das Ziel ein anderes oder wollen wir alles, weil diese 20 Prozent halt, muss man ehrlich sagen, komplett illusorisch sind, was auch jeder sagen wird, also auch in der Kommission, denke ich halt, ja. René, ihr habt euch entschieden, irgendwann Open Source zu gehen, Open Source zu pushen, jetzt mal aus wirtschaftlicher Perspektive oder allgemein Perspektive, wo siehst du denn Vorteile oder wo siehst du denn da Potenziale, was hat eure Entscheidung vielleicht auch beeinflusst? Also Vorteil ist die freie Verfügbarkeit und die Unterstützung für kleine Firmen, also IAP als Einrichtung, Förderung, mittelständische Firmen, Startup. Als Startup, das haben wir auch erlebt, wir haben ja auch, wir haben auch diese Kundenbasis, haben wir auch in dem Bereich, also kleine Firmen, die großen gehen dazu in den großen FAPs, die kleinen, die jetzt spezielle, super Ideen haben, die kommen dann auch zu uns, aber die Kosten, die ich als kleine Firma habe, um die entsprechenden Tools zu kaufen, da kriege ich ja nicht die akademischen Rabatte, die man als Universität oder als Institut bekommt, die sind dermaßen hoch, genau, deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen Open Source, das Problem, was glaube ich in der Industrie steht, ist ein altes Denkmuster, man will seine IP schützen, seine Geheimnisse, aber wenn man ehrlich ist, also bei uns jetzt zum Beispiel diese 130 Nanometer Technologie, die ist 20 Jahre alt, ich verstehe nicht, warum andere FAPs das nicht auch machen, also viele sagen, wir müssen unsere IP schützen, wir dürfen unsere Technologie nicht preisgeben, ja okay, wenn ich eine 2 Nanometer Technologie hätte, da gebe ich, da würde ich recht geben, aber bei alles, was bis 65 Nanometer runter, sorry, das ist jetzt nicht so eine IP, die wirklich schützenswert ist und außerdem, wenn ich einen Prozess freigebe für einen Designer, dann gebe ich nicht alle Informationen preis, also da ist, hoffe ich, dass dann ein gewisser Mind-Change kommt, der müsste kommen, dass also wir nicht die Einzigen sind, im Prinzip müsste das, was wir jetzt machen, müssten auch so wie Skywater, so eine FAP, die auch Volumenproduktion macht, die müssten das freigeben, kann man Namen nennen, XFAP zum Beispiel, vielleicht sogar ST teilweise, also die müssten sowas machen und dann würde das auch die Firmen fördern, dann könnten die relativ einfach im Prinzip zu Hause ihre Ideen entwickeln, weil ich kann das zu Hause auf meinem Laptop installieren, wenn ich will, oder ich gehe in die Cloud und kaufe mir da relativ preiswert Ressourcen und dann kann ich meine Idee weiterentwickeln und kann dann sozusagen mit der Idee auf den Markt gehen und vielleicht einen Prototyp mir sehr preiswert fertigen lassen, den zeigen und dann kriege ich noch einen Investor überzeugt, diese Idee weiter zu fördern. Das ist also dieser Start, diesen Start zu fördern, das war unsere Hauptidee. Habt ihr denn das Gefühl, dass viele Unternehmen oder überhaupt einfach, sage ich mal, innerhalb der Community mittlerweile eine große Aufmerksamkeit auf diesem Thema liegt oder würdest du sagen, das ist eigentlich noch nicht wirklich angekommen, das Thema Open Source allgemein? In der akademischen Community ist das Thema sehr aktuell. In Firmen gibt es Interesse. Also ich glaube jetzt, die Konferenz, jetzt habt ihr hier geleitet, jetzt vor zwei Wochen, da waren 50% Firmen mit Beteiligung, das war vor vier Jahren, war da vielleicht ein Firmenvertreter, jetzt war die Hälfte der 150 Leute, was die da waren, 200 Leute, waren Firmenvertreter, die haben Interesse. Das heißt nicht, dass sie jetzt Produkte mit Open Source machen wollen, aber das Interesse ist da. Die wollen sich das anschauen, die wollen sehen, wie es sich entwickelt, wird sich zeigen. Im Moment würde ich sagen, ganz klar, zumindest was bei uns der Fall ist, die Tools sind gerade so weit, dass ich vielleicht einfache Produkte herstellen kann. Da ist noch viel sozusagen Entwicklungsbedarf da, da gibt es ja auch die Fördermittel jetzt dafür. Genau dieses Design, was du erwähnt hast, auch auf EU-Basis wird es jetzt Fördermittel geben, die Tools müssen jetzt noch weiterentwickelt werden. Das war ja vorher gar nicht möglich. Wenn ich nichts zum Prüfen habe, kann ich ein Tool entwickeln. Ich muss ja das Ergebnis oder das Designprozess ja prüfen können. Ich muss ja ausmessen können. Und das kann ich jetzt. Und damit kann ich auch die Tools entwickeln und dann wird das relativ zügig, denke ich mal, sich weiterentwickeln und ich denke mal, in den nächsten drei, vier, fünf Jahren wird das doch deutlich nach oben gehen. Ich darf noch ganz kurz was ergänzen. Ich habe ja dieses Wenn-Diagramm im Grunde gezeigt. Man muss schon, da habe ich nicht dabei klar, glaube ich, erwähnt, diese drei Komponenten Open Source Design IP, Open Source EDA Tools und Open Source PDK, die existieren jetzt mal für sich jede. Ja, also man große, also industrielles Interesse sicherlich im Bereich WISC-5. Gibt es Fördermittel ohne Ende, Projekte ohne Ende, Open Source IP zu erstellen, Prozessoren. Also inzwischen gibt es auch aus Europa, aber auch weltweit, Prozessorkerne aller Leistungsklassen, eigentlich Open Source. Bei den EDA Tools, da war immer halt das Problem. Ja, wenn ich kein PDK habe, nämlich kalibrieren kann, kann ich auch nicht wachsen. Ja, die, teilweise waren die Tools noch gar nicht so weit, so viele Gates-Scatter zu verarbeiten zu können, weil die Datenstruktur nicht passten. Also da hat man so ein bisschen Befruchtung, die haben so eine gute Koexistenz. Man muss aber halt nicht in der Mitte landen. Also man muss nicht Open Source IP nehmen und Open Source Tools und Open Source PDKs. Jedes davon funktioniert auch ohne die. Also da gibt es auch sehr gute, viele Beispiele halt, Open Titan zum Beispiel. Mir fällt auf, wir verwenden jetzt gerade sehr viele Akkonyme und Abkürzerungen. Das habe ich gerade alle ausgesprochen. Genau. Vielleicht nochmal eine Frage, weil du es gerade angesprochen hast, nochmal RISC-V. Du bist selber in den Board of Directors. Kannst du vielleicht nochmal zwei, drei Worte verlieren zu diesem Standard? Warum ist es so wichtig, den auch zu fördern? Welche Potenziale liegen da drin? Ja, RISC-V ist halt eine Befehlssatzarchitektur. Das ist wahrscheinlich den meisten Informatikern irgendwie noch geläufig aus Rechenarchitekturen. Also das ist die Schnittstelle zwischen Hardware und Software. Ist traditionell immer ein Gebiet gewesen, wo jetzt offene Standards nicht so dominiert haben. Da ist dann erstens Intel, x86 und dann halt ARM auf der anderen Seite für mobile Märkte zu nennen. Und das Problem ist halt, dass diese Struktur, dass man daran nichts, die Standards sind veränderbar. Wenn ich einen ARM Core halt lizenziere, kann ich das für teuer die Architektur-Lizenz, das haben dann Apple, Samsung, Qualcomm, die dürfen noch Änderungen machen am Befehlssatz, aber ich kann nicht sonst einen Prozessor von ARM kaufen und den Befehlssatz verändern. x86 kann überhaupt nichts machen. Also kann ich weder implementieren noch irgendwas. Von daher ein offener Standard, der ermöglicht überhaupt erst, Befehlssätze zu erweitern. Und gerade jetzt, wo wir jetzt den großen Aufschwung sehen bei WISC-5, ich bin ja jetzt seit zehn Jahren dabei, ist eigentlich erst seit 2018, 2019 mit dem KI-Thema. Weil da natürlich alle Leute sich differenzieren wollen über Befehlssatz-Erweiterungen. Das ist gutes offener Standard. Ich kann ihn erweitern. Wir haben eine Standardmethode, wie man Befehlssatz-Erweiterungen hinzufügt. Und dadurch haben wir halt viele Firmen und auch Start-ups aus den USA, die halt neue Prozessoren bauen mit spezifischen Erweiterungen für Workloads, die sie halt identifiziert haben und feststellen, dass sie damit halt am Ende Power, Geld und Lebenszeit sparen. Und deshalb so erfolgreich war natürlich Europa. Das ist auch immer das Argument, das ich eigentlich bringe. Die Europäer, wir sagen immer, wir sind super die Domain-Specific-Experten. Wir General Purpose und GPUs, das können die Amerikaner besser, aber wir Europäer, wir können viel besser. Wir kennen die Domänen, wir kennen Automotive. Ist das so? Das sage ich jetzt nicht, aber das ist die Hypothese. Okay. Genau. Die Arbeitshypothese für Europa war immer, wir sind die Domain-Specific-Experten. Und daher ist eigentlich, WISC-V wäre für Europa eigentlich von vornherein was gewesen, wo man in Feedback investieren müssen. Ich bin jetzt im Board of Directors einer der wenigen Europäer. Ich war lange Zeit der Einzige und bin da als Hobbyist, also nicht mehr als Professor, was jetzt, glaube ich, kein gutes Signal für den europäischen Markt ist, ehrlich gesagt. Was kann denn, weil wir ja auch hier viele Vertreter in sozusagen der GE-Community, aber auch darüber hinaus haben, was kann denn eigentlich die Community tun, um diese Entwicklung zu fördern? Oder inwiefern kann sie sich auch beteiligen und wo würde es Sinn machen, sich zu beteiligen? In der Open-Source-Community zum Thema Chip, die GE-Community und die Informatik-Community vielleicht im Allgemeinen. Ich habe extra den Fokus auf die EDA-Tools gelegt, weil es ja nur Software ist. Also das war eigentlich so meine Denkweise immer. Ich bin jetzt in der Informatik-Fakultät als Elektro-Techniker gelandet. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, mach Chip-Design. Ich glaube, meine Dekanin wusste das auch gar nicht, so dass ich das Thema so mitbringe. Aber was ich immer schon dachte, ist zum Beispiel moderne Ansätze im Testen. Also die Verifikation von der Design-IP, das ist ein großes Thema, da gehen die meisten Kosten drauf. Da gibt es moderne Python-basierte Ansätze, wie man einfach der Industrie auch zeigen kann. Schaut mal her, ihr könnt einfach in Python was runtercoden, anstatt da in kompliziertesten Sprachen, die ich ausgedacht hatte in den letzten 30 Jahren, ganz komplizierte Modelle zu bauen. Und da sehe ich schon einen Anknüpfungspunkt auch klar. Ich meine, zum einen ist es klar, eine Einladung, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auf dem ganz großen Level halt. Design-IP, Open-Source-EDA und PDKs. Macht mal einen Chip. Das kostet ein paar hundert Dollar, wenn man bezahlen möchte. Gibt es auch umsonst hier und da. Macht Spaß. Aber diese EDA-Tools und auch in Bezug auf die Fördermittel, die da jetzt dann auch fließen und die Vision auch, die da existiert, die ist nicht nur in Europa. Also das ist halt, Europa ist das schon eher mit den letzten. Es gibt in China Open-Source-EDA-Tools. Es gibt in den USA das Open-Road-Projekt von DARPA gefundet gewesen. Das ist ein großer Trend. Wie gesagt, am Ende ist es Software. Also wer gut algorithmen kann, der muss noch irgendwie jemanden finden, der ein bisschen was Expertise aus der Domäne halt hat. Aber im Grunde wäre das was, wo ich auch in der weiteren Community andere Knüpfungspunkte sehe. Also das können wir als Aufruf verstanden wissen. Jetzt ist eine Frage. Die Frage ist, ob die Person, die die Frage stellt, vielleicht die Frage auch hier vorne stellen möchte. Sie dürfen sich gerne hinweisen. Erhöht die Diversität zwar nicht. Das nicht unbedingt. Nee, aber wir freuen uns ja immer hier auf Augenhöhe zu diskutieren. Das können wir besser, wenn Sie vorne sind. Vielleicht sagen Sie einmal kurz Ihren Namen und vielleicht zwei Sätze zu Ihrem Background und stellen Ihre Frage. Ja, ich freue mich eigentlich gar nicht setzen, aber gut. Ja, Volker Squarek, HAW Hamburg, Technische Informatik und Cyber Security. Wir haben immer wieder die Anforderung, ich sage mal, auf Embedded Systeme irgendwie spezielle Algorithmen zu bringen, die dann doch sehr rechnaufwendig sind. Das heißt, entweder bringt man sie in Software oder man nimmt gleich wieder die Riesenrechner, also Raspberry Pi zum Beispiel als Riesenrechner, die aber völlig überdimensioniert sind. Und jetzt eigentlich meine Frage, wie groß ist der Schritt in der Ausbildung, wenn man sagt, die Leute haben so Grundlagen, Prozessorarchitekturen verstanden, vielleicht wissen die auch schon, was ein Interrupt ist, um dann mal nach den hohen Früchten zu greifen. Und jetzt, wenn wir denen mal beibringen, macht man einen Chip. Konkret, ich habe mal versucht, im Master so außer der Reihe VHDL-Programmierung mit reinzubringen. Ein Semester war ein Desaster, ich habe es gelassen. Jetzt, Sie sagen, das Ganze kann man einem, weiß nicht, zwölfjährigen Kind beibringen. Klar, Arduino-Programmierung kann ich auch einem zwölfjährigen Kind beibringen, aber der Unterschied zwischen dem Arduino-Befehlsatz mit den schönen Bibliotheken dahinter und Embedded-Programmierung ist so groß, dass das zwölfjährige Kind dann 24 werden müsste, vier Semester Elektrotechnik oder Informatik studieren und dann wieder keinen Bock mehr hat. So, wie groß ist der Schritt von einem, von dem zwölfjährigen Kind zu einem echten Chip-Design, dass ich halbwegs was mit anfangen kann? Mal ganz, vielleicht ganz kurz was zu sagen. Also, das Schöne ist, dass wenn ich alles Open Source habe, kann ich das auch für verschiedene Zielgruppen und hier, was hier gemacht wurde, es wurden natürlich die Tools mit Skripte umgeben und man konnte dann relativ einfach, kann man da jetzt ein Chip designen. Das kann man alles fast komplett automatisieren, deswegen kann das auch ein zwölfjähriges Kind, man kann nicht mal klären, was ein Chip ist, es geht da um die Experience, nicht um das komplette Verständnis, das muss man natürlich sagen. Wenn man das wirklich verstehen will, was hinter diesen ganzen Schritten steht, das ist der nächste Schritt, aber auch das kann man ja machen, weil ich habe ja alles offen und ich habe auch die ganze Dokumentation da und ich kann die, das machen wir jetzt gerade, wir entwickeln jetzt auch gerade Kurse für Chip-Design, wo es dann auch darum geht, dass ein Seiteneinsteiger, der natürlich auch Verständnis schon hat, also mindestens Elektronikverständnis, vielleicht schon weiß, was ein Halbleiter ist, dass der dann auch da durchgeführt wird und das dann auch wirklich versteht. Das zwölfjährige Kind macht das, hat vielleicht eine Idee, vielleicht kann ein kleines Programm im Kopf und das wird einfach auf den Chip umgesetzt, dann blinken ein paar Dioden am Ende oder irgendwas oder im Rechner blinkt was, das ist einfach die Experience in dem Falle, das kann man nicht machen, aber auf der anderen Seite hat man auch die Möglichkeit, weil ja alles offen ist, das auch so darzustellen, dass das dann auch für Studenten erfahrbar ist, dann kann man das auf dem Semester packen zum Beispiel oder auf. Ich würde es noch in Ihre Richtung recht übertragen auch, also ich hatte eine Lehrveranstaltung, die hieß Hardwareentwicklung für Softwareentwickler, heißt die, ist für Bachelor, also so sechs, siebte Semester bei uns, da waren 24 Studierende tatsächlich und ich hatte eine Team, da hatte ich jetzt nicht so das größte Vertrauen, dass die in der richtigen Veranstaltung gelandet sind am Anfang und die haben so einen Einsteck-FPGA von mir bekommen, der in den USB-Port passt, diese ganz kleinen Fumo-Boards und denen habe ich gesagt, dann schaut euch doch mal an, es gibt diese neuen Hardwareentwicklungssprachen in Chissel zum Beispiel, das sind Scala basiert, ihr könnt auch Java, dann könnt ihr auch irgendwie Scala, schaut da mal rein, da gibt es so ein Plug-in-System, da könnt ihr Befehle erweitern, überlegt euch mal neue Befehle und dann fügt ihr die hinzu und dann können wir mal schauen, ob wir nach den zwei Wochen aus einer Blockveranstaltung da irgendwo halt mal eine kleine Befehlserweiterung gemacht und am nächsten Morgen hatten die das lauffähige System da, hatten zwei Befehle erweitert, hatten dann die Treiber vorgeschrieben, um die in die Software zu integrieren halt und die Anwendung war in dem Fall jetzt nicht sonderlich sinnvoll, die haben halt Number Crunching ISBN-Nummern gemacht, die quasi ISBN-Checksummen checken, das war ihre Challenge halt, aber da habe ich gedacht, naja, eigentlich tatsächlich, war ich selber fast überrascht, also es gab andere Teams, die sich auch ein bisschen schwerer getan haben, muss man sagen, weil die Aufgaben mit meiner klassischen Elektrotechnik-Denkweise einfach ein bisschen zu kompliziert waren, glaube ich, ich habe denen, wenn man da klar sagt, und nutzt halt auch die modernen Werkzeuge, kann man schon ein gutes Ziel erreichen, also würde ich durchaus anregen, kann man uns gerne mal austauschen, auch aus, wie ich das gemacht habe, der Kurs war sehr erfolgreich, würde ich gerne nochmal machen, habe keine Zeit, soweit ich wieder wissen, wer Zeit habe, ist das auf jeden Fall was, was ich auch intensivieren will, weil das ist natürlich ein klarer Gap, muss man auch ehrlich sagen, man kann super leicht Leute dafür begeistern, wenn die mit, da gibt es das visuelle Tool, da klicken die ein bisschen rum, ein paar Gatter und dann kriegen sie einen Chip, ja, das ist aber noch nicht das, was jetzt die Lücke in der europäischen Industrie löst, halt. Da geht es zur Motivation. Das ist zumindest vielleicht ein Anfangspunkt. Was aber auch in der Diskussion mit der Kommission immer ist, ist halt, man muss halt sagen, wir brauchen einen ganz, ganz großen Trichter und unten kommen immer weniger, das ist klar, unten werden nicht die tausende Leute, die wir da mal für begeistert haben, wieder rauskommen, aber wenn wir bei den alten Strukturen bleiben und überhaupt nur die, die in einem Elektrotechnikstudiengang Master, Vertiefung, Technische Informatik sind, als Zielgruppe adressieren, dann können wir es auch sein lassen. Also ganz ehrlich, ja, man muss das schon ausbreiten. Deshalb gerade so in der Informatik sehe ich da viel Potenzial und diese, auch jetzt die Werkzeuge, ich finde jetzt DoktorandInnen auch auf dem Themengebiet, die das spannend finden halt und ich glaube, dann entsteht schon auch so die, wenn andere Studierende das sehen, so Vorbilder, da passiert ja was, da kann man was machen. Also letzte konkrete Frage, bevor ich das Mikrofon gern wieder divers weitergebe. Ein Doktorand, wir sollten in der Lage sein, innerhalb kürzester, also innerhalb vertretbarer Zeit nebenbei, sagen wir so, einen voll beschriebenen Hashing-Algorithmus, SHA-3 oder sowas, da mal so reinzumachen. Ich meine, das ist ja nur Bitcrunching. Als Befehlsetzerweiterung. Ja, das ist ja nur Bitcrunching verschieben und sowas und ein bisschen iterieren. Das ist, glaube ich, also dann hier Tapern machen, das geht. Also das ist kein Thema. Okay, wir sind im Gespräch. Ja, ja. Super, das ist das. Auch nochmal für andere Fälle, ich habe auch die Beispiele, ich habe jetzt einen Kollegen eingestellt für PDK-Entwicklung, das ist ein Geologe und der hat in Chile, weil er keinen Zugang hatte über Skywater, über diese offenen, hat er sich einen Sensor entwickelt, den er unbedingt brauchte für seine Untersuchungen. Der hat ein Chip-Design und der macht jetzt bei uns Chip-Design, also kompletter Seiteneinsteiger. Aber eigentlich vom Hause aus Geologe und der hat das geschafft, ohne viel Vorkenntnisse, selbst ohne Ausbildung während seiner Promotion sich den Chip zu designen, den er brauchte, um seine Messergebnisse zu machen. Also es geht. Also nicht nur jetzt im Komponieren. Ich habe eine Erfolgsmeldung, ich habe eine erste Doktorandin und das ist das erste Mal, dass ich überhaupt eine Person habe, die das gelernt hat. Alle anderen sind bei mir halt Informatiker, Mechatroniker, also da ist alles dabei. Aber niemand davon hat Chip-Design gelernt. Aber trotzdem, wir machen jetzt bisher viel Fehlseinserweiterung für Byte-Code-Virtualisierung mit den modernen Tools, alle so umsourced, große Community, da sind die Doktoranden halt unterwegs in den Projekten und wir machen jetzt dann bald das erste Tape-Out halt von dem richtig seriösen Chip, jetzt nicht Spielzeug. Und das ist schon leicht zugänglich. Also man muss da ein bisschen natürlich sich am Anfang reinfinden und so das auch verstehen, weil es auch natürlich auf den ersten Blick fragmentiert ist, was aber einfach an einer tolle Sache liegt. Das ist jetzt normales Chip-Design auch nicht leichter zugänglich, ehrlich gesagt. Okay, ja, dankeschön. Ich weiß jetzt nicht, ob sich meine Doktoranden und Doktorandinnen jetzt freuen werden, aber ich freue mich auf jeden Fall. Danke. Aber zumindest eine relevante Information für alle Leute, die in der Hochschullehre aktiv sind, da gibt es ja einige in der GI, dass es tatsächlich auch Erfolgsmeldungen dahingehend gibt, beziehungsweise Wege, es in die Lehre zu bringen. Ich bin sehr dankbar für diesen Einwurf, denn er leitet super über in das nächste Thema, was wir hier auf dem Panel besprechen wollten, nämlich das Thema Fachkräfte. Ihr habt es ja auch schon angesprochen, es kam ja auch schon ein paar Mal, das Thema zu bringen in die Hochschulen ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Was sind denn eurer Meinung nach gute Strategien, das zu tun und noch mehr Aufmerksamkeit gerade unter Studierenden zu schaffen für das Thema Chip-Design, auch vielleicht verbunden mit dem Thema Open Source? Es gibt auch Bedenkzeit. Ihr könnt euch auch ein paar Sekunden Bedenkzeit nehmen. Ihr müsst nicht direkt feuern. Ich kann dir etwas sagen. Also ohne Open Source kriegen wir das nicht in die Hochschulen rein, ganz ehrlich. Das ist meine klare Erfahrung jetzt. Ich habe selber ganz normale Elektrotechnik durchstudiert und durchpromoviert, wie es gehört halt, aber das werden immer weniger. Das ist ja inzwischen fast nicht mehr messbar, was wir überhaupt noch ausbilden können. Und deshalb, wir müssen auch stärker in Informatik, aber da sehe ich ein ganz klares Problem, natürlich einen Job in der Chip-Industrie, jetzt abseits von Apple in München, Hallo Böhring, abseits von Apple in Bayern München jetzt über lange Zeit auch jetzt nicht wie attraktiv, Fallbevon sage. Also wenn ich denen sage, jetzt mach doch mal Chip-Design, das ist super spannend, dann sagen die ja, aber es gibt auch noch KI, das ist super spannend und noch mehr KI ist noch super spannender. 90% der Leute machen halt lieber KI am Ende, weil es da bessere Jobs gibt. Okay, ich hacke einmal kurz ein, aber das ist eine Frage, die ich sowieso euch beiden stellen würde und jetzt passt sie gerade ganz gut. Was hat euch denn sozusagen für das Thema begeistert? Ich meine, dein Background ist die Physik, wenn ich das richtig weiß, René. Ich bin Physiker, genau. Was war denn der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich muss in dieses Thema rein, das finde ich interessant? Vielleicht auch dein Werbeblock für alle, die vielleicht interessiert sind an dem Thema. Also bei mir ist es Richtung Open Source. Ich wurde infiziert, als ich promoviert habe. Ich konnte nur effizient promovieren, weil ich Open Source Tools genutzt habe und die auf allen Rechnern am Institut installiert habe und da meine Simulation laufen lassen habe. Das war so. Und dann durfte man ja 20 Jahre, musste man mit kommerziellen Tools arbeiten und die ganzen Industrieprojekte machen, etc. Und dann kam irgendwann die Möglichkeit, hast du Interesse an Open Source? Und da, da ich das nebenbei immer so als Hobby gemacht habe, das ist einfach so. Wenn man da einmal infiziert ist, das Interessante ist die Community. Das ist absolut, man hat eine Frage, man stellt die Frage und wenn man Glück hat, hat man nach einer halben Stunde eine Antwort. Das habe ich, also wenn ich jetzt einen Professor frage, der hat meistens keine Zeit. Der ist nur unterwegs. Und das mache ich jetzt aber auch so. Ich sehe das auch so ein bisschen, ich habe das auf dem Handy und wenn ich dann Fragen von Leuten sehe aus der ganzen Welt und denke, okay, die kann ich beantworten, dann mache ich das. Dann setze ich mich abends von einer Viertelstunde hin und eine halbe Stunde, weil ich muss ja auch was zurückgeben an die Community. Und dieser Spirit, wenn man den einmal mitgekriegt hat, das ist halt eine Sache, die ist wirklich genial. Dass man sagt, okay, ich bin Teil dieser Community. Die gibt mir was, aber ich muss auch was zurückgeben. Klar, das ist ja, und das macht Spaß. Was ich jetzt um den positiven Spin aus meiner, was wir am Anfang gerade noch quasi rauszuholen, ist natürlich bei mir auch so, dass Open Source, das ist eigentlich das Enablement, muss man ehrlich sagen. Jetzt auch, wenn ich halt schaue, die Open Source Projekte, die bieten mir häufig einen sehr, sehr guten Einstieg. Da sind die Bedeutung besser als das, was ich kommerziell kriege. Ich kann halt losziehen, ich finde ein fertiges System mit einem RISC-Vive-Prozessor und das kann ich auf einen FPGA packen und ich weiß, wie ich das auf einen Chip kriege. Und das finde ich alles auf GitHub, das kenne ich schon. Das ist super wichtig, glaube ich. Und ich glaube, dadurch wird es auch wirklich spannend dann und damit kann man vielleicht auch Leute dafür begeistern, die wir jetzt traditionell eher schwer begeistern konnten, weil jetzt die Positionen bei Infineon vielleicht nicht die attraktiven waren erst mal. Aber vielleicht finden wir darüber halt so den Drive, dass die Interesse daran fänden. Und das ist meine Aussage. Ich glaube, ohne Open Source werden wir das nicht erreichen können. Also einfach, weil es ein ganz anderes Arbeitsmodell ist. Und gerade das Arbeitsmodell, was die Studierenden halt kennen. Also wenn ich denen, wie gesagt, was ich vorhin meinte, wenn ich denen sage, hier, ihr müsst in NDA unterschreiben, dann ist die Lehrveranstaltung wieder leer. Also die wollen das zu Hause am Rechner machen halt. Ja, und wollen das mit GitHub und dann wollen sie irgendwie zusammen. Also diese ganze Idee, das ist ein Experten und da muss man jetzt in so einen Elfenbeinturm hinaufklettern und wenn man dann die einzige Perspektive ist, danach halt bei Infineon zu lernen. Ja, ich glaube, das muss man den Leuten halt erklären. Es gibt andere Pfade und wir wollen neue Pfade auftreten halt. Jetzt seid ihr beide auch involviert in einem Projekt, du hast es gerade schon angesprochen. Ich glaube, René, in deiner Folie taucht es auch auf. OCDC Pro, das ist ein Projekt, wo ihr beide mit euren Institutionen involviert seid. Es sind auch noch weitere, unter anderem das DFKI, die Rhein-Main-Universität hier, dann auch Ruhr-Universität Bochum. Ruhr-Universität Bochum, vielen Dank, auch noch mit dabei. Also ein durchaus breites, großes Konsortium. Und die Gesellschaft für Informatik. Die Gesellschaft für Informatik ist auch dabei, Spoiler. Und jetzt kurz vielleicht einmal, was ist das Projekt und was habt ihr vor? Ja, Ziel von OCDC Pro. OCDC Pro steht für Open-Ship-Design-Challenge-Prototyp. Genau. Das Ziel davon ist quasi, die Zugänglichkeit in der Lehre zu erleichtern, um Challenge-basiert quasi immer wieder so kleinere Projekte zu machen, auch das ganze Semester gerne, die immer wieder auf den Chip hinausführen. Dass man quasi eine Challenge vorgibt. Die erste ist die Rolle der Ruhr-Universität Bochum und das ist das Prototyp. Wir machen quasi am Ende einmal prototypisch die Challenge durch. Wir haben aber in erster Linie das Ziel, die Materialien dafür, die Ansätze, auch die Freiheitsgrade klar aufzuzeigen. Was wir machen, ist so eher didaktisch orientiert, also teach the teacher. Wie kann man als Informatikprofessor in einer Hochschule für angewandte Wissenschaften einen Chip machen? Und dann sagt man, was man ungefähr will, klickt eine Liste an und dann kriegt man die Materialien ausgespuckt. Das ist grob die Idee und dann gibt es ein paar Videos mit Matt Wenn wieder, der einem das grob erklärt, worum es geht und was man da machen muss. Und da machen wir erst einen Durchlauf halt als mit Security bei Design-Fokus, aber das kann man dann durchaus leben, wie man will. Und wir wollen das so noch vereinfachen. Also wie gesagt, das wird es vielleicht einen Cloud-Server geben, also es wird vielleicht, es wird einen geben, dass im Prinzip eine Hochschule nicht die Infrastruktur hat oder die IT-Struktur. Die Leute können dann da raufgehen auf diesen Cloud-Server und können da, ohne sich was vorzuziehen, einfach anfangen. Wer das will, wer denn fried genug ist, der wird sich das natürlich auf seinen Laptop zu Hause installieren. Das ist manchmal eine Herausforderung, gerade auch einen halben Tag dauern, bis man alle Tools installiert hat. Das wollen wir alles vorbereiten, vereinfachen, die ganzen PDK-Strukturen, dass man sich nur noch auf die Aufgabe konzentrieren kann, nicht auf das Ganze drumherum. Ich weiß nicht, wir sind ja keine Chip-Designer, aber das kann man wirklich so sagen. Es kann Wochen dauern, bis ich eine richtige Infrastruktur aufgebaut habe, bis ich die Tools, also von den ganzen Lizenzfragen, Lizenzen kaufen, da muss ich installieren. Die Installation von kommerziellen Tools ist massiv kompliziert. Ich brauche wirklich IT-Unterstützung, ich brauche entsprechende Server und und und, Lizenzen, das muss alles laufen. Das kann Wochen dauern. Wenn ich ein Docker-Image mir rüberziehe auf meinen Laptop, wenn ich ein bisschen Ahnung von Linux habe, bin ich jede Stunde fertig. Vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben. Ich habe gestern ein Visual Studio Code Plugin gebaut, dass man quasi nur Visual Studio Code aufmacht, sagt, ich möchte jetzt Open-Source-Chips entwickeln, dann lädt der im Hintergrund den Docker-Container runter, man arbeitet sofort im Docker-Container und ist nach einer Stunde beim Chip. Habe ich gestern gemacht für euer Tape-Out. Ich schätze das richtig. Eine Stunde. Es gibt sozusagen am Ende auch eine komplette Toolchain. Wie weit seid ihr denn sozusagen von der Entwicklung dieser Toolchain entfernt? Wie groß ist da der Aufwand, diese Toolchain tatsächlich dann in Betrieb zu nehmen? Die Toolchain, die funktioniert so weit, wenn man jetzt nicht im Analogbereich allzu sehr an die Grenzen gehen möchte. Die fangen sehr früh an bei der Block. Wenn man im reinen digitalen Bereich bleibt, ist es durchaus akzeptabel, was da rauskommt. Es gibt auch kommerzielle Tape-Outs im kleineren Umfang, glaube ich, die aber immer wieder punktuell proprietäre Tools einsetzen müssen. Also es gibt auch bestimmte Tools, die einfach kaum ersetzbar sind. Da muss man jetzt darüber diskutieren. Das war Teil dieser Roadmap, dass wir gerade halt auch gemeinsam mit dem IHP und anderen europäischen Institutionen halt versuchen zu definieren, was sind diese Gaps. Es gibt sowas wie Parasitic Extraction, das macht ihr gerade noch halt. So ein paar Sachen fehlen noch, aber um jetzt einfach nur, also von 0 auf 100 Chip-Design geht ohne Probleme. Dass das Ding ein Produkt ist, was 20 Jahre im Feld überlebt, das würde ich jetzt noch nicht unbedingt nur mit Open-Source-Tools unterschreiben, aber Ziel der ganzen Ambitionen ist, wieder hinzukommen. Also auch diese Design-Förder-Initiative vom BMBF und auch die europäischen Förder-Initiativen sind genau darauf ausgelegt, für europäisch spezifische Märkte, die im Prinzip alle sind, die Schlücken zu schließen. Also am ERP werden wir das durchziehen. Wir wollen alles mit Open-Source machen. Das ist die Herausforderung. Also eine kommerzielle FAP, weiß ich nicht, ob die das mal machen wird, aber bei uns wird der Tape-Out und die Überprüfung intern, ich motiviere meine intern, meine Kollegen, es geht alles mit Open-Source-Tools. Wir können das machen. Wir können das aufbauen. Wir werden das einfach mal durchziehen und zeigen, es geht auch, wird es in den großen FAPs natürlich nicht, die werden das nicht machen, die werden wir trotzdem mit den kommerziellen Tools weiterarbeiten, Calibre führen, Tape-Out, etc. Aber gut, aber wir werden zeigen, dass es im Prinzip machbar ist. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und was man sagen muss, die Tools sind im Prinzip alle da. Auch der Wieso der Förderbedarf nun existiert, ist, dass die teilweise halt nicht kompetitiv in den Ergebnissen sind und auch in der Laufzeit. Also ein naiv runterimplementierte Synthese-Tool ist jetzt noch nicht da, wo halt ein proprietäres nach 30 Jahren ist. Das ist halt auch klar. Die Ergebnisse sind schon einen kleinen Ticken schlechter sicherlich halt. aber wenn das nicht der Anspruch ist, wenn ich jetzt 130 Nanometer bin, bin ich sowieso nicht digital eine Leading Edge. Von daher, das ist eigentlich kein Thema. Und wir müssen die Lücken halt schließen. Gerade Parasiten sind Thema halt, aber wenn das dann geklärt ist und bei Läufen, das sind Kapazitäten, die entstehen. Kapazitäten. Die muss man simulieren vorher. Vielleicht noch ein, ich bin ja Physiker, also komme auch aus der Forschungslandschaft. Man entwickelt auch neue Technologien, Prozesse. Da wird Open Source ein Riesenvorteil sein, weil da gibt es ja keine kommerziellen Tools zum Teil. Ich habe verschiedene Domänen, die zusammenspielen müssen und wenn ich kommerzielle Tools habe, wo ich ja gar nicht weiß, was da drin steckt, wo ich nicht mal Informationen zu den Schnittstellen kriege, dann habe ich ein Problem. Will ich eine Photonic mit einer Elektronik zusammenbringen? Will ich ein Mems mit einer Elektronik zusammenbringen? Gibt es verschiedene Anbieter, die nicht miteinander reden wollen, weil sie ja Konkurrenten sind? Im Open Source Bereich habe ich das nicht. Habe ich alles offen. Ich kann die Schnittstellen entwickeln und das wird in der Forschung, denke ich mal, einen Schub bringen. Das ist für uns auch interessant als Forschungseinrichtung, weil wir gehen ja in verschiedene Domänen und ich denke mal, da ist Europa auch stark, dass wir versuchen, verschiedene Sachen zu integrieren. Da wird Open Source sich durchsetzen. Gehe ich von aus, bin ich überzeugt von. Auf jeden Fall ein Plädoyer für Open Source, glaube ich, in allen Bereichen. Das haben wir heute auch schon mehrfach gehört. Bevor wir jetzt so langsam Richtung Ende der Diskussion gehen, nochmal der Blick ins Publikum. Gibt es noch Fragen, Anregungen, die eingebracht werden wollen? Ansonsten, da kommt jemand vielleicht auch nach vorne. Vielleicht nochmal die Frage wegen der Nachhaltigkeit, die Projekte am Leben zu halten. Habt ihr da Erfahrung gemacht, was gestern dargestellt wurde von der Eclipse Foundation, beispielsweise auch von der Eclipse Foundation, die ja Open Source Projekte oder Hosting und Stürzeln hat, die Front, die sozusagen abliegen sollen, hat das was passiert? Wir sind in Kontakt. Also ich, noch keine, vielleicht kommt der Drive noch, aber noch keine guten Erfahrungen gemacht, muss ich leider sagen. Hoffen wir mal. Ich denke auch, meine persönliche Meinung, dass wir hier auch in Europa was machen müssen. Also man muss jetzt nicht Linux Foundation neu erfinden, aber man muss einen Branch haben, wir müssen auch den Zugriff haben. Weil klar, die gibt es jetzt, das sind jetzt zwei Fabs aus USA und die Fabs selber haben nicht Rieseninteresse an dieser Open Source Sache. Das ist die Community. Deswegen geht das also langsam. Wenn ich jetzt in Europa direkt einen Zugriff hätte oder da eine Organisation hätte, das wäre so mein Ansatz. Und wir brauchen natürlich, also kann man ja sagen, Open Road wurde nicht mehr gefördert. Es gibt die Rüchte, dass gewisse Firmen dann bei der amerikanischen Förder da waren, um die Entwicklung zu stoppen, weil es ja schon im Rahmen war, dass eine Konkurrenz zu den kommerziellen Tools langsam wurde, wurde es gestoppt. Was haben die gemacht? Die haben eine Foundation gegründet. Es gibt Firmen, die das unterstützen, die da auch Geld reingeben. Das ist auch interessant. Das fehlt noch ein bisschen in Europa, dass auch Industriefirmen bereit sind, auch Geld dafür zu geben und dann hat man eine Foundation, die ist unabhängig und parallel gibt es auch eine Firma, die dann diesen Flow vom Service her unterstützt, dass eine Firma sagen kann, ich gehe da rauf und wenn ich ein Problem habe mit dem Tool, gibt es dann eine Firma, der muss sich natürlich Geld geben, klar, die muss ja auch leben. Also ich brauche beides. Ich brauche eine unabhängige Organisation, das sind die Strategien, die fehlt. Eine unabhängige Organisation, die das unabhängig betrachtet und ich brauche natürlich auch Firmen, die bereit sind, den Service zu liefern. Man muss auch sagen, die Linux Foundation, die haben ja kein eigenes Geld. Die großen Projekte in Linux Foundation, das sind wir mit Skype ja auch untergeordnet, ist halt, die haben, da sind Meta und IBM und schmeißen da in die Cloud Native Foundation halt Geld rein und Ende. Die Community, das muss man halt schon klar sagen, Silicon ist sehr klein, das ist sehr speziell. Ich meine, man macht das seit 15 Jahren, wir sind ja so eine unabhängige Stiftung halt, aber wir haben halt beobachtet, dass die erfolgreichsten Projekte, die sind die Hobbyisten machen weiterhin. Ja und ich glaube, der Sprung hin zu, da sind jetzt Foundations, die Millionen überschüttet werden und das, die gar nicht wissen, wohin mit dem ganzen Geld, da sind wir noch weit von entfernt und das wäre der Schritt zur Nachhaltigkeit. Akademia, und das sieht man jetzt, wird versucht mehr und mehr die Sustainability der Projekte irgendwie zu forcieren, was aber die Förderstrukturen gar nicht hergeben und natürlich die internen Strukturen noch gar nicht jetzt incentivieren. Also meine DoktorandInnen, die, wenn ich Glück habe, machen die das hinterher weiter, wenn ich Glück habe, kann ich selber weitermachen, ja, aber das Beste, was aktuell im Markt, also in der Community funktioniert, sind Hobbyisten. Das sind durchaus Leute, die Industrie arbeiten, die in Akademia sind, die das halt machen, teilweise bezahlt, teilweise nicht. Und ich glaube, da werden wir noch länger sein, dass wir davon ein bisschen stärker abhängen. Deshalb ist es aber schön, wenn Fördergelder reinkommen und die Projekte auch ein bisschen zu pushen. Gerade so Investments, um die Toolqualität zu verbessern, die sind ja erstmal nachhaltig, weil sie das Tool von A nach B gebracht haben. Wie man die jetzt nachhaltig aufsetzt, dass nicht jedes, also ich habe eine Analyse gemacht, ich habe ein Paper, was ich seit drei Jahren schreibe, aber nicht weiterkommt, habe ich eine Analyse gemacht von allen Projekten, die ich kenne und K1 hat mehr als eine Person, die regelmäßig mitgemacht. Muss man halt leider ehrlich sagen und das ist die große Herausforderung, für die Bestehende. Was aber auch durch die Fördergeber immer mehr quasi eigentlich, glaube ich in Zukunft, habe ich es auch gehört, wird das BMBF stärker forcieren, dass nicht neue Tools entstehen sollen, sondern existierende Tools auch mal besser gemacht werden. Genau. Das läuft doch jetzt schon in dem jetzigen Call, muss ich sagen. Kann man jetzt gar nicht so sehr... Nö, nö, also wir machen auch. Also es wird besser, aber es ist sicherlich ein noch weiterer Weg und die Software ist natürlich viel, viel näher. Ich habe das Bild rausgeschmissen, aber es gibt so ein Bild gemalt, wo jetzt quasi Open Source Software steht, das ist ja exponentiell, das ist schon fast wieder am Abflachen, ehrlich gesagt. Und Open Source Silicon, da bin ich jetzt seit 15 Jahren und vor 15 Jahren waren das 20 Leute in Europa und heute sind es 100. Also das muss man halt ehrlich sagen. Also ich kenne alle persönlich, glaube ich. Das ist kein gutes Signal. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Manuela Urban war das, glaube ich, von der Open Source Business Alliance oder Transparenz halber, weil sie ihren Namen nicht gesagt hat, sage ich ihn jetzt. Ja, genau. Vielen Dank an euch für die Diskussion. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, es war für viele Leute erhellend und vielleicht auch der Appell ans Publikum, sich vielleicht zukünftig bei OCDC Pro einzubringen. Sie haben es ja gehört. Bitte in der Community im Allgemeinen. Bitte im Allgemeinen auch. Sie haben es gehört, es ist gar nicht so schwer, auch Studierende für das Thema Open Source Chip Design zu vereinnahmen beziehungsweise zu motivieren. Das vielleicht als kleinen Aufruf. Die Tools scheinen zumindest in Teilen da zu sein. Damit beenden wir die Diskussion. Vielen Dank. Ich darf euch einmal sozusagen von der Bühne komplementieren. So, ich weiß nicht, jetzt bleiben Sie bitte im Saal, denn es geht gleich weiter mit etwas, was wahnsinnig schön ist im Rahmen dieser Jahrestagung, denn wir dürfen Preise vergeben. Das werde nicht ich tun, das wird meine Kollegin Cornelia Winter tun, unter anderem der Dissertationspreis und auch der Diversitätspreis, den wir heute hier auf dem Podium sicherlich nicht gewonnen haben. Dafür nochmal Entschuldigung. Es hat sich leider trotz unserer Bemühungen nicht einrichten lassen, noch weitere Speaker zu gewinnen. Das hat auch mit einer großen Konferenz zu tun, die gerade zeitgleich in Paris stattfindet. Aber wir wollen natürlich auch uns dahingehend verbessern. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, dass Sie auch vielleicht einen bisschen besseren Einblick in das Thema Open Source Chip Design bekommen habe. Bedanke mich und sage Cornelia Winter, the stage is yours. Vielen Dank. Ich habe jetzt das Vergnügen, die Abschlusssession zu moderieren. Ich freue mich, dass so viele hier sind. Ganz oft gehen sie dann alle laufen, weil sie ganz viel Hunger haben und ins Hotel müssen oder sich doch das Näschen pudern müssen für unser tolles Bankett heute Abend. Aber es ist schön, dass Sie alle noch hier sind. Ich habe jetzt die Freude, ganz viele Preise beziehungsweise Personen anzukündigen, die diese Preise verleihen. Ein Großteil geht an Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, aber wir haben auch außerhalb von Personen diesmal etwas auszuzeichnen. Und das wird sicherlich ganz spannend. Und eben wie gesagt, ich fand es schön, Friedhoff, dass du das gesagt hast, etwas Diverser. Ich hätte es mich nicht getraut, aber das schaffen wir hier heute Abend in dieser Session. Wir fangen an mit dem GI-Dissertationspreis. Den gibt es seit 1994. Und wenn Sie sich die Preisträgerinnen und Preisträger angucken, haben die fast alle Karriere gemacht, zum großen Teil in der Wissenschaft. Als es drum ging, letztes, vorletztes Jahr, dann sagte mir jemand, ach, der hat doch nicht den Softwarepreis gewonnen und das und das. Also das ist ganz toll. Anscheinend hat der Herr Reischuk mit seiner Jury ein super gutes Händchen dafür, die allerbesten und allertollsten Leute auszuwählen. Und ich glaube, das hat er auch dieses Jahr wieder geschafft mit seiner Jury. Diesen Preis vergeben wir gemeinsam mit der österreichischen Computergesellschaft und der Schweizer Informatikgesellschaft. Und ich freue mich sehr, dass der Herr Biber von der österreichischen Computergesellschaft da ist. Er darf auch gleich mit aufs Foto, aufs Foto erst, nachher erst, aber er kann schon mal Hallo sagen. Und vergeben wird dieser Preis der Herr Rahm. Er ist unser Vizepräsident und ich bitte ihn auf die Bühne. Und es wird jetzt so aussehen, dass die Preisträger die Laudatio vorlesen. Dann kommen diejenigen auf die Bühne, bekommen die Urkunden. Es gibt ein Foto und dann dürfen diejenigen in zwei Minuten ganz schnell erklären, was sie Tolles gemacht haben. Und am Schluss gibt es nochmal ein Gruppenfoto und danach geht es dann weiter mit den weiteren Preisen. Herr Rahm. Danke sehr. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, die GI-Dissertationspreise 2023 hier verleihen zu dürfen. Und ja, also das ist eine Auszeichnung, die nicht nur schon sehr lange existiert, die also wirklich auch Exzellenz unterstützt. Das war sie hier. Ja, der Ablauf ist ja so, dass die Universitäten die beste Informatik-Dissertation nominieren können. Also alle Universitäten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und aus diesen besten Dissertationen werden dann nochmal die beste oder in Ausnahmefällen auch mehr als eine Dissertation ausgewählt. Also es geht um die Besten der Besten sozusagen, die wir hier versuchen auszuwählen. Dass das ein schwieriges Unterfangen ist, liegt natürlich auf der Hand. Man kann auch sehr schwer die einzelnen Gebiete der Informatik miteinander vergleichen. Und ja, das Vorgehen ist also so, der Professor Reichsugrass der Uni Lübeck macht das schon sehr lange sehr erfahren, macht also in diesem Jahr ein DAK-Stuhl-Symposium, wo also dann die nominierten Personen dann teilnehmen und vortragen und dem Gremium eben dann eben ja Rede und Antwort stehen. Und aus diesen Eindrücken heraus kann dann also eine fundiertere Auswahl eben getroffen werden. Und in diesem Jahr war es eben so, dass da eben so viele oder ja zwei Kandidatinnen quasi gleich gut waren. Und normalerweise präferieren wir eben nur einen Preisträger, eine Preisträgerin. Aber in diesem Ausnahmefall hat dann auch der Vorstand zugestimmt von der GI, dass es also hier keinen, ja keinen vernünftigen Grund gibt, da es irgendwie zu würfen oder anderweitig eine Auswahl zu treffen, sondern eben wirklich dann eben ja berechtigterweise beide exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen eben auszuzeichnen. So, und ich freue mich also hier zunächst mal die erste Preisträgerin dann anzukündigen. Und es ist also Frau Dr. Menadala El-Essati von der Universität Konstanz. Ich betreue Herr Professor Daniel Keim, habe ich auch schon gesehen. Der ist, glaube ich, auch hier. Ah ja, jetzt ist er ja, okay. Gut, also ich lese mal den Text hier vor. Also der Auszeichnung die Gesellschaft für Informatik, die österreichische Computergesellschaft sowie die Schweizer Informatikgesellschaften verleihen an Frau Dr. Menadala El-Essati für ihre hervorragende Dissertation Levels of Explainability for Human AI Interaction in Visual Text Analytics, den GI-Dissertationspreis 2023. Frau El-Essatis Dissertation gelingt durch eine neuartige Modellierung, ein erheblicher Fortschritt bei dem Problem Explainable AI, dem Verständnis der Interaktion zwischen Menschen und maschinellen Lernverfahren. Dazu definiert sie verschiedene Arten sogenannter Explainability Spaces und entwickelt dafür eine visuelle Unterstützung für verschiedene Nutzergruppen. Durch ihren Ansatz und dessen Umsetzung in einem realen System gelingt es, die Qualität und Zuverlässigkeit von Lernergebnissen substanziell zu verbessern. Mit dieser Preisverleihung würdigen die beteiligten Gesellschaften, die Gesellschaft für Informatik, die österreichische Computergesellschaft sowie die Schweizer Informatikgesellschaft einen beeindruckenden Fortschritt beim Verständnis und Verbesserung von maschinellem Lernen, der erheblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung dieses Gebietes haben dürfte. Wiesbaden im September 2024. Christine Regis, Präsidentin der GI. Gut, dann haben Sie jetzt die zwei Minuten Zeit, kurz zu erläutern, worum es geht. Vielen Dank, vielen Dank an die GI. Und bevor ich anfange, wollte ich mich erstmal bei Professor Daniel Keim bedanken und bei der Uni Konstanz. Ohne dich, Daniel, wäre das nie gewesen. Er hat mich seit dem Bachelor betreut, durchgehend und ich glaube, da wäre ich sonst nicht hier. Jetzt wollte ich kurz erklären, wie meine Dissertation aufgebaut ist und ich wollte Sie fragen, sich vorzustellen, wie viele komplexe Probleme wir im Alltag bewältigen müssen und mehr und mehr Komplexität kommt dazu, wenn wir uns anschauen, Klimawandel, Kriege, viele, viele komplexe Probleme. Und wenn wir solche Probleme lösen wollen, dann brauchen wir die Expertise von verschiedenen Menschen und zunehmend auch von verschiedenen KI-Modellen. Und jetzt ist die große Frage, wie wollen wir damit kommunizieren? Wie wollen wir, dass die Modelle sich erklären, erklärbar machen für den Menschen? Und wie wollen wir Feedback von den Menschen zurück an die Modelle liefern? Und genau damit habe ich mich beschäftigt. Ich habe ein Problem ausgesucht, das von Topic Modeling, das ist ein Multi-Objective-Optimization-Problem und habe mich gefragt, wie kann ich versuchen, verschiedene Erklärbarkeitsstufen zu erstellen, um dieses Modell zum einen interaktiv zu machen und zum anderen wirklich das Feedback von verschiedenen Menschengruppen da einbauen zu können. Und ich habe dann dieses eine Modell, einen Datensatz oder halt einen Datensatzklasse und eine Problemklasse genommen und immer wieder versucht, neue Lösungen für das gleiche Problem zu entwickeln, um herauszufinden, was sind Muster, Designmuster, die wir erkennen können, mit der wir das als Kommunikationsverfahren erstellen können. Und eins davon will ich Ihnen kurz erklären. Wenn Sie versuchen, ein KI-Modell Feedback zu geben, dann sind wir Menschen so viel besser drin, wenn wir Contrastive Feedback geben, das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, ist dieses Ergebnis besser als das oder besser als wenn wir ein absolutes Feedback geben, also auf einer Skala von 0 bis 100 zum Beispiel sagen, das Modell ist uns so viel besser. Und so viele von diesen Erklärbarkeitsmustern und Interaktionsmustern, darum ging es in der Dissertation, die wirklich herauszufiltern und festzustellen, welche davon für welche Nutzergruppen agieren. Und jetzt mache ich diese Forschung weiter. Ich bin jetzt Professorin an der ETH Zürich und mache genau dieses Forschungsgebiet weiter. Vielen Dank. Applaus Ich bin jetzt in der Dissertation. So, unser zweiter Preisträger in diesem Jahr ist der Dr. Dominik Schreiber vom KIT. Die Gesellschaft für Informatik, die österreichische Computergesellschaft sowie die Schweizer Informatikgesellschaft verleihen an Herrn Dr. Dominik Schreiber für seine hervorragende Dissertation Scalable Sat-Solving and its Application, den GI-Dissertationspreis 2023. Herr Schreiber, die Dissertation behandelt das gesamte Spektrum der Informatik, von der Entwicklung neuer algorithmischer Methoden bis zu der effizienten Implementierung mit Hilfe innovativer Scheduling-Mechanismen auf den modernsten hochparallelen Rechner-Systemen. Im Ergebnis werden für das grundlegendste Problem der Informatik, SAT, also Satisfability-Nachweis, weltweit führende praktische Lösungen gewonnen, die die Lösbarkeit der vielfältigen SAT-Modellierungen einen enormen Sprung nach vorne bringen. Mit dieser Preisverleihung würdigen die beteiligten Gesellschaften, die GI, die österreichische Computergesellschaft sowie die Schweizer Informatikgesellschaft hervorragende Forschungsresultate, die auch praktisch umgesetzt worden sind und beeindruckende Effizienzsteigerungen für verschiedenste Anwendungen der Informatik erzielen. Wiesbaden im September 2024, Christine Regis, Präsidentin der GI. Ja, zunächst auch mal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt, diesen Preis zu bekommen und unter all diesen tollen Dissertationen, die dabei waren, hier ausgezeichnet zu werden. Vielen, vielen Dank an meinen Doktorvater, Professor Peter Sanders, der mich phänomenal unterstützt hat und von dem natürlich auch viele Ideen kamen. Und genau, ja. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf ein schwieriges Rätsel gestoßen, das Sie um den Schlaf bringt und das Sie unbedingt gern gelöst haben möchten. Sagen wir ein Sudoku zum Beispiel. Glücklicherweise haben Sie Zugang zu einer Halle mit 3000 Nerds, die sich um Rätsel reißen. Allerdings sind unsere Nerds keine sonderlich sozialen Wesen und arbeiten an und für sich am allerbesten ungestört alleine vor sich hin. Was Sie jetzt natürlich tun könnten, wäre, Ihr Rätsel allen 3000 Nerds gleichzeitig zu geben. Immerhin bringt jede und jeder eigene Ideen und Herangehensweisen mit sich. Und das Ergebnis ist, dass Sie Ihr Rätsel am Ende genau so schnell gelöst bekommen, wie der oder die schnellste Einzelne in der Halle. Dennoch trägt so am Ende nur ein einziger Nerd von 3000 überhaupt zur finalen Lösung bei. In der Algorithmik-Fachsprache nennen wir so etwas ineffizient. Lassen Sie uns deshalb ab und zu kurze Stand-up-Meetings abhalten, bei denen alle Nerds ihre wertvollsten, gefundenen Teillösungen untereinander austauschen können. Das Ergebnis ist, dass ein einziger Geistesblitz plötzlich dem globalen Lösungsfortschritt von allen in der Halle helfen kann. Unsere überraschende Erkenntnis, wenn wir diesen Informationsaustausch auf die richtige Art und Weise umsetzen, indem wir die Teillösungen umsichtig filtern und zusammenführen, dann erhalten wir echte Beschleunigungen, echte Skalierbarkeit, je mehr Nerds mit Rätseln. Natürlich habe ich für meine Dissertation keine 3000 Leute in eine Halle gesperrt. Die Halle ist in Wirklichkeit ein Supercomputer und unsere Nerds sind Lösungsalgorithmen für aussagenlogische Erfüllbarkeit. Das ist auf gewisse Weise das grundlegende, schwierige Problem der Informatik. Unser Rätsel kann hochrelevante Probleme verkörpern. Etwa, ob zwei Schaltkreise äquivalent sind, ob ein sicherheitskritisches System einen Fehlerzustand erreichen kann oder wie wir die Veranstaltungen einer Informatikkonferenz konfliktfreie Räumen und Zeiten zuteilen können. Meine Dissertation trägt dazu bei, dieses logische Schließen in modernen, massivparallelen Rechenumgebungen deutlich effizienter und verlässlicher durchzuführen, als es bisher möglich war. Wenn Sie also das nächste Mal an einem scheinbar unlösbaren Rätsel hängen, denken Sie mal daran, Ihren Supercomputer einzuschalten. Vielen, vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das war doch jetzt sehr amüsant, hoffe ich mal. Jedenfalls haben wir gelacht. Mein Kollege neben mir sagte, sowas wollen wir jetzt jedes Jahr haben, wie diese Präsentation. Das hat viel Spaß gemacht. So, als nächstes darf ich auf die Bühne bitten, den Thomas Barton vom Fachbereichstag Informatik. Ich glaube, er wollte Verstärkung mitbringen von seinem Kollegen Klaus Lang. Das muss gucken, wann er ihn auf die Bühne holt. Und ihr vergebt Preise für Bachelor, Master und Dissertationen. Und jetzt das Mikro für dich und deine Preisträger. Ja, vielen Dank. Ja, Communities sind sehr wichtig. Das haben wir heute schon gehört. Vor allen Dingen Ehrenamtliche. Ja, wir sind auch eine ehrenamtliche Community. Mehr als 60 Fakultäten und Fachbereiche aus der Informatik sind zusammengeschlossen, wenn sie an Hochschulen für angewandte Wissenschaften tätig sind. Und das macht den Fachbereichstag Informatik. Wir vergeben schon seit vielen Jahren Preise. Preise für Bachelor, für die beste Bachelorarbeit, für die beste Masterarbeit und für eine Dissertation, die beste. Das machen wir normalerweise nicht hier, aber da hier zum ersten Mal unter Führung hier der Kollegen Hochschule Rhein-Main die GI-Tagung stattfindet, haben wir natürlich gedacht, da müssen wir auch dabei sein und wollen das natürlich machen. Okay. Als erstes würde ich den Henrik Böwing auf die Bühne bitten. Ich sage nur ganz kurz was zu seiner Arbeit. Ich hoffe, ich sage das richtig. So müssen Sie mich sofort verbessern. Und zwar, was hat er gemacht? Er hat, das Thema ist, Treiber von Netzwerkkarten und das Zusammenspiel mit der Hardware. Und ihnen ist es gelungen zu beweisen, dass die Kooperation zwischen dem Netzwerktreiber und der Hardware funktioniert. Okay, habe ich Glück gehabt. Okay. Der Fachbereichstag Informatik verleiht Herrn Henrik Böwing. Für seine an der Hochschule München erstellte hervorragende Bachelorarbeit zum Thema WeRix, Verified Rust IX Driver, den Preis in Höhe von 1.500 Euro, 25. September, Thomas Barton, Fachbereichstag Informatik. Ich würde seinen Betreuer dazu bitten zum Foto. Kommen Sie bitte. Sie sind der Zweitbetreuer und den Klaus Lang noch bitte dazu. Und dann würde ich darum bitten, gucken Sie mal, das ist Ihr Preis. Das rechnen wir mal mit dem Reisekosten. Okay. Wo sollen wir hin? Vielen Dank. Vielen Dank. Ist direkt draußen. Ja, generative KI ist ein Riesenthema. Da haben wir hier auch schon einiges zu gehört. Und Einsatzmöglichkeiten von generativer KI im Kontext von agiler Webentwicklung hat unsere nächste Preisträgerin untersucht. Ich hoffe, sie ist da. Frau Maja Sascha. Bitte ich auf die Bühne. Da ist sie. Ah, wunderbar. Sehr schön, dass Sie da sind. Ja, der Fachbereichstag Informatik verleiht Frau Maja Sascha. Sage ich das richtig? So ungefähr. Maja Sascha. Okay, Maja Sascha. Jetzt besser. Den Preis für ihre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin erstellte hervorragende Masterarbeit zum Thema Pipeline for Automated Code Generation from Backlog Items, Analysis of Potentials and Limitations of Generative AI for Web Development. Den Preis in Höhe von 1.500 Euro. 25. September, Thomas Barton, Fachbereichstag Informatik. Also, wunderbar. Volle Arbeit. Ein Betreuer von Ihnen ist nicht zufällig da. Nein, da war nicht. Okay. 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 Wir verleihen auch regelmäßig einen Preis für eine herausragende Dissertation und die geht zum ersten Mal an die Hochschule Rhein-Main. Ja, worum geht es? Es geht um Digitalisierung in der Pflege, also was sehr Angewandtes und ich darf ganz herzlich bitten, den Dr. Sergio Stab. Der Fachbereichstag Informatik verleiht Herrn Dr. Sergio Stab. für seine an der Hochschule Rhein-Main erstellte hervorragende Dissertation zum Thema Entwicklung von Klassifizierungsverfahren zur automatisierten Dokumentation von Alltagsaktivitäten, den Preis in Höhe von 1.500 Euro. 25. September, 24. Thomas Barton, Fachbereichstag Informatik. Automatisierte Dokumentation von Alltagsaktivitäten in der Pflege. Sagen Sie bitte kurz was dazu. Ja, ich habe ja eben gerade schon gehört, mir steht eine wissenschaftliche Karriere voraus. Das heißt, ich brauche gar nicht so viel sagen, folgen Sie mir einfach online. Spaß beiseite. Als erstes vielen Dank an Ludger Martin, der mich seit meiner Bachelor-Thesis betreut hat und supportet hat hier an der Hochschule Rhein-Main. Bei mir geht es um die Aktivitätserkennung im Kontext der Pflege. Was heißt das? Im Pflegebereich müssen Aktivitäten von Patienten täglich dokumentiert werden. Das heißt, Pflegekräfte sind täglich in einem gewissen Zeitraum beschäftigt, nur damit Aktivitäten zu dokumentieren. Jetzt stehen wir gesellschaftlich vor einer großen Herausforderung, nämlich dem demografischen Wandel und gleichzeitig vor einem Pflege- oder beziehungsweise haben einen Pflegekräftenmangel. Und das Ganze läuft konträr ab. Das heißt, meine Arbeit beschäftigt sich schlichtweg damit, wie kann ich Pflegekräfte im Alltag unterstützen, diese Dokumentation möglichst automatisieren und das eventuell oder möglichst auch noch barrierefrei. Das heißt, dass Patienten gar nicht so viel davon mitbekommen, wie das täglich getrackt wird und das trotzdem noch anonym bleibt. Dankeschön. Ja, ich bitte dann auch die Betreuer hierher, den Ludger Martin, den Ralf Dörner, Martin Gergeleit. Okay. Okay. Ja, tut mir leid. Alles gut, Sie haben das alles im Blick, das ist ja perfekt. Ja, vielen Dank. Kann ich wieder an die Cornelia Winter übergeben. Ja, vielen Dank. So viele Fachleute. Ich weiß schon, wenn ich alles anspreche, dass er mal was für unsere Publikationen schreibt über die tollen Bachelor- und Masterarbeiten und Dissertationen. Sie kriegen alle von mir eine Mail, dass ich nachher was von Ihnen will. Machen Sie sich darauf was drauf gefasst. So, als nächstes bitte ich auf die Bühne den Herrn Rosmanet, der für den Fakultätentag Informatik jetzt zwei Auszeichnungen vornimmt, auf die ich selber ganz gespannt bin, weil sie mir neu sind. Herr Rosmanet, Ihre Bühne. Ich habe heute die große Freude, auch zwei Preise zu vergeben für den Fakultätentag Informatik. Und den ersten Preis, das ist der Gleichstellungs- und Diversitätspreis, den gibt es jetzt zum zweiten Mal. Der wurde letztes Jahr zum ersten Mal vergeben, wurde von Frau Sanders Mostagim initiiert, die auch Vorsitzende der Jury war. Leider kann sie heute nicht hier sein, um den Preis zu übergeben, aber da müssen Sie mit mir jetzt Vorlieb nehmen. Wofür wird der Preis vergeben? Ja, natürlich für die Förderung von Gleichstellung und Diversität in einem Projekt, das abgeschlossen ist oder fortlaufend. Und die Jury hat, also ich selber mache schon mal was mit Grundschulkindern, aber im Kindergarten, das muss ja was ganz Besonderes sein. Aber das geht dann weiter über Schule und während des Studiums und sogar während der Promotionsphase. Und die Jury hat hier drei Personen herausgenommen, um diesen Preis zu vergeben, obwohl offiziell bekommt die Fakultät den Preis. Und ich nenne hier Professor Ute Schmidt, Teresa Henn und Franziska Paukner, zwei sind auch hier. Aber ich bin überzeugt, dass da noch mindestens 50 andere Personen mitgemacht haben oder so. Und der Dekan ist auch hier und Sie können noch ein paar Worte dazu sagen und dann übergeben wir den Preis. Kommen Sie alle auf die Bühne. Gut, dann ich gehe mal noch einen Schritt zur Seite, dass meine Kolleginnen und Kollegen auch mit auf die Bühne kommen. Ja, vielen Dank. Wir von der Fakultät WI der Universität Bamberg sind sehr froh für diese tolle Auszeichnung. Also lieben Dank nochmal an dieser Seite. Und es wurde schon angesprochen, wir versuchen, ja, Diversität und Gleichstellung ganzheitlich zu denken. Das fängt im Grundschulalter an. Ja, wir haben da Projekte, das nennt sich unter anderem FELI. Da kriegen Lehrkräfte Experimentelle oder Experimentierkästen an die Hand, die sie da mit eben in die Grundschulen und Kindergärten nehmen können. Und hier eben auch schon Kinder und vor allem Mädchen natürlich von klein auf für die Informatik begeistern können. Das Ganze geht dann natürlich aber auch weiter mit den, ich nenne es mal klassischen Programmen, ja, Mädchen und Technik als Veranstaltung, Girls Day. Aber für uns ist es eben auch wichtig, das Ganze noch ein bisschen weiterzudenken. Und deswegen, Mentoringprogramme werden bei uns gemacht. Wir versuchen über die digitalen Kanäle, die Studierenden und vor allem Studentinnen auch zu erreichen. Wir sind auf Instagram unterwegs. Wir versuchen ja alle Kanäle wirklich zu nutzen und versuchen auch hier vor allem auch Studentinnen, ja, für den weiteren Weg, vor allem natürlich auch in die Informatik weiterzubringen. Das ist beispielsweise dadurch, dass wir Exkursionen machen, mit Praxispartnern und Partnerinnen in Kontakt treten, aber auch für die wissenschaftliche Karriere versuchen hier die wichtigen, ja, Stellschrauben zu drehen, um das hier vielleicht, wie im letzten Panel, ein bisschen mehr Diversität dann auch bald hier vertreten sein kann. Und ich gebe noch einmal kurz das Mikro weiter. Ja, mir ist ganz wichtig, als Dekan der Fakultät mich natürlich zu bedanken bei denjenigen, die die Hauptarbeit machen. Franziska Paukner als Referentin der Gleichstellungsbeauftragten und Theresa Henn hier als eine der Stellvertreterinnen der Gleichstellungsbeauftragten. Mir ist aber auch ganz wichtig, deutlich zu machen und zu sagen, dass das schon seit langem eben eine Initiative der ganzen Fakultät ist. Und ich glaube auch nur so kann es funktionieren. Es kann nicht ein Event sein, der veranstaltet wird. Es kann nicht eine Initiative einzelner Personen sein, sondern es ist ganz wichtig, dass die Fakultät dahinter steht. Und das bedeutet bei uns auch, dass wir zum Beispiel strukturell in den Studiengängen versuchen, das umzusetzen und anzulegen. Wir haben seit 2004 einen Studiengang Computing in the Humanities, also schon seit einiger Zeit, wo andere noch nicht unbedingt diesem Gedanken nachgegangen sind. Wir haben vor einem Jahr einen neuen Masterstudiengang Interaction Research and Design angelegt. Und das alles eben auch mit dem Hintergedanken, dass wir uns damit sehr breit aufstellen und attraktiv sind für sehr viele verschiedene Zugänge. Was uns sehr hilft, eben auch eine Frauenquote von 30 Prozent zu erreichen bei uns in der Fakultät, die wir jetzt schon über einige Jahre halten können. Und das noch zu steigern ist tatsächlich dann sehr schwer, aber wir sind da sehr engagiert in der ganzen Fakultät. Und als Dekan freut einen das natürlich und ich freue mich über das Engagement in unserer Fakultät. Vielen Dank. Ja, das war auch eines der Kriterien bei abgeschlossenen Projekten, dass auch etwas rauskommen soll. Und tatsächlich kann man da ganz deutlich sehen, der Frauenanteil ist einfach gigantisch hoch für Informatikverhältnisse. Ja, also wer seinen Frauenanteil erhöhen möchte, kann hier mal gucken, aber wie man das macht, ja. Gut, dann nochmal, ich gratuliere sehr und übergeben wir den Preis. Jetzt sind zwei Urkunden, ich muss die richtige nehmen, jetzt jemand muss die Urkunde halten und zum Glück sind das genug Personen. Hier, ist noch ein Check. Es gibt auch ein... Applaus Also ich würde Sie ja gerne an der Wand kommen, wenn ich vorne da bin. Kommst du nicht? Das... Dann bekommen wir noch ein Check. Dann halt Sie das schenken. Also... Wie gesagt, dieser Preis wurde jetzt zum zweiten Mal vergeben. Und der Fakultätentag Informatik vergibt noch einen anderen Preis, den Preis für eine hervorragende Masterarbeit. Aber den gibt es schon ewig, seit 80 Jahren oder sowas. Ich weiß jetzt nicht ganz... Oder wie viele Jahre sind es? Ich weiß... Ja, wir wissen das gar nicht mehr. Also das ist ein sehr alter Preis, ja. Und dieses Jahr, wir hatten sehr, sehr gute Einreichungen. Also es steht gut mit der Zukunft unseres Landes, glaube ich, oder der ganzen Welt. Das muss ich schon sagen. Am Ende mussten wir uns für eine Arbeit entscheiden, ja. Und wir haben uns entschieden für die Arbeit von Adil Chabra. Und das gefällt mir auch. Sehr gute Arbeit. Und sie hat einen kurzen Titel. Sie heißt Buffered Streaming Edge Partitioning. Ja, vier Wörter. Und in denen ist alles drin. Und jedes Wort trägt auch eine Bedeutung hier. Also in der Arbeit geht es darum, Daten so zu partitionieren, dass sie von massiv parallelen Computern schneller bearbeitet werden können, weil sie eben so partitioniert sind, dass die Kommunikation möglichst wenig ist. Das ist ein uraltes Problem. Ist natürlich heute besonders aktuell. Wobei, wenn ich das so richtig sehe, hier noch die Schwierigkeit dazu kommt, dass man die Daten gar nicht alle auf einmal hat, sondern sie kommen erst mal so peu a peu. Und man muss sich trotzdem entscheiden. Das ist also ein Online- oder Streaming-Problem. Und Herr Chabra hat das nicht nur theoretisch sehr fundiert bearbeitet, sondern auch Algorithmen entwickelt, die praktisch sehr gut funktionieren und auch in Benchmark-Instanzen zeigen, dass sie in vielen Fällen den etablierten Algorithmen überlegen sind. Etwas, was eine unglaubliche Leistung ist, weil das ist ein Problem, das eigentlich sehr viele betrifft und schon lange untersucht wird. Wir haben ja heute zum Beispiel gehört, es ist sehr gut, wenn man ein bisschen Energie sparen könnte in den großen Rechenzentren. Das kann ich natürlich machen, indem ich Prozessoren habe, die weniger Strom verbrauchen. Ich kann es schaffen, dass die Kühlung effizienter ist. Das bringt alles irgendwie 5 Prozent, 10 Prozent. Aber wenn ich die Software so optimiere, dass sie nur halb so lange läuft, wie viel Energie habe ich dann gespart? Ich glaube, 50 Prozent. Also das ist natürlich ein riesiges Potenzial. Also da bin ich sehr glücklich, dass es so hervorragende Studierende gibt. Jetzt nicht mehr, aber kommen wir mal zur Bühne. Gratuliere sehr. Ja, of course. So firstly, I apologize, I will have to talk with you in English today. Thank you, Professor Rosmaneth and the committee for honoring me with this prestigious award. I am very grateful also to my thesis supervisor, Professor Christian Schulz, at the University of Heidelberg, without whose guidance this would not have been possible. It is my privilege to be here amongst all of you, and I will leave here motivated and inspired to work on and dedicate myself to open source computer science, software development, and advancing research in this area. and also in improving my German a little bit. So, thanks a lot. Thank you very much. So, congratulations. Thank you. Here is your certificate. Make a picture. Your share. Yeah, but now this will be complicated. Or did. Or did you point it? Hey. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie alle Auszeichnungen hinter sich. Jetzt sehen Sie, wo Sie die nächste Exzellenz präsentieren können. Und zwar sehen wir jetzt einen ganz kleinen Film, der Ihnen das Informatikfestival 2025 schmackhaft machen soll. Das sagen wir Ihnen gleich und das kommt gleich im Film, wo das stattfindet. Und danach begrüße ich Ulrike Lucke als Tagungspräsidentin, genau. Tagungspräsidentin, die Ihnen noch drei Worte dazu erzählen wird. Und ganz am Schluss geht es noch um unseren Studierendenwettbewerb, aber jetzt erst einmal Film ab. Das Prinzip Open Science demokratisiert die Informatik. Es macht sie transparenter. Es setzt auf das Teilen von Wissen. Zu Konkurrenz tritt auch Kollaboration. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Prinzip für uns heute wichtiger denn je ist. Das Informatikfestival 2025 widmet sich den verschiedenen Dimensionen des Themas Offenheit. Was kann freier Zugang zu Daten, zu Software, zu Informationen bewirken? Welche Limitationen, welche Herausforderungen begegnen uns dabei? Welche Rolle nehmen die Wissenschaft, die Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und allem voran natürlich die Informatik-Community in diesem Prozess von Öffnung ein? Gerade das Thema Open Source treibt oft einen Kei zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Dabei hat es für beide Seiten so viel Potenzial. Das Festival ist die perfekte Gelegenheit, sich auf Augenhöhe auszutauschen und neue Kontakte in der Community zu knüpfen. Die Informatik 2025 folgt einem hybriden Konzept. Das heißt, Sie haben zum einen die Möglichkeit, dort aktiv teilzunehmen und die Veranstaltung mitzugestalten. Aber Sie können auch von zu Hause oder aus dem Büro heraus einnehmen und die Vorträge verfolgen. Über ein innovatives Netzwerk-Tool haben Sie die Möglichkeit, sich mit anderen Personen aus Praxis und Wissenschaft zu vernetzen, neue Personen zu identifizieren oder Kontakte zu pflegen. Zudem wird es eine spannende Abendveranstaltung geben, wo Sie mit anderen Teilnehmenden in direkten Kontakt treten können und sich auch außerhalb des Hauptprogramms miteinander austauschen können. Ich freue mich, Sie alle in Potsdam begrüßen zu dürfen. Bis bald in Potsdam und am Hasso Plattner Institut. Bis bald in Potsdam. Ja, da kommt sie sogar live. Hallo Ulrike. Ja, ich hoffe, wir sehen uns alle nächstes Jahr wieder in Potsdam. In dem Video haben wir versucht, Ihnen ein bisschen den Mund wässrig zu machen auf das, was da vielleicht passieren kann. Gesehen haben Sie aber im Wesentlichen so etwas wie Tagungsräumlichkeiten und so etwas. Und ich verspreche, in Potsdam gibt es viel mehr als nur schöne Tagungsräume. Potsdam ist eine wunderbare Stadt. Ich bin zugezogen, ich darf das halbwegs objektiv sagen, mit ganz viel wunderbarer Natur. Die ganzen preußischen Schlösser und Gärten, das hat schon einen Grund, dass die preußischen Könige ihren Sitz da nach draußen verlegt haben. Es ist wirklich schön da und ich hoffe, wir sehen uns dann da wieder und Sie genießen die Zeit da auch ein bisschen. Wir werden die Tagung am Campus Griebnitzsee organisieren. Das ist also genau an der Grenze zwischen Potsdam und Berlin. Da, wo früher mal die Mauer durchging, das war mal Niemandsland und ist dann nach der Wende von der Uni unter anderem mit erobert worden. Das heißt also rein logistisch gesehen, die, die Städte mögen, können in Berlin übernachten und dann zur Tagung zu uns kommen, die, die Potsdam mögen, können in Potsdam übernachten und zur Not mal nach Berlin fahren. Aber man ist dann auch ganz schnell wieder in Potsdam. Und wir sind dann auch an der Schnittstelle, rein räumlich, zwischen der Universität Potsdam und dem Hasso-Platten-Institut. Wir haben es eben schon im Video gesehen. Wir organisieren das gemeinsam. Ich bin tierisch stolz darauf, dass es uns gelungen ist, die drei Informatiken in Potsdam zusammen zu dieser Organisation der Tagung zu kriegen. Das heißt also das Institut für Informatik, die Wirtschaftsinformatik und die Hasso-Platten-Informatik, nenne ich sie mal. Wir machen das gemeinsam, ein Festival nächstes Jahr dort. Ja, zur Uni Potsdam soll ich vielleicht auch noch ein paar Worte sagen, für die, die sie nicht kennen, aber das kriegen sie denn ja alles nächstes Jahr mit. Mittelgroß, so um die 20.000 Studis, knapp 400 Professorinnen und Professoren. Ich glaube, das reicht als Kennzahl. Eine junge Universität, nach der Wende gegründet, jung und spritzig, mit einem hohen Anteil außeruniversitärer Forschungseinrichtungen und einer hohen Drittmittelquote. Ich glaube, das musste ich jetzt noch sagen. Es wird ein schönes Festival mit viel drumherum, viel Informatik, viel Gesellschaft und viel Offenheit. Bis nächstes Jahr in Potsdam. Also bei so einer spritzigen und sympathischen Einladung gehe ich mal davon aus, dass ich sie alle, alle, alle sehe und noch viel mehr, weil sie das kräftig Werbung machen. So, der vorletzte Textblock, bevor ich Sie dann zum Dinner einlade, da geht es um den Informatik-Cup. Das ist unser Studierendenwettbewerb, den mein Kollege Markus Ihnen jetzt ganz kurz vorstellen wird. Da wird dann die nächste Exzellenz kreiert. Markus. Ja, Informatik-Cup. Unser Studierendenwettbewerb geht in die nächste Runde und ich möchte Ihnen jetzt gerade ganz zum Schluss noch mal kurz erklären, was es Neues gibt. Denn wir haben ein paar Änderungen dieses Jahr im Programm. Zum einen ist es das Timing und die Location, denn der Informatik-Cup kehrt zurück auf die Informatik-Jahrestagung nächstes Jahr. Die Endrunde wird in Potsdam stattfinden und Sie sind alle herzlich eingeladen, daran teilzunehmen und sich hier anzuschauen. Die größte Veränderung bedeutet das im Prinzip für die Finalistinnen und Finalisten, denn diese bekommen jetzt die Chance bzw. die Gelegenheit von einem großen und breiten Publikum ihre Lösungen vorzustellen. Das Ganze ist aber natürlich auch mit ein bisschen Druck versehen, denn inklusive aller Informatikerinnen und Informatiker sind natürlich auch renommierte Expertinnen und Expertinnen auf dem Gebiet der Aufgabe vor Ort und werden das Ganze natürlich genau unter die Lupe nehmen. Unter dem Motto The Wide Open, wie wir gerade gesehen haben, wie freier Zugang die Informatik voranbringt, widmet sich der Wettbewerb analog zur Jahrestagung der Frage, wie offener Zugang die Zukunft der Informatik prägen kann. Um den Wettbewerb noch attraktiver für Studierende zu machen, haben wir den, wie gesagt, nochmal auf den Prüfstand gestellt und auch an anderer Stelle nochmal etwas angepasst. Ein wichtiger Punkt ist dahingehend nämlich die Anpassung des Zeitplans. Anstatt wie bis jetzt sofort mit der Aufgabenstellung loszulegen, haben wir die Bewerbungsphase erweitert und aufgeteilt in zwei Phasen. Von Oktober bis Januar werden wir nämlich neben der Veröffentlichung des Themas, des allgemeinen Themas, immer wieder kleine Hinweise oder Easter Eggs, wie sie auch gerne genannt werden, fallen lassen, die den Teilnehmenden bzw. den Teams Aufschluss darüber geben können, in welche Richtung der Wettbewerb bzw. die Aufgabe sich entwickelt. Das Ganze hat den Grund, dass wir nämlich jetzt noch nicht mit der Aufgabe loslegen, sondern die Aufgabe wird erst im nächsten Jahr im Februar bekannt. Und läuft dann bis Juni, sodass sich ausreichend Zeit bleibt, hoffentlich trotzdem die Aufgabe gut zu lösen für unsere Studierenden. Genau, zum Schluss wird der Wettbewerb in der Endrunde, wie schon gesagt, in Potsdam stattfinden. Und das beste Team wird dann auch in Potsdam entsprechend gekrönt, sage ich jetzt einfach mal. Genau, mit diesen Veränderungen wollen wir allerdings nicht nur den Wettbewerb selbst besser machen, sondern natürlich vor allem die Sichtbarkeit und die Vernetzung der Teilnehmenden erheblich erhöhen. Sprich, die Studierenden einfach hier in das Community Building mit einbeziehen und das ganz, ganz stark vorantreiben. Das erhoffen wir uns dadurch. Wenn Sie in Ihre Konferenztasche schauen, finden Sie einen Flyer, den Frau Lucke eben, wo sitzt sie denn gerade, in der Hand hatte. Vielleicht halten Sie den nochmal ganz hoch, einen grünen Flyer. Auf dem Flyer finden Sie auf der Rückseite einen QR-Code. Mit dem QR-Code gelangen Sie direkt zur neuen Informatik-Hub-Seite und Sie sind herzlich eingeladen, sich den Informatik-Hub zu verfolgen, mitzumachen eventuell sogar oder an Studierende weiter zu empfehlen. Es wird ein aufregendes Jahr voller Herausforderungen und voller Möglichkeiten. Genau, wenn es Fragen dazu gibt, bin ich herzlich gerne da. Entweder heute Abend noch auf der Abendveranstaltung oder sonst auch gerne morgen den ganzen Tag. Sie finden mich oben an der Registrierung oder ich schwöre hier irgendwo auf dem Gelände rum. Ganz, ganz herzlichen Dank und damit noch einmal zurück zu Cornelia. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Markus. Wir sind jetzt am Ende eines tollen, prallen, wissenschaftlich Praxistages. Ich glaube, Sie sind wahrscheinlich alle kräftig erschöpft und wahrscheinlich gieren Sie jetzt alle darauf, in den Bus Nummer 14 zu springen, mit der uns quasi ohne Umsteigen zum Marquette bringt. Ich freue mich und hoffe darauf, dass ich Sie ganz viele gleich sehe im Restaurant Talis, wo wir dann anstoßen können auf Sie, auf uns, auf unsere tollen Preisträgerinnen und Preisträger, auf die Institutionen, die die vergeben, auf das tolle Team mit Friedhoff Nagel und Nico und Alexandra und allen und Alex, die das hier gemacht haben und die es auch morgen noch einen sicherlich tollen Tag bescheren werden. Vielen Dank und hoffentlich bis gleich. Tschüss. 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 Vielen Dank.